Narzissmus Der Feind in meinem Bett Vorwort Narzissmus Was ist das? Den Begriff Narzissmus kennst du vielleicht und du weißt auch, dass das Zusammenleben mit einem Narzissten alles andere als einfach ist. Doch was bedeutet der Begriff eigentlich und wo kommt er her? Grob gesagt bedeutet Narzissmus nichts weiter als Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung. Das bedeutet, ein Narzisst hält sich für erheblich wertvoller und wichtiger als ihn die Menschen in seinem Umfeld einschätzen. Oftmals hält sich ein Narzisst sogar für das Zentrum der Welt, um den sich alles zu drehen hat. Problematisch wird Narzissmus allerdings nur, wenn diese Selbsteinschätzung sehr stark ausgeprägt ist. Denn bis zu einem gewissen Grad steckt in jedem von uns ein Narzisst. Das wiederum hängt mit dem Selbsterhaltungstrieb zusammen, den der Mensch im Lauf seiner Entwicklungsgeschichte einfach gebraucht hat. In Notfallsituationen denkt jeder zunächst einmal nur an sich und nicht an andere. Woher stammt der Begriff Narzissmus? Der römische Dichter Ovid hatte in seinem Werk Metamorphosen die Geschichte eines Jünglings namens Narziss erzählt. Dieser hatte eine Frau und ihre Liebe verschmäht und wurde von den Göttern dafür mit einer unstillbaren Selbstliebe bestraft. Daraufhin hatte er sich in das eigene Spiegelbild verliebt, welches er im Wasser an einer Quelle erblickt hatte. Jedoch bleibt das Objekt seiner Liebe für ihn unerreichbar. Nach seinem Tod verwandelte sich der Jüngling schließlich in eine Narzisse. Es sollte allerdings bis ins 19. Jahrhundert hinein dauern, bis der Begriff des Narzissmus auch von Wissenschaftlern verwendet wurde. So schrieb Samuel Taylor Coleridge, ein englischer Dichter und Philosoph, erstmals im Jahr 1822 in einem Brief über Narzissmus. Der französische Psychologe Alfred Binet zitierte Ovid's Fabels schließlich 1887 in Zusammenhang mit einem Fall von sexuellem Fetischismus. In die Wissenschaft eingeführt wurde der Begriff des Narzissen schließlich 1899 durch Paul Necke, einem deutschen Psychiater. Er bezeichnete den Narzissmus als schwerste Form des Autoerotismus und war sich durch diese Definition mit den Kollegen seinerzeit einig. Diese betrachteten den Narzissmus nämlich durchwegs als ernste Geschlechtsverwirrung. Aber auch Psychoanalytiker haben sich massiv mit dem Thema Narzissmus beschäftigt. Letztlich ist es Sigmund Freud, dem Vater der tiefen Psychologie, zu verdanken, dass das Thema Narzissmus einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Dieser hatte nämlich 1914 ein Essay mit dem Titel zur Einführung des Narzissmus veröffentlicht, in welchem er den Begriff näher definierte. Die verschiedenen Arten von Narzissmus Freud unterschied zwischen dem primären und dem sekundären Narzissmus. Seiner Meinung nach durchläuft jeder Mensch während der oralen Phase der frühkindlichen Entwicklung den primären Narzissmus. Dies ist jene Phase, in welcher Kinder alles in den Mund stecken, weil sie die Dinge mit allen Sinnen erfassen wollen. Während dieser Zeit würden Kinder sich und die Mütter als eines sehen und könnten sich noch nicht von ihnen unterscheiden. Deshalb würde sich die sexuelle Energie des Kindes ausschließlich auf sich selbst richten. Als sekundären Narzissmus bezeichnete Freud dagegen jene Formen des Narzissmus, welche sich erst in späteren Lebensphasen zeigen. Narzissen würden dann ihre sexuelle Energie wieder von äußeren Objekten abziehen und auf sich selbst richten. Als Ursachen für das Auftreten des sekundären Narzissmus nennt Freud Kränkungen des Selbstwertes und enttäuschte Liebesbeziehungen. Allerdings stand Freuds Definition des Narzissmus auch oft in der Kritik. Der Grund? In Freuds Erklärung blieben noch Widersprüche und Unschärfen. Obwohl er seine Erklärung des Begriffes mehrfach abgewandelt hatte. Theorien rund um den Narzissmus. In den folgenden Jahren beschäftigten sich auch weitere Psychoanalytiker mit dem Thema Narzissmus und entwickelten eigene Theorien dazu. So verwarf die österreichisch-britische Psychoanalytikerin Melanie Klein das Konzept des primären Narzissmus. Sie postulierte stattdessen die sogenannte Objektbeziehungstheorie. Das bedeutet, dass schon Säuglinge sowohl innere als auch äußere Objekte in ihrer Fantasien und Liebe mit einbeziehen. Ihrer Meinung nach sei erst von Narzissmus zu sprechen, wenn der Betroffene sich von äußeren Dingen distanziert und sich selbst idealisiert. Sie verbannt den Narzissmus auch mit negativen Dingen wie Aggressionen oder Neid, was Narzissen im Alltag oft zeigen. Der Psychiater und Psychoanalytiker Heinz Hartmann fasste den Begriff des Narzissmus schließlich etwas präziser. Er sah das Ich, also die Persönlichkeit, als Ergebnis der Prägung durch Erinnerungen, Vorstellungen und Bilder und diese Persönlichkeit könnte man schließlich auch selbst lieben. Einen Schritt weiter ging der Psychoanalytiker Heinz Kohut, der das selbst als Zentrum des seelischen Universums betrachtete. Seiner Meinung nach haben Kinder drei elementar wichtige Grundbedürfnisse. Sie brauchen eine Person, der sie sich sehr nahe fühlen. Ein Gefühl der Zugehörigkeit. Aber auch eine von Aufmerksamkeit geprägte Beziehung zu ihren Eltern, um sich gesund zu entwickeln. Stimmt die Balance zwischen diesen Bedürfnissen nicht, kann sich nach Kohuts Meinung Narzissmus entwickeln. Der Unterschied zwischen dem gesunden und dem pathologischen Narzissmus. Grundsätzlich ist eine Portion Narzissmus also nichts Schlechtes, weil es sich um eine Entwicklung handelt, die jeder Mensch durchläuft. Besonders gut lässt sich das bei Kindern im Vorschulalter beobachten, die nur das Ich und die eigenen Bedürfnisse kennen. Dass sie sehr wohl auch Rücksicht auf andere und deren Bedürfnisse nehmen müssen, lernen sie erst, sobald sie im Kindergarten oder in der Schule in eine Gruppe integriert sind und sich an die dort geltenden Regeln anpassen müssen. Von einer krankhaften Form des Narzissmus wird hingegen ausgegangen, wenn das Selbstwertgefühl auch im Erwachsenenalter nach wie vor übersteigert ist. Dies macht sich unter anderem dadurch bemerkbar, dass ein Narziss andere Menschen auch in der Öffentlichkeit niedermacht, um nach außen hin selbst größer zu erscheinen. Das macht ein Narziss insbesondere bei Menschen, die ihm sehr nahe stehen, bevorzugt bei einem Partner. Für die Opfer eines Narzissen ist dies insofern gefährlich, als der Narziss diese in eine Art Abhängigkeitsverhältnis zu sich selbst bringt, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt, weil die Opfer Angst vor Kritik haben. Ob diese berechtigt oder unberechtigt ist, spielt dabei keine Rolle. Obwohl sich Narzissmus durch verschiedene Therapieformen sehr gut behandeln lässt, gibt es dabei ein Problem. Der Narziss sieht selbst nicht ein, dass er ein psychisches Problem hat, das dringend behandelt werden sollte. Fehlt diese Einsicht, ist jedoch jede Therapie von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil er nicht in der Lage oder Willens ist, entsprechend mitzuarbeiten. Ist das der Fall, bleibt den Opfern nur eine Möglichkeit. Sie müssen sich trennen und möglichst großen Abstand zum Narzissen halten. Andernfalls leiden sie. Und das oft sehr lange. 1. Was ist Narzissmus? Kennst du das auch? Du begegnest jemandem, der einfach umwerfend ist. Er kann sich sehr gut ausdrücken und wickelt mit dem, was er sagt, alle um den Finger. Meist sammelt sich eine große Menschenmenge um ihn und hängt ihm begeistert an den Lippen. Wie Fans saugen sie jedes Wort auf, das er sagt. Und er weiß ganz genau, wie er die Leute überzeugt. Geschickt zieht er sie in seinen Bann. Er versprüht einen unglaublichen Charme und wenn er auf eine Party geht, ist er der Mittelpunkt. Die Menschen sind fasziniert von seiner Erscheinung. Er ist selbstsicher und zeigt, was er hat und was er kann. Er wird beneidet für seinen Erfolg und wenn du diesen Typen siehst, denkst du bei dir, der hat es geschafft. So könnte dein erstes Bild von einem Narzissen sein. Charmeant, erfolgreich, begehrt. Jeder möchte sein, wie er und alle wollen sich mit ihm anfreunden, oder? Die Kehrseite der Medaille sieht aber ganz anders aus. Narzissen sind nämlich Meister darin, andere Menschen zu täuschen und sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Solange man sie noch nicht richtig kennt. Sie spielen dir vor, was du sehen möchtest. Damit sie bekommen, was sie wollen. Das ist das wahre Gesicht des Narzissen. Er denkt nur an sich und das, was er durch dich bekommen kann. Menschen und Beziehungen sind für ihn nur ein Mittel zum Zweck, um zu erhalten, was er sich wünscht und das ist die ungeteilte Aufmerksamkeit aller. Für einen Narzissen muss sich alles zu jeder Zeit um ihn und um seine Bedürfnisse drehen. Er greift gerne auf alle möglichen Tricks zurück, um seine Opfer zu überzeugen und er manipuliert die Menschen, die ihm nahestehen. Auf Dauer zerstört der Narzisst so jede Beziehung und alles Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird. Menschen, deren Partner ein Narzisst ist, gelangen in einen Teufelskreis, geben sich immer mehr selbst auf und zerbrechen letztendlich daran. Ein Narzisst ist pures Gift für die Personen in seiner Umgebung. Nur leider merken diese es oft viel zu spät, denn er betäubt sie mit seiner grandiosen Show, während er sie langsam zugrunde richtet. Fünf Mythen und die ganze Wahrheit über Narzissen Versteht mich nicht falsch. Selbstliebe ist eine sehr wichtige Sache. Es ist sogar äußerst gesund und für ein glückliches Leben unabdingbar, sich zu akzeptieren und anzunehmen, so wie man ist. Sich zu mögen ist quasi der Schlüssel. Bei Narzissen läuft das aber aus dem Ruder. Sie verehren sich regelrecht und erwarten das auch von allen anderen. Damit kommen wir zum weiterverbreiteten Mythos Nummer 1. Mythos Nummer 1 Narzissen sind total selbstverliebt. Narzissen sind sehr wohl auf sich selbst fixiert und dauerhaft damit beschäftigt, dass sie ihren Wünschen nachkommen. Allerdings sind sie gar nicht gut darin, ihre wahren Bedürfnisse zu erfüllen. Was man aber tut, wenn man sich liebt und sich um sich kümmert. Sie sind viel eher damit beschäftigt, ständig positive Rückmeldungen und Anerkennung anderer zu bekommen. Er würde viel eher die Bestätigung an sich selbst finden. Ein Narzisst ist aber dauerhaft auf der Suche nach Anerkennung von außen. Ihm ist extrem wichtig, was die anderen von ihm denken und wie ihr Bild von ihm ist. Er möchte sehr gut dastehen. Als der Beste in allem wahrgenommen und verherrlicht werden. Dafür ignoriert er sogar seine eigenen Bedürfnisse und ist ständig in Anspannung, ein perfektes Bild abzuliefern. Mythos Nummer 2 Narzissen interessieren sich nur für sich selbst Okay. Zugegeben, dieser Mythos ist nur ein halber. Denn Narzissen interessieren sich zwar für andere, allerdings auch nur, wenn es dabei um sie geht. Sie interessieren sich nämlich ausschließlich dafür, was andere von ihnen denken. Dieser Punkt macht sie abhängig von anderen. So, dass sie nicht vollkommen auf alle pfeifen können. Sie strengen sich sogar sehr an, um anderen zu gefallen. Aber sie interessieren sich darüber hinaus, nicht für ihr Umfeld, die Menschen, die sie brauchen, um ihr Ego aufrecht zu erhalten, die ihnen Komplimente machen und ihnen regelmäßig viel Zuspruch geben. Versuchen sie bei Laune zu halten und sich sogar hin und wieder Mühe zu geben, um weiter in den Genuss ihrer Avancen zu kommen. Sollten sie aber nicht mehr nützlich für den Narzissen sein, entledigt er sich ihrer ziemlich schnell wieder. Er interessiert sich nur so lange für andere, wie er sie ausnutzen kann. Mythos Nummer 3 Narzissen sind stark Wer ist süchtig nach Anerkennung und ständigem Zugejubel von außen? Der Narzisst dürstet nach Bestätigung, weil sein inneres Ego winzig klein ist und gefüttert werden will. Er braucht diese Stärkung von außen, weil er sie sich selbst nicht gibt und auch gar nicht geben kann. Der Narzisst trägt viele Wunden in sich, die er nicht kitten kann. Deswegen sucht er sich Abhilfe bei anderen, die ihn mit ihren positiven und aufbauenden Worten trösten und ihm kurzzeitig helfen, seinen inneren Schmerz zu lindern. Narzissen sind viel schwächer als die Menschen, die sie ausnutzen und zu ihren Opfern machen. Mythos Nummer 4 Ein Narzisst ist nicht liebesfähig. Auch dieser Mythos stimmt zum Teil, ist aber keinesfalls die ganze Wahrheit. Ein Narzisst braucht es, geliebt zu werden. Er ist süchtig danach. Er kann ohne die Liebe einer anderen Person nicht leben. Er ist sogar in einem gewissen Grad beziehungsfähig. Und zwar insoweit er bekommt, was er möchte. Er kann sich sehr wohl anstrengen, um zu erreichen, dass die andere Person ihm zugewandt ist und ihn belohnt. Aber zu lieben bedeutet, zu geben ohne eine Gegenleistung zu erwarten und das hat der Narzisst nicht verstanden. Er verwechselt Anerkennung mit Liebe. Doch das ist nicht dasselbe. Bekommt er keine Bestätigung mehr von seinem Gegenüber, räumt er das Feld und geht. Wahre Liebe ist aber nicht vom Nehmen abhängig. Mythos Nummer 5 Narzissten sehen andere als ihr Opfer an. Der Narzisst wird nicht mit dem Gedanken in seine nächste Beziehung gehen, dass er seinen Gegenüber die nächsten Monate oder Jahre ausnutzt und danach ausgelaugt zurücklässt. Wir haben gerne das Bild dieses kaltblütigen Monsters in unserer Vorstellung, aber so ist es nicht. Er setzt sich nicht in den Kopf, seine Freundin leiden zu lassen, damit er bekommt, was er will. Er nimmt sich nicht vor, sie zu ignorieren, weil er gerne böse und herzlos ist. Er wird sie nicht schlecht behandeln, weil er es genießt, sie klein zu sehen. Er ist vielmehr davon überzeugt, dass er es verdient, wie ein Gott auf Erden behandelt zu werden, und zwar von jedem und jeder Zeit. Widersetzt sich jemand dieser Grundsätzlichkeit in der Welt des Narzissten, kommt ein Zorn in ihm hoch. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Immerhin ist er überzeugt davon, man müsse ihn verehren. Mit Zurückweisung oder auch nur damit, nicht immer völlig im Mittelpunkt zu stehen, kann er nicht umgehen. Dann wird er zu einem wahren Unterdrücker und trumpft mit allem auf, was die unfaire Streitführung zu bieten hat. Er leidet unter dem Entzug von Aufmerksamkeit und möchte, dass sein Gegenüber das nachempfindet. Narzissten leben in ihrer eigenen Welt, mit Gedankenkonstrukten und Überzeugungen, die wir als sympathische Menschen nicht nachvollziehen können. Wir können sie nicht aus eigener Kraft ändern und ihnen unsere Denkweise aufzwingen. Sie werden sie nicht verstehen. Ein Narzisst ist, was er ist. Ein schwacher Mensch. Mit vielen innerlichen Wunden, deren Schmerz er versucht damit zu kompensieren, andere dazu zu bringen, ihm möglichst viel zu geben und dabei möglichst wenig selbst zu tun. Narzissmus vs. Selbstliebe Aber ist Narzissmus nicht das gleiche wie Selbstliebe? Fragst du dich vielleicht. Und die Antwort lautet ganz entschieden. Nein. Ein Narzisst ist selbstverherrlichend und handelt egoistisch. In seinen Gedanken dreht sich alles um ihn. Er gibt nur, wenn er dafür etwas bekommt und hilft oder schenkt, nicht selbstlos von sich aus. Die Selbstliebe hingegen beschreibt, dass du dich um dich selbst in einem gesunden Maß kümmerst. Du hörst auf deine Bedürfnisse und Wünsche, deine Sehnsüchte und Träume. Du nimmst dich ernst und achtest auf deinen Geist und deinen Körper. Du lebst nicht nur für andere, sondern auch für dich selbst. Das schließt nicht aus, für andere da zu sein und zu helfen. Bei der Selbstliebe geht es mehr darum, sich nicht zu vergessen und in einen Kreislauf von Überforderung und Selbstaufgabe zu geraten. Liebst du dich selbst, achtest auf deine Grenzen und gestehst dir Pausen und Belohnungen zu, bist du innerlich aufgetankt und stark. So kannst du dein Umfeld noch viel mehr bereichern, denn du hast die Kraft und die Liebe, dich anderen zuzuwenden. Narzissten hingegen sind unfähig, sich selbst zu lieben. Deswegen versucht der Narzisst, die Zuwendung die ganze Zeit von außen zu bekommen. Er ist darauf angewiesen, dass er ständig bestärkt wird und fordert immer zu, um sein inneres Loch, seine Leere, zu füllen. Das aber nie gefüllt werden kann, weil sein Problem tiefer liegt, nämlich in ihm. Das klingt erst einmal paradox, denn ein Narzisst gilt ja als selbstverliebt und prahlt ständig mit sich und seinen Eigenschaften. Aber eigentlich steckt dahinter eine arme, schwache Seele, die nicht fähig ist, sich selbst zu lieben und deshalb so sehr nach Liebe von außen schreit. In einem Satz können wir es so ausdrücken. In der heutigen Welt voller Narzissten brauchen wir die Selbstliebe, um uns nicht zu verlieren. Sonst werden wir entweder von narzisstischen Personen ausgenutzt oder selbst zu einem krankhaft egoistischen Menschen. Das ist der Unterschied, wenn wir von Selbstliebe oder Narzissmus sprechen. 2. Wie entsteht Narzissmus? Narzisstische Menschen haben eine tiefe Lücke in ihrem Herzen. Wie schon erwähnt, sind sie unfähig, sich selbst zu lieben und sich um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Deshalb ziehen sie dafür ständig andere Menschen heran und erwarten sogar regelrecht, dass diese Aufgaben andere, zum Beispiel ihre Partnerin, für sie übernimmt. Dieses Verhalten hat ein Narzisst über lange Zeit gelernt. Er hat mitbekommen, dass er so bekommt, was er braucht, nämlich die ersehnte Liebe und Zuwendung. Alles findet irgendwann seinen Anfang und die Weichen für unsere spätere Grundeinstellung und unsere Auffassung von Dingen entstehen in der Kindheit. Unsere wichtigsten Bezugspersonen, meistens unsere Eltern, zeigten uns damals, wie die Welt funktioniert und wie wir zu funktionieren haben. Normalerweise braucht ein Kind ein gesundes Verhältnis an Unterstützung, Geborgenheit und Grenzen. Schwanken die Eltern in ihrem Verhalten dem Kind gegenüber aber zu extrem in eine der beiden Richtungen? Also sind sie entweder zu fürsorglich oder zu streng? Dann kann sich eine narzisstische Persönlichkeitsentwicklung beim Kind zeigen. Waren die Eltern mit ihrem Kind also sehr hart? Haben es kaum beachtet? Außer es hatte großen Erfolg? Haben es regelmäßig runtergemacht und hatten hohe Ansprüche an es? Dann kann dieser Mangel an positiver Zuwendung und Liebe dazu geführt haben, dass das Kind nun als Erwachsener quasi nach Liebe schreit und sie von jedem fordert. Haben die Eltern ihr Kind hingegen übermäßig viel umsorgt? Es regelrecht verwöhnt, ihm alles durchgehen lassen und ihm immerzu mit Komplimenten überschüttet? Egal was es tat, kann auch das aus dem verzogenen Kind einen narzisstischen Erwachsenen werden lassen, der meint sich alles erlauben zu können und immer fordern zu dürfen. So oder so wurde dem Narzissten in der frühen Entwicklungsphase, in der sich die Grundpfeiler für das Selbstbild formen, eine falsche Darstellung beigebracht. Nämlich die, dass er immerzu andere beanspruchen muss, um seine eigenen Bedürfnisse gestillt zu bekommen. Aber leider ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn diese Zuwendung von außen befriedigt ihn nur sehr kurzzeitig, weil er schließlich nicht in der Lage ist, sie selbst herbeizuführen. So fühlt er einen dauerhaften Mangel in sich und der Teufelskreis des Forderns geht von vorne los. Die Kindheit eines Narzissten Die narzisstische Persönlichkeitsstörung tritt bei Männern häufiger auf als bei Frauen und hat vor allem mit den Wurzeln der Kindheit zu tun. Diese schwere psychische Erkrankung ist extrem resistent gegen Behandlungen und führt dazu, dass betroffene Chaos verursachen, dass sie anderen Menschen Schaden zufügen. Die Entwicklung des Narzissmus in der Kindheit Kleine Kinder sind von Natur aus selbstsüchtig, da sie normalerweise kontinuierlich daran arbeiten, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Sie können die Bedürfnisse und Wünsche anderer Menschen nicht gut verstehen. Selbst als Teenager sind die Kinder in der Regel immer noch egozentrisch, da sie für die eigene Unabhängigkeit kämpfen. Durch diese Ich-Bezogenheit, die mit dem Alter allmählich nachlassen sollte, können Kinder ein gesundes und dauerhaftes Selbstwertgefühl entwickeln, um sich selbst zu schützen. Außerdem wird es ihnen helfen, sich um andere zu kümmern, gefährlichen Einflüssen zu widerstehen und in Verbindung mit der Familie und der Gesellschaft zu bleiben. Ein gesundes Selbstwertgefühl zeigt, dass ein Kind der Meinung ist, dass er als Person in der Familie und in der Gesellschaft akzeptiert wird. Zudem fühlt es sich wertvoll und weiß, dass es Misshandlungen nicht verdient hat. Selbstwertgefühl ist also keine Selbstbezogenheit, da es nicht dazu führt, dass man sich selbst zum Nachteil der Bedürfnisse und Rechte anderer Menschen in den Vordergrund stellt. Die typische kindliche Ich-Bezogenheit muss sich aber ändern, um den Weg zur psychischen Gesundheit im Erwachsenenalter zu ebnen. Damit man in der Familie und in der Gesellschaft gut funktioniert, muss man als Kind nach und nach empathische Fähigkeiten erlangen. Dies hilft einem, die Ansichten anderer Menschen zu erkennen und Mitgefühl für das Leiden anderer Menschen zu empfinden. Daher sollten gesunde Kinder nach und nach Anzeichen dafür aufweisen, dass sie sich um das Wohlergehen anderer kümmern. Wenn sie keine Empathie entwickeln, ist dies ein Warnsignal für die Entwicklung einer schweren Persönlichkeitsstörung. Mobbing oder andere Verhaltensweisen, wie sich zum Beispiel über Menschen lustig zu machen, sie zu bedrohen, zu erniedrigen oder sie zum Sündenbock zu machen, kann also darauf hinweisen, dass bei einem Kind oder Teenager keine Empathie vorhanden ist. Oft zeigen diesen Menschen auch ein hartnäckiges Bedürfnis danach, ohne Rücksicht auf Verluste zu gewinnen. Sie lügen, um sich selbst in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Wie kommt es, dass manche Menschen nun Narzissten sind? Es ist wichtig anzumerken, dass Narzissmus zur Hälfte durch die biologischen Eigenschaften eines Menschen und zur Hälfte durch die Umwelteinflüsse eines Menschen entsteht. Darum gibt es einen großen Unterschied zwischen jemandem mit narzisstischen Merkmalen und einer vollständigen Persönlichkeitsstörung. Der Erziehungsstil der Eltern kann somit eine Rolle für die Entstehung von Narzissmus führen. Säuglinge spüren für einige Zeit keine Trennung zwischen sich und ihren Eltern. Normalerweise verläuft das Ganze folgendermaßen. Ein Baby schreit und seine Bedürfnisse werden erfüllt. Mit der Zeit lernen die Babys, dass möglicherweise keine sofortige Reaktion erfolgt, sondern dass ihre Eltern sich erst in Kürze um sie kümmern werden. Dieser Zyklus schafft ein Vertrauensverhältnis und eine Anerkennung der Trennung zwischen sich und anderen. Dies ist notwendig für die Entwicklung eines gesunden Ichs und die Fähigkeit, sich auf befriedigende Beziehungen zwischen Erwachsenen einzulassen. Wir lernen, dass Allmacht unmöglich ist und dass wir in unserer Reichweite und in unseren Beziehungen an persönliche Grenzen stoßen. Es geht um das Gleichgewicht von Trennung und Zusammengehörigkeit und gegenseitiger Unterstützung. Wenn ein Säugling nicht in der Lage ist, Vertrauen zu entwickeln und zu akzeptieren, dass seine Mutter oder sein Vater seine Bedürfnisse nicht sofort erfüllt, kann dies unangenehme Folgen haben. Oft spielt hierbei natürlich das Verhalten der Eltern eine Rolle. Denn sie sind dafür verantwortlich, Grenzen zu setzen. Ohne über die Grenzen von Macht und Kontrolle in einer gesunden, frühen Beziehung Bescheid zu wissen, folgt das Kind also dem inneren Wunsch, andere zu kontrollieren und löst somit persönliche Grenzen auf. Es umgeht somit die Bemühungen, später im Erwachsenenalter erfolgreiche Beziehungen aufzubauen. Dies ist sozusagen der Moment, in dem ein Narzisst geboren wird. Der Ursprung der zerstörerischen Beziehung mit einem Narzissten Eine weitere Erklärung, um die ganze Sache etwas besser zu verstehen, liefert eine Sage, welche der Ursprung der Beziehung mit einem Narzissten beschreibt. Die Sage von Narziss und Echo In einer alten griechischen Sage ist beschrieben, wie der Narzissmus laut diesem Mythos entstand und welche Rolle sein Partner dabei trägt. Erfahre die tragische Geschichte des Schönlings Narziss und seiner Bewunderin Echo. Narziss, der Eingebild Im alten Griechenland bekam eine junge Frau ein Kind. Sie nannte es Narziss. Nach seiner Geburt sagte ihr ein Wahrsager voraus, dass das Kind glücklich und lange leben würde, allerdings nur so lange, bis es sich selbst erkennen würde. Das machte der Mutter Angst und von diesem Moment an behütete sie ihr Kind und ließ es nicht aus den Augen. Sie las ihm jeden Wunsch von den Augen ab und verwöhnte Narziss nach Strich und Faden. Narziss wurde zu einem wunderschönen jungen Mann und da er so sehr verwöhnt worden war, war er unglaublich eingebildet und eitel. Viele Menschen wurden auf ihn aufmerksam und lagen ihm zu Füßen. Er hatte unzählige Verehrerinnen, doch keine war gut genug für ihn. Er ließ alle eiskalt abblitzen. Echo, die Gestrafte. Eines Tages traf er auf Echo, eine schöne Nymphin, die früher damit bestraft worden war, nur noch nachreden zu können, was ihr gegenüber sagte. Auch sie verliebte sich augenblicklich und unsterblich in Narziss. Doch sie war schüchtern. Und so verfolgte sie Narziss eines Tages bei seinem Spaziergang durch den Wald, wobei sie sich in Büschen versteckte. Als Narziss sie hörte, fragte er, ist jemand hier? Die arme Nymphe, die nur nachsagen konnte, antwortete, hier, hier. So stellte er ihr ein paar Fragen, die sie nur wiederholen konnte. Schlussendlich traute sie sich dann, den Busch zu verlassen. Aber als Narziss Echo sah, verlor er das Interesse und ließ auch sie links liegen. Echo war daraufhin zutiefst gekränkt und zog sich in eine Höhle zurück, die sie nie mehr verlassen würde. Ihre unerfüllte Liebe zu Narziss ließ sie langsam verhungern, bis nichts mehr von ihr übrig war, als ihre Stimme. Noch heute kennen wir sie als das Echo. Narziss Strafe. Für das, was er Echo angetan hatte, wurde Narziss von den Göttern bestraft. Er sollte sich von nun an auch so sehr nach einer Liebe verzehren, die er nicht bekommen konnte, wie es Echo und all die anderen wegen ihm getan hatten, so dass auch er einen langsamen Tod aus Liebeskummer sterben würde. Als Narziss daraufhin an einem Ufer vorbeiging und dabei sein Spiegelbild entdeckte, verliebte er sich in es. Er versuchte es zu umarmen, aber es gelang ihm nicht, denn es war nur ein Bild im Wasser. Voller Liebe verbrachte er von da an Tag und Nacht am Ufer und schaute verliebt in sein Spiegelbild. Aber da er es nie erreichen konnte, um es zu lieben, wurde er voll Kummer und aß nichts mehr. So starb auch er an seiner unerfüllten Liebe und die Prophezeiung des Wahrsagers hatte sich erfüllt. Die Bedeutung der Sage. Die Beziehung zwischen einem Narzissen und seinem Partner verläuft ähnlich tragisch, wie die Sage von Narziss und Echo. Narziss und das Bild des Narzissen. Narziss, der eingebildete Jüngling, wurde verzogen. Er hat eine überhöhte Vorstellung von sich selbst und von dem, was ihm zusteht. Kein Mensch ist ihm gut genug, denn er denkt, dass er zu perfekt wäre für all die anderen fehlbaren Menschen. Ihn interessieren die Gefühle anderer nicht, wenn er sie verletzt. Denn er sieht nur sich selbst. Schlussendlich schaufelt er sich sein eigenes Grab durch seine übertriebene Liebe zu sich selbst. Auch ein Narzisst verhält sich so. Er interessiert sich nur für sich und sein Leben. Andere lässt er links liegen. Ihm sind die Gefühle anderer Menschen egal. Er denkt, dass er der Nabel der Welt ist und dass sich alles um ihn drehen muss. Deshalb behandelt er andere wie Fußabtreter. Er benutzt sie und wirft sie dann weg, wenn er sie nicht mehr brauchen kann. Im Grunde ist er aber sehr unglücklich und einsam. Denn er spürt eine tiefe Leere in sich. Die aufrichtige Liebe, die ihm fehlt, versucht er durch die Anerkennung anderer zu ersetzen. Das wird ihm aber nie gelingen. Er wird nie zufrieden sein, denn seine Selbstverliebtheit wird ihm schlussendlich das Genick brechen. Auch der Partner des Narzissten gleicht der Nymphe Echo in dem Mythos. Oft sind die Partner von Narzissten in einer Beziehung mit ihm und dem Untergang geweiht. Sie neigen dazu, den Narzissten zu erhöhen und ihn als unumstößlichen Helden anzusehen. Alles, was der Narzisst sagt, ist für sie richtig und was er tut, ist gut. Und deshalb reden sie ihm nach dem Mund. So wie Echo in der griechischen Sage. Nach und nach verlieren sie ihren eigenen Standpunkt und lassen sich ganz von dem Narzissten um den Finger wickeln. Sie glauben ihm alles und verzerren sich nach seiner Liebe. Es kann so lange gehen, bis sie sich ganz aufgelöst haben und ihr Leben nur noch nach ihrem narzisstischen Partner ausrichten. Die fatale Beziehung des Narzissten und seines Partners. So wie auch Narziss und Echo nie glücklich werden können, werden es auch der Narzisst und sein Partner nicht. Sie sind dazu verdammt, für immer zu leiden, solange sie zusammen sind. Der Narzisst wird niemals sein Glück finden, egal ob mit oder ohne Partner. Denn das, was er wirklich braucht, ist Selbstannahmen. Auch wenn er noch so selbstverliebt ist, kann er sich nicht aufrichtig lieben, wie er ist. Würde er sich akzeptieren, müsste er seine Anerkennung nicht aus der ständigen Aufmerksamkeit anderer ziehen. Er wird immer unglücklich bleiben und nie genug bekommen, denn nichts auf der Welt wird seine innere Leere füllen. Auch der Partner des Narzissten ist auf ewig unglücklich, wenn er bei dem Narzissten bleibt. Er wird sich vom Narzissten immer kleiner machen lassen und sein böses Spiel mitspielen müssen, solange er in der Beziehung überleben möchte. Aber egal, was er auch tut. Es wird den Narzissten nie lange zufriedenstellen. Immer wird der Partner das Gefühl haben, nicht genug zu sein. Erst, wenn er sich von ihm lossagt, wird sein Leben und sein Herz heilen können. Die dramatische Geschichte von Narzis und Echo zeigt uns, dass es für eine Beziehung mit einem Narzissten keine Zukunft gibt. Keiner der beiden wird je glücklich werden, wenn sie zusammen sind. Narzisstische Menschen ziehen jeden nach und nach mit innen unter. Vielleicht ist das tragische Ende der Sage auch die einzige Antwort auf eine Beziehung mit einem Narzissten. Sie muss sterben, bevor beide untergehen. Woran erkenne ich einen Narzissten? In erster Linie ist es schwer, einen Narzissten zu übersehen, denn er steht ja schließlich dauerhaft im Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit, die er wie die Luft zum Atmen braucht. Diesen Menschen aber als einen Narzissten zu entlarven, ist eine ganz andere Sache. Er ist sehr schwer zu durchschauen, denn er beherrscht es perfekt, dir vorzuspielen, dass er alles, was er tut und will, ja gar nicht für sich, sondern für dich macht. Es gibt dennoch ein paar Anzeichen, die dir eindeutig verraten, ob es dich bei der Person um einen krankhaften Narzissten handelt oder nicht. Denn besonders diese fünf Eigenschaften sind bei allen Narzissten zu finden. 1. Die Selbstverliebtheit Achtung! Auch hier gilt wieder, dass diese nicht zu verwechseln ist mit der gesunden Selbstliebe. Die Selbstverliebtheit entspricht vielmehr einer extremen Selbstverherrlichung. Er kann an keinem Spiegel vorbeigehen, ohne sich zu betrachten und eingebildet zu grinsen. Er erzählt von sich, als wäre er ein Gott. Und er will ständig allen vorführen, wie großartig er doch ist. Klingt ganz nach einem Narzissten. Die zweite narzisstische Eigenschaft ist die übertriebene Selbstbezogenheit. Narzissen sind krankhaft auf sich fixiert und lassen andere dabei komplett außer Acht. Das bedeutet, dass sich ein Narzisst immer auf sich konzentriert, andere und ihre Grenzen missachtet und jederzeit einen Vorteil für sich erlangen möchte. Er prallt mit seinen Erfolgen und lässt keine Kritik an sich zu. Alles muss sich andauernd um seine Grandiosität drehen. Ein weit bekanntes Merkmal des Narzissten ist außerdem das fehlende Einfühlungsvermögen. Wenn du einem Narzissen schon einmal begegnet bist und etwas Zeit mit ihm verbracht hast, wirst du gemerkt haben, wie sehr er auf dir herumtrampelt. Anfangs wunderst du dich vielleicht noch über sein unsensibles Verhalten. Aber mit der Zeit wird immer auffälliger, dass es ihn nicht im Geringsten interessiert, wie es dir geht. Er benutzt Mitleid höchstens, um es vorzutäuschen, dich damit zu manipulieren und schließlich das zu erreichen, was er will. Narzissen neigen zudem dazu, andere extrem abzuwerten. Der Narzisst tut alles, um möglichst gut dazustehen und sich als besser hervorzuheben. Um das zu erreichen, machte er vor nichts Halt. Er würdigt Menschen in seinem Umfeld permanent herab. Dafür schiebt er gerne die Schuld für alles auf andere und beleidigt und kränkt sie, indem er andere schlecht macht. Fühlt er sich selbst als etwas Besseres. Zu guter Letzt sind Narzissen auch äußerst empfindlich. Das, was ein Narzisst dir entgegenbringt, würde er selbst nicht im Geringsten verkraften. Er kann es gar nicht ab, wenn er nicht als perfekt dasteht. Deswegen nimmt er jede noch so kleine Kritik und selbst gut gemeinte Anmerkungen, die ihn nicht in den Himmel loben, sehr persönlich und reagiert dann gekränkt. Er wird sich daraufhin voll Hass und Wut verteidigen. All das sind die fünf markantesten Merkmale, die jeder Narzisst in sich trägt. Wenn er sowohl die übertriebene Selbstverliebtheit, die extreme Selbstbezogenheit, das fehlende Einfühlungsvermögen, als auch das permanente Abwerten und die übermäßige Empfindlichkeit bei deinem Partner oder einer anderen Person in deinem Umfeld wahrnimmst, dann spricht alles dafür, dass er ein waschechter Narzisst ist. Der Narzisstentest Ist dein Partner ein Narzisst? Nun weißt du, was Narzissmus ist und welche Merkmale einen Narzissten ausmachen und fragst dich sicher, wenn ein Narzisst in meinem Leben ist und ich mir nicht sicher bin, wie kann ich ihn entlarven? Diese zehn Fragen werden dir bei der Enthüllung helfen. 1. Wie war das erste Zusammentreffen mit deinem Partner? Gehe die Begegnung noch einmal im Kopf durch. In welcher Situation hast du ihn angetroffen? Umgeben von vielen Leuten? Von sich erzählend oder vielleicht sogar prahlend? Oder war er eher zurückhaltend und einer von vielen in der Gruppe? Als Narzisst müsstest du deinen Partner so kennengelernt haben, dass er es nicht scheut, im Rampenlicht zu stehen und vorzutragen, wie toll er doch ist. War er jedoch eher zurückhaltend oder sogar bescheiden und schüchtern? Spricht das eher dagegen, dass er ein Narzisst ist? 2. Wie lief euer erstes Gespräch ab? Wer hat hauptsächlich geredet und wovon? War er es, der das Wort ergriffen und dabei ständig von sich erzählt hat? Hat er sich auch für dich interessiert und dir Fragen gestellt? Ein war ich echter Narzisst würde dir sein Interesse nur vorspielen, um deine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt zu behalten, um dich rumzubekommen. Er hat keine Empathie und kann sich dir nicht wirklich dauerhaft zuwenden, ohne dabei von sich selbst zu erzählen. Nimmt dein Partner einen Großteil der Zeit und Aufmerksamkeit in eurer Beziehung in Anspruch? Hast du das Gefühl, dass es eigentlich die gesamte Zeit um ihn geht? Fordert dein Partner viel von deiner Zeit und Fürsorge ein und schmollt er? Wenn er sie nicht bekommt, hat er ein Anspruchsdenken, das hört sich ganz nach einem Narzissten an. In der Beziehung mit einem Narzissten gehst du unter, denn deine Bedürfnisse werden nicht erfüllt, weil er alles bestimmt. 4. Wie reagiert dein Partner, wenn er einmal nicht im Mittelpunkt steht? Wie verhält er sich, wenn er nicht bekommt, was er möchte? Wie ist er drauf, wenn er nicht beachtet wird? Tickt er vielleicht sogar vollkommen aus? Ein narzisstischer Mensch hält es nicht aus, wenn er nicht der Nabel der Welt ist. Bekommt er nicht genug Zuwendung, die ihm seiner Überzeugung nach zusteht? Dann verhält er sich wie ein verzogenes Kind. Er wird jammern. Danach wird er dir ein schlechtes Gewissen einreden und schließlich auf Beschimpfungen und unfaires Verhalten zurückgreifen. 5. Ist dir an ihm schon einmal aufgefallen, dass er vor allem ständig hervorragend dastehen möchte und seine Erfolge und Stärken übermäßig betont? Gibt er oft viel an? Ist sein Partner ein echter Blender, der alle zu jeder Zeit davon überzeugen muss, dass er der Beste in allem ist? Klingt ganz nach einem Narzissten. Er ist überzeugt davon, besser zu sein als der Rest und wird nicht müde, das immer und immer wieder zu betonen. Ganz schön eingebildet. 6. Wie behandelt dich dein Partner? Ist er liebevoll und zärtlich? Auch wenn er nichts erwartet? Oder setzt er dich unter Druck? Bereitet dir ein schlechtes Gewissen, wenn du ihm nicht gibst, was er möchte und kann er auch ganz schön unfair zu dir sein? Ein Narzisst ist nicht fähig, selbstlos zu geben. Er wird dich nur verwöhnen und sich dir zuwenden, wenn er sich davon selbst etwas verspricht. Ist dein Partner jemand, der mit miesen Tricks arbeitet und dem nichts zu schade ist, um sich durchzusetzen? Das klingt schon eher nach einer narzisstischen Person. 7. Ist dir schon aufgefallen, dass dein Partner dich oder andere öfter heruntermacht? Verurteilt er schnell und stellt ihm Misserfolge und Schwächen anderer in den Vordergrund? Kann er keinem ein gutes Haar lassen? Muss er ständig lästern und erzählen, wie armselig seine Kollegen, deine Freunde oder einfach nur Fremde auf der Straße sind? Sieht er alle als minderwertig an? Im Vergleich zu ihm selbst? Ein Narzisst kann niemanden loben oder einsehen, dass jemand in irgendeiner Sache gut oder sogar besser ist als er. Er macht alles schlecht, damit er selbst groß und mächtig dasteht. 8. Gönnt dein Partner anderen, wenn ihnen Gutes widerfährt und kann er sich mit ihnen freuen? Oder ist er neidisch und straft sie dann mit Schweigen und giftigen Kommentaren? Sich mit anderen zu freuen ist eine wirkliche Gabe. Nicht jeder kann das. Aber ein Narzisst ist ja auch unfähig, überhaupt zu akzeptieren, dass es anderen Menschen gut geht. Er macht jeden Erfolg schlecht, der nicht ihm selbst widerfahren ist. 9. Kann er mit Kritik umgehen? Oder geht er dann sofort an die Denke? Zählt hier Punkte an dir auf, die er nicht leiden kann und gibt ihr die Schuld für alles? Narzissten zeichnen sich dadurch aus, dass sie keinen Makel an sich sehen können und sich äußerst ungerecht behandelt fühlen, wenn ihnen jemand sagt, dass sie etwas falsch gemacht haben. In ihrer Vorstellung sind sie perfekt und alle anderen unfähig. Deswegen reagieren sie aggressiv und vorwurfsvoll, wenn sie kritisiert werden. 10. Kann er Fehler zugeben oder waren es immer die anderen, wenn etwas schief läuft? Da er selbst von sich glaubt, unfehlbar zu sein, übersieht der Narzisst ganz einfach seine eigenen Fehler und schiebt die Verantwortung stets anderen zu. Das kann für sein Umfeld wirklich anstrengend sein. Wenn deine Antworten auf die Fragen darauf schließen lassen, dass es hauptsächlich um deinen Partner geht und er oft im Mittelpunkt steht, dass er kritikunfähig und unfair anderen gegenüber ist und dass er niemandem außer sich selbst etwas gönnen kann, dann kannst du dir sicher sein, dass du dein Leben mit einem echten Narzissten teilst. 70 Fragen, um festzustellen, ob du mit einem Narzissten zusammen bist. Das Leben mit einem Narzissten zu teilen ist die Hölle. Vielleicht bist du mit einem solchen Menschen zusammen, aber weißt es noch gar nicht. Du wunderst dich immer öfter über sein Verhalten und fühlst dich zunehmend unwohler in eurer Beziehung. Dieses Quiz hilft dir abzuschicken, ob dein Partner ein Narzisst ist. 1. Ist er überzeugt davon, immer recht zu haben? 2. Und er irrt sich angeblich nie. 3. Ist es deinem Partner sehr wichtig, dass Menschen sich beweisen und Leistungen bringen? 4. Sieht er weniger das Individuum und die Person? 5. Übergeht er seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse? 6. Hat er Schwierigkeiten, sie wahrzunehmen? 7. Neigt dein Partner dazu, misstrauisch gegenüber dir und anderen zu sein? 8. Wird dein Partner schnell verärgert und nimmt Dinge persönlich? 9. Fallen andere bei ihm schnell in Missgunst? 10. Geht es immer um ihn und seine Angelegenheiten? 11. Interessiert sich dein Partner kaum für anderes als für das, was ihn selbst betrifft? 12. Fehlt es dir, dass dein Partner auch mal ein offenes Ohr für dich hat? 13. Ist er sehr fordernd? 14. Kommandiert er dich oft herum? 15. Macht dein Partner dich schlecht und gibt dir das Gefühl, nicht zu genügen? 16. Streitet er unfair, um seine Ziele durchzusetzen? 17. Redet dein Partner viel über sich, aber fragt nicht nach dir? 18. Schwärmt dir dein Partner stundenlang von sich vor und hebt dich gerne in den Himmel? 19. Ist er unehrlich zu dir und tischt dir Lügen auf? 20. Spielt dein Partner Machtspielchen, um dich dazu zu kriegen, was er möchte? 21. Übertreibt er gerne zu seinem Vorteil und stellt sich als besser dar, als er ist? 22. Fühlst du dich zu deinem Partner zwar hingezogen, aber gleichzeitig auch schlecht, wenn du in seiner Nähe bist? 23. Hast du manchmal Skrupel, deinem Partner zu erzählen, wie es dir wirklich geht, weil du Angst hast, dann ausgeliefert zu sein? 24. Hast du das Gefühl, deinem Partner nicht vertrauen zu können und ihn gar nicht richtig zu kennen? 25. Bist laut deinem Partner immer du schuld? 26. Ist dein Partner überzeugt davon, dass immer andere schuld sind, wenn etwas schiefläuft? 27. Sag dein Partner, dass er nie die Schuld trägt? 28. Wenn er sich falsch verhält, behauptet er dann, dass trotzdem du schuld bist, weil du ihn dazu gebracht hast? 29. Denkst du manchmal, dass du gar nicht weißt, was in deinem Partner vor sich geht und dass du ihn gar nicht wirklich kennst? 30. Hast du das Gefühl, dich vor ihm beweisen zu müssen, um seine Liebe zu verdienen? 31. Fühlst du dich neben deinem Partner klein und wertlos? 32. Verbringt er nur so viel Zeit, wie unbedingt nötig mit dir und versetzt dich oft? 33. Hat er selten Interesse an Meilensteinen deines Lebens und nimmt nicht an Terminen teil, bei denen du dir seine Anwesenheit wünschen würdest, wie zum Beispiel Weihnachtsfeiern deiner Arbeit? 34. Interessiert sich dein Partner nicht für deine Hobbys und Vorlieben, aber versucht dich immer dazu zu überreden, seinen zu folgen? 35. Haben Freunde dich schon mal vor deinem Partner gewarnt oder dir gesagt, dass er nicht der Richtige für dich ist? 36. Wirkt er auf außenstehende Personen manchmal eigenartig? 37. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass dein Partner andere ausgenutzt hat? 38. Ist es deinem Partner sehr wichtig, eigenständig, stark und sogar mächtig zu erscheinen? 39. Muss dein Partner immer im Mittelpunkt stehen? 40. Gönnt dein Partner anderen Erfolg nicht und kann nicht mit ansehen, wie es ihnen gut geht? 41. Legt er großen Wert darauf, was andere von ihm halten und, dass sie ihn gut finden? 42. Spielt dein Partner nach außen hin vor, dass bei ihm alles perfekt läuft? 43. Wunderst du dich manchmal über die Wertvorstellung deines Partners? 44. Falls du dich einmal von deinem Partner getrennt haben solltest, wie hat er reagiert? Ist er total durchgedreht und hat sich verhalten, als wärst du sein Besitz? War er extrem wütend auf dich und gestand dir keinerlei Rechte ein? 45. Schafft es dein Partner stets geschickt, das Gespräch auf ihn zu lenken? 46. Ist dein Partner herrschsüchtig und extrem eifersüchtig? 47. Hilft dir dein Partner nur, wenn das Ergebnis auch ihm zugute kommt? 48. Hast du das Gefühl, dich nicht auf deinen Partner verlassen zu können? 49. Fühlst du dich oft weit weg von deinem Partner? 50. Hast du den Eindruck, er wäre kalt? 51. Fühlst du dich oft ungeliebt von deinem Partner und wünscht es dir, er würde dir mehr Zuneigung zeigen? 52. Wenn du die Verbundenheit anderer Paare siehst, wünschst du dir das auch, aber weißt, dass das mit deinem Partner nicht möglich zu sein scheint? 53. Verhält sich dein Partner dir gegenüber anders, wenn andere dabei sind, um gut dazustehen? 54. Lässt dein Partner dich im Stich, auch wenn du ihn sehr brauchen würdest? 55. Nutzt er dich aus? 56. Fühlst du dich schuldig, wenn es deinem Partner schlecht geht? 57. Versuchst du alles, damit es deinem Partner gut geht, aber könntest das von ihm nie erwarten? 58. Hat dein Partner viele Vorurteile und lehnt Leute schnell ab, auch wegen Kleinigkeiten? 59. Interessiert sich dein Partner nicht für dich? 60. Kann sich dein Partner schlecht in dich oder andere hineinversetzen? 61. Ist es für deinen Partner unmöglich, sich vorzustellen, wie du bei ihm etwas fühlst? 62. Sieht und akzeptiert dich dein Partner nicht als eigenständige Persönlichkeit? 63. Ist dein Partner mehr darauf bedacht, was dein Verhalten bei ihm auslöst, als zu überlegen, was du ihm damit sagen möchtest? 64. Linkt dich dein Partner und spielt dir falsche Tatsachen vor? 65. Ist er sehr launisch und du weißt nie, wie er im nächsten Moment darauf sein wird? 66. Hast du das Gefühl, deinen Partner mit Samthandschuhen anfassen zu müssen, damit er nicht ausflippt? 67. Macht er aus allem einen Wettkampf und muss immer der Beste in allem sein? 68. Möchte dein Partner stets seinen Kopf durchsetzen und hält es nicht aus, wenn er nicht bekommt, was er möchte? 69. Wirft dir dein Partner oft unfaire Ausdrücke an den Kopf? 70. Macht er dich verantwortlich, wenn er einen schlechten Tag hat? 7 Warnsignale, um einen Narzissten zu entlarven und Gründe, warum wir sie oft übersehen. Wenn du dich in einem Narzissten verliebst, wirst du nicht merken, dass er einer ist. Ganz im Gegenteil. Du willst ihn für einen eleganten, zuvorkommenden und rücksichtvollen Gentleman halten. Sein wahrer Kern wird dir zuerst verborgen bleiben, bis er sich irgendwann wirklich zeigt. Aber für viele ist es dann bereits zu spät, weil sie erst, wenn sie schon bis über beide Ohren in den Narzissten verliebt sind und aufwachen und bemerken, mit wem sie da eigentlich ihr Leben geteilt haben. Rückblickend berichten viele Opfer von Narzissten, dass es sehr wohl Anzeichen gab, an denen sie ihn hätten erkennen können, an denen sie gemerkt haben müssten, mit was für einem Monster sie ihr Leben teilten und wie geschickt er sie versuchte zu manipulieren. Um sie weiterhin in den Glauben zu lassen, er sei ein lieber und perfekter Partner. Aus den Erkenntnissen der Leute, die bereits viel Leid erfahren mussten, weil ein Narzisst ihr Leben zerstört hat, können wir viel mitnehmen. Wir können aus ihren Fehlern und blinden Flecken lernen, um uns selbst vor der verwüstenden Macht der Narzissten zu schützen. Die sechs Gründe, wegen denen es fast unmöglich ist, einen Narzissten zu entlarven. In der Anfangszeit wird es dir schier unmöglich sein, zu erkennen, dass du es mit einem echten Narzissten zu tun hast. Das liegt an diesen sechs Punkten, die die Partner von Narzissten nur zu gut kennen. 1. Manipulation Narzissten haben es perfektioniert, dir eine Wirklichkeit vorzuspielen, die gar nicht existiert. Sie sind Meister im Lügen, Betrügen und Schauspieler. Sie besitzen ein sensibles Gespür für die Wünsche und Nöte anderer Menschen und diese Fähigkeit nutzen sie, um dir zu geben, was du möchtest. Zumindest denkst du das. In Wirklichkeit benutzen sie dich für ihre Zwecke, aber bevor du das merkst, haben sie dich schon komplett ausgenommen. 2. Attraktivität Ein Narzisst befindet sich meist im Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit. Denn er hat etwas an sich, das die Menschen fasziniert. Er weiß es, sich geschickt auszudrücken und andere hören ihm sehr gerne zu. Er weiß, wie gut er ankommt und was andere hören wollen. Auch du. Das nutzt er, um dich in ihm verliebt zu machen. Und hat er dich erst einmal in seinen Bann gezogen, ist es sehr schwer, auch schlechte Seiten an ihm wahrzunehmen. 3. Verführung Am Anfang jeder Liebe steht eine Menge Leidenschaft. Tag und Nacht fällt man übereinander her und verschlingt sich gegenseitig. Diese Hingabe vernebelt dir buchstäblich das Gehirn und du bist kaum in der Lage, Schwachstellen aufzuspüren. Dein Überschuss an Glücksgefühlen wird es dir sehr schwer machen, einen Narzissten in der Anfangszeit eurer Beziehung zu erkennen. 4. Vergötterung Einerseits führt es der Narzisst selbst herbei. Andererseits tragen auch die Partner von Narzissten dazu bei, dass der Narzisst der absolute Mittelpunkt in der Beziehung ist. Oft wird ein narzisstischer Partner überhöht. Der Partner idealisiert den Narzissten und sieht ihn wie einen Helden an, der perfekt ist. So werden keine Zweifel an ihm und seinem Verhalten zugelassen und es ist nahezu ausgeschlossen, dass der Narzisst enttarnt wird. 5. Erfahrung Es kann sein, dass du das narzisstische Verhalten bereits kennst, weil du früher schon einmal einen Menschen in deinem Leben hattest, der dich so behandelt hat, wie es der Narzisst tut. Eventuell hatten dein Vater oder deine Mutter ähnliche Züge, selbst wenn du damals darunter gelitten hast. Könntest du unbewusst genauso einen Menschen wiedergesucht haben, weil dir das Verhalten vertraut vorkommt und dir ein Gefühl vermittelt, das du bereits kennst. 6. Abhängigkeit Ein weiterer Faktor, der bei nahezu allen langfristigen Beziehungen zwischen einem Narzissten und einem Nicht-Narzissten auftritt, ist die Co-Abhängigkeit des Partners. Der Narzisst ist abhängig von seiner Selbstsucht und unbewusst ist auch sein Partner von hier abhängig, wenn er sich selbst als machtlos und klein erlebt. Er braucht mit seinem niedrigen Selbstwertgefühl einen Menschen, zu dem er aufsehen kann und der ihm Halt gibt. So fördert er unbeabsichtigt, dass allein der Narzisst im Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit steht. Für einen Co-Abhängigen Partner ist es unmöglich zu sehen, dass auch der Narzisst etwas Unrechtes tut, denn er würde sich selbst die Verantwortung geben, wenn etwas nicht richtig läuft und seinen narzisstischen Partner im Schutz zu nehmen. Die sieben Warnsignale, auf die du genau achten solltest, um den Narzissten zu enthüllen. Nun, da wir wissen, was uns davon abhält, den Narzissten als einen miesen Beziehungskiller zu entlarven, sollten wir uns den Anzeichen zuwenden, an denen wir erkennen, wenn wir ihm begegnen. Gerade in einer Liebesbeziehung kann sein Verhalten vernichtende Auswirkungen auf den Partner haben. Damit du nicht auch auf einen Narzissten reinfällst, achte unbedingt auf diese sieben Warnsignale. 1. Fehlendes Mitgefühl Oft sagt man Männern nach, dass sie nicht so sensibel und emotional wären, wie ihre weiblichen Mitmenschen. Trotzdem ist ein gewisses Maß an Empathie nur menschlich. Ein Narzisst hingegen besitzt nicht das kleinste Anzeichen von Mitgefühl. Er schert sich nicht darum, wie es anderen geht, denn er selbst ist der alleinige Mittelpunkt seines Universums. Er kreist nur um sich seine Wünsche und seine Bedürfnisse. Deswegen musst du besonders auf Anzeichen von Ignoranz deinen Gefühlen gegenüber achten. Ist er nicht nur trampelig, sondern interessiert es einfach nicht, wenn er deine Gefühle verletzt. Dann hast du dein erstes narzisstisches Anzeichen. 2. Überheblichkeit Ein Narzisst sieht sich selbst als absolut unfehlbar und makellos. Deswegen neigt er dazu, sich über alle anderen zu stellen. Gerne bestimmt er die Dinge und gibt anderen Anweisungen. Kritik an sich lässt er nicht zu. Er hält alle anderen für inkompetent und denkt allen Ernstes, dass sie keine Ahnung von Dingen haben. Deswegen wirkt er rechthaberisch und besserwisserisch. Wenn dir eines oder mehrere dieser Eigenschaften an ihm auffallen, solltest du hellhörig werden. 3. Anspruchsdenken Da sich der Narzisst für den absolut tollsten Menschen des Universums hält, setzt er voraus, dass sich alles und jeder um ihn kreist. Er erwartet von dir, dass du immer für ihn da bist, egal wie spät oder früh es ist, egal ob du etwas anderes vorhattest, egal wie unwichtig dir sein Anliegen vorkommt. Stehst du ihm nicht jederzeit uneingeschränkt zur Verfügung, greift er gerne auf Schuldzuweisungen zurück und bereitet dir ein schlechtes Gewissen. Achte darauf, denn das wird dich ansonsten auf Dauer zerstören. 4. Egoismus Wie bereits mehr als deutlich geworden ist, dreht sich alles im Kopf des Narzissten um ihn selbst. Ständig redet er von sich, seinen Erfolgen, seinen Zielen, seinen großartigen Erlebnissen. Andere übersieht er schlichtweg. Sie sind auch uninteressant für ihn, denn er selbst ist in seiner Vorstellung schließlich viel wichtiger. Ist dein Partner ein echter Egozentriker? Kannst du dir sicher sein, dass du es mit einem waschechten Narzissten zu tun hast? 5. Arroganz Trägt dein Partner die Nase ganz weit oben und ist immerzu damit beschäftigt, von sich selbst zu schwärmen? Erzählt er nur von seinen guten Eigenschaften, aber nie von Misserfolgen? Und, wenn er neue Leute kennenlernt, textet er sie dann mit fabelhaften Geschichten zu, in denen natürlich er die heldenhafte Hauptrolle spielt? Wenn dir dein Partner furchtbar eingebildet und arrogant erscheint, dann solltest du dir unbedingt Gedanken darüber machen, welche narzisstischen Züge er noch an sich hat und ob du diese Beziehung wirklich weiterführen willst. 6. Anerkennungssucht Narzissten brauchen die Zuwendung anderer, wie die Luft zum Atmen. Sie tun alles, um im Mittelpunkt zu stehen und von allen bewundert zu werden. Dafür schmücken sie die Wahrheit aus Lügen, dass sich die Balken biegen und Gene über Leichen. Sie benutzen ihre Freunde und Partner. Sie nehmen sie aus, bis diese am Ende ihrer Kräfte sind und verzweifeln, weil sie merken, wie sehr sie ausgenutzt wurden. Warte nicht, bis es dazu gekommen ist, sondern halte die Augen offen, bevor es passiert. 7. Kontrolle Seine Narzissten davon überzeugt sind, dass sie alles am besten wissen und die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben, neigen sie dazu, den Ton anzugeben. Sie wollen immer alles in der Hand haben und jede Situation kontrollieren. Das spiegelt sich vor allem auch in ihrer Beziehung wieder. Fällt dir auf, dass dein Partner den Großteil eurer Entscheidungen trifft und das vielleicht sogar allein und ohne dich mit einzubeziehen, solltest du unbedingt die Notbremse ziehen. Nun weißt du, worauf du achten musst, damit du keinem narzisstischen Menschen in die Falle gehst. Sei vorsichtig, damit du dich nicht manipulieren und um den Finger wickeln lässt und es zu spät ist, bis du bemerkst, dass deine ganze Liebesbeziehung eine Lüge war. Achte darauf, auf wen du dich einlässt. Lasse dich nicht ausschließlich von deinen Gefühlen leiden, sondern gehe mit wachen Augen und diesen Ratschlägen in die Beziehung. Dann wird ein Narzisst kein leichtes Spiel mit dir haben und du behältst die Kontrolle über dein Leben und dein Herz. 4. Wie ist es, mit einem Narzissten zusammen zu sein? Ein Narzisst kann keine gesunde Beziehung führen. Er ist schließlich immer darauf aus, das Bestmögliche für ihn herauszuholen und geht dabei über Leichen. So ist eine Partnerschaft für einen Narzissten nur dazu da, einem Zweck zu dienen und zwar der seiner Anerkennung. Wenn ein Narzisst eine Partnerschaft eingeht, dann nur um übermäßige Bewunderung zu erhalten und jemanden zu haben, der ihn verehrt und damit sein forderndes Ego ernährt. Er braucht Menschen um sich herum, die ihm immer wieder sagen und zeigen, wie großartig er ist und eine Partnerin hat nach seiner Auffassung ganz für ihn da zu sein und ihn anzuhimmeln. In der Kennenlernphase kann der Narzisst seinen Egoismus meist noch ganz gut verstecken und sich als wahrer Gentleman präsentieren. Er wird dich umgarnen und dir vormachen, du wärst die eine für ihn. Welche Frau hört das nicht gern? Narzissten sind Meister der Täuschung und verstehen es, ihr Opfer in ihrer Falle zu locken. Bist du erst einmal auf ihn hereingefallen und gibst dich ihm hin, ändert er Schritt für Schritt sein Verhalten. Aber bist du dahinter kommst, wie er wirklich ist, hat er dich schon so sehr in seinen Fängen, dass du kaum noch entkommst. Aus dem rücksichtsvollen, zugewandten und verständnisvollen lieben Freund wird schon bald der Mensch, der er wirklich ist. Es wird damit anfangen, dass er aufhört, dir viele Komplimente zu machen. Schnell gewöhnt er sich an dich und daran, dass du für ihn da bist und fordert es ein. Er möchte immer mehr Zuwendung, Gefallen und Anerkennung. Er wird dir ein schlechtes Gewissen einreden und dir sagen, dass du ihn vernachlässigst. So erreicht er, dass du immer mehr für ihn da bist und dich selbst vergisst. Ein eigenständiger und unabhängiger Partner passt nicht zu einem Narzissten und seinem Anspruchsdenken. Deswegen wird er dich nach und nach dazu bringen, dass du dein eigenes Leben zurückstellst, deine Hobbys und Freunde vernachlässigst und dich ganz um ihn kümmerst. Wenn du nicht aufpasst, wirst du dich dadurch immer mehr verlieren und es wird schwer für dich, wieder zu dir und deinen Wünschen und Bedürfnissen zurückzufinden. Bist du erstmal in einer Beziehung mit einem Narzissten, wird eure Partnerschaft von Aufs und Abs geprägt sein. Wenn du deinem Partner gibst, was er sich gerade wünscht, wird er lieb zu dir sein und du wirst das Gefühl haben, dass alles gut ist. Das Problem ist nur, dass ein Narzisst nie genug bekommt und sich seine Ansprüche steigern. Verhältst du dich nicht jede einzelne Sekunde so, wie er es vorsieht, bist du bei ihm unten durch und er wird dich dafür bestrafen. Er wird dich heruntermachen und unfair zu dir sein. Er wird dir Schuld einreden und dir sagen, dass du ihn unglücklich machst. Leider glauben viele Menschen ihrem narzisstischen Partner. Er hat inzwischen so viel Macht über sie und die gesamte Beziehung, dass alles von ihm und seinen Stimmungsschwankungen abhängt. Der Partner zerbricht langsam daran, aber das merkt der Narzisst gar nicht. Er ist nur auf sich fixiert und immer damit beschäftigt zu nehmen. Deine Partnerschaft mit einem Narzissten wird dein Selbstwertgefühl auf Dauer völlig zerstören. Denn du wirst hin und her geworfen und von ihm behandelt wie ein Spielball in seiner verrückten und verschobenen Welt. Er benutzt dich und du erhältst nichts zurück. Als ein gebrochenes Herz und eine kaputte Seele. Fünf Verletzungen, die dir ein Narzisst zufügen wird. Bei einer normalen Trennung wäre das Schlimmste, was einem passieren könnte, dass einem das Herz gebrochen wird. Wenn du mit einem Narzissten zusammen warst, sieht das Ganze allerdings etwas anders aus. Ein gebrochenes Herz ist keine Kleinigkeit. Das wissen wir wahrscheinlich alle. Die meisten kennen diesen Schmerz und wissen, wie hart es ist, verlassen zu werden und das Gefühl zu bekommen, nicht gut genug gewesen zu sein. Dies ist eines der schmerzhaftesten Gefühle, die wir fühlen können. Manche denken, dass es nicht schlimmer kommen könnte. Wenn du aber schon einmal mit deinem Narzissten zusammen warst, weißt du, dass es noch schlimmer kommen kann. Hier sind die fünf schmerzhaftesten Dinge, die dir höchstwahrscheinlich in einer Beziehung mit deinem Narzissten passieren werden. Eins. Er wird dich erniedrigen. Zu Anfang versuchen Narzissten immer, ihren Partner zu erniedrigen. Sie tun es, ohne dass ihr Partner es überhaupt realisiert. Der Partner ist meist völlig ahnungslos und versteht überhaupt nicht, was gerade falsch läuft. Narzissten haben ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Sie können sich so, wie sie sind, nicht annehmen. Aber nach außen hin fällt dies kaum auf, denn sie verhalten sich oft so, als würden sie nur vor Selbstbewusstsein sprühen. Sie fühlen sich tief im Innern, aber nicht so. Und sie möchten, dass du dieses Gefühl mit ihnen teilst. Darum ziehen sie dich immer wieder auf ihr Niveau herunter. Du bist eine unabhängige, starke Frau und genau das wissen sie auch. Darum versuchen sie, dein eigenes Selbstbild zu verzehren. Du wirst dadurch unsicher werden und dich selbst anzweifeln. Zwei. Er wird eine Methode anwenden, die sich Gaslighting nennt. Ein Narzisst wird höchstwahrscheinlich eine Methode anwenden, die sich Gaslighting nennt. Bei dieser Methode versucht er dich so zu manipulieren, dass du deinen eigenen Verstand in Frage stellst. Er gibt dir das Gefühl, dass du die Verrückte von euch beiden bist. Und er weiß ganz genau, dass es eigentlich umgekehrt der Fall ist. Du zweifelst plötzlich an deinen eigenen Taten und Worten. Denn er lügt dich an und überzeugt dich auf diese Weise davon, dass du denkst, dass du einen Fehler gemacht hast und nicht er. Dies ist der Moment, wenn du selbst von dir überrascht bist, dass du dich bei ihm entschuldigst, obwohl du zuerst dachtest, dass dich absolut keine Schuld trifft. Er hat dich schlichtweg dazu gebracht, zu glauben, dass du dich entschuldigen musst. 3. Er wird die Schuldgefühle machen wollen. Ein Narzisst wird keine Verantwortung übernehmen wollen. Er wird also niemals zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Er wird nicht den Schuldigen spielen und schon gar nicht seinem Opfer zeigen, dass er nachgibt. Narzissten verhalten sich auf einer für andere Menschen, vor allem für ihre Partner, toxischerweise. Sie wollen, dass du davon überzeugt bist, dass du selbst an allem schuld bist und die Verantwortung für die gesamte Beziehung trägst, und zwar du allein. Am Anfang bist du wahrscheinlich noch klar in deinem Kopf. Du weißt ganz genau, wie er versucht, die Dinge zu verdrehen und bleibst dir selbst treu. Aber nach einer Zeit wird es immer schwerer werden, seine Manipulationsversuche zu durchschauen. Du bekommst plötzlich Schuldgefühle und weißt gar nicht, wo diese auf einmal herkommen. Du denkst, dass du an dir selbst arbeiten musst, um die Beziehung zu retten und nimmst daher alles Schuld auf dich. Manchmal wird er dich vielleicht um Vergebung bitten, aber er wird dich immer auf einer manipulativen Art und Weise dazu bringen, zu denken, dass du ihn dazu getrieben hast. Er verdreht die Dinge so, dass es am Ende immer deine Schuld ist. Dies ist ein Masterplan. Und du verlierst dich immer mehr und denkst, dass du es so verdient hast. 4. Er wird versuchen, deine Seele zu zerstören. Ich weiß, dass sich das ziemlich hart anhört, aber es ist die Wahrheit. Narzissten hören niemals auf, die Herzen anderer Menschen zu brechen, ganz egal, ob sie sagen, dass sie dich lieben oder nicht. Sie haben das Bedürfnis, deine Seele zu zerstören und dich zu vernichten. Sie werden deinen Geist mit ihrer Negativität belasten und es wird dich fertig machen. Nachdem du mit einem Narzissten zusammen warst, wird es dir schwerfallen, dich selbst wiederzuerkennen. Du hast das Gefühl, dass du deine ganze Lebensfreude verloren hast. Es scheint fast so, als hätte dieser Mensch deine Persönlichkeit ausradiert und eine leere Hülle zurückgelassen. Denn du hast dich bei dem Versuch, die Beziehung zu ihm aufrechtzuhalten, völlig verloren. Er hat eine deutliche Spur in deiner Persönlichkeit hinterlassen. So, dass Menschen in deiner Umgebung dies sogar anmerken. 5. Er wird deinen Glauben an dich zerstören. Es ist absolut nicht leicht, einen Narzissten zu verlassen. Ich weiß, dass es eines der schwierigsten Aufgaben ist, die man vor sich hat, wenn man schon seit langem am Boden ist und sich selbst nicht mehr wiedererkennt in dieser Beziehung mit diesem toxischen Menschen. Aber du weißt auch, dass du das tun musst, denn du hast alles versucht und es hat dich zu viel gekostet. Nach der Trennung wird ein Heilungsprozess in Gang gesetzt, der, die den Glauben an die Männer oder vielleicht sogar an die gesamte Menschheit zurückgeben wird. Es ist ein großer Schaden in deinem Inneren entstanden. Denn du hast aufgehört, an dich zu glauben und du denkst, dass jedermann dich wieder so behandeln wird. Und das Schlimmste ist, dass es unheimlich schwer für dich sein wird, wieder einem Menschen zu vertrauen. Dein nächster Partner wird es also nicht leicht mit dir haben. Dein narzisstischer Partner hat dich in dem Glauben zurückgelassen, dass du nicht geliebt werden kannst. Nicht einmal du selbst kannst dich noch lieben. Mit diesen fiesen Tricks arbeiten Narzissten. Wer kennt sie nicht? Diese Art von Menschen. Sie sind oft übertrieben selbstbewusst, mutig und dominieren sofort jeden Raum, den sie betreten. Sie halten sich selbst für absolut grandios und lassen jeden anderen ihre eigene Dominanz natürlich auch spüren. Sehr oft konzentrieren sie sich stark auf ihr Äußeres und sind eitel. So mancher von diesen Menschen, die Rede ist von Narzissten, ist aber auch äußerst unhöflich und geht sofort auf Angriff, falls es jemand auch nur wagt, deren Überlegenheit auch nur in Frage zu stellen. Offene Narzissten lassen sich glücklicherweise meist sehr leicht durchschauen, so dass du ihnen problemlos aus dem Weg gehen kannst. Etwas anders sieht die Situation bei den sogenannten verdeckten Narzissten aus. Diese wirken nach außen hin oft introvertiert, vielleicht sogar schüchtern, erscheinen gegenüber ihrer Umwelt alt, bescheiden und zeigen nicht selten sogar ein großes Herz. Genau diese Eigenschaften machen es ihnen umso leichter, dich zu verführen, weil sie sympathisch und liebevoll wirken. In die Falle gegangen. Hinter ihrer ruhigen und sensiblen Fassade verbirgt sich jedoch das Gefühl tiefer Verachtung gegenüber ihrer Mitmenschen. Für dich als Opfer sind diese Charakteristika jedoch noch schädlicher, als wenn du auf einen offenen Narzissten hereingefallen bist, weil dich diese erschreckende Erfahrung nicht selten sogar traumatisieren kann. Denn ein verdeckter Narzisst geht mit einer wohldurchdachten Taktik vor. Er will sein Opfer nämlich auf eine versteckte Art erniedrigen, weshalb der Missbrauch und die Manipulationen nicht unbedingt offensichtlich sind. Wenn du auf einen verdeckten Narzissten hereingefallen bist, wirst du psychischer Gewalt also völlig unvermutet ausgesetzt. Typische Manipulationstechniken eines verdeckten Narzissten Ein verdeckter Narzisst erniedrigt sein Gegenüber, wenn er sich durch eine Person, die er möglicherweise begehrt, in seinem Status, in den Leistungen oder durch andere Eigenschaften bedroht sieht. Zunächst einmal will der verdeckte Narzisst sein Opfer vom Sockel stoßen. Zugleich bietet er ihm aber die Möglichkeit, wieder aufzusteigen. Zunächst einmal macht er deshalb ein vermeintlich süßes Kompliment, schiebt aber direkt und unmittelbar eine Erniedrigung hinterher. Oder aber er beleidigt sein Opfer durch Kritik und schiebt dann ein Kompliment nach. Du bist hier als Opfer natürlich erst einmal komplett irritiert. Der verdeckte Narzisst verpackt seine Kritik also so, dass sie berechtigt erscheint. Langfristig erreicht der Narzisst damit, dass ihn sein Opfer irgendwann für jede einzelne Handlung um Erlaubnis fragt. Auch gemischte Nachrichten sind für einen verdeckten Narzissten nicht untypisch. In diesem Fall spricht er scheinbar harmlose Worte mit einem bedrohlichen Unterton aus oder auf deine Kosten einen scheinbaren humorvollen Witz macht, wobei sein Blick pure Verachtung ausdrückt. Logischerweise wird der verdeckte Narzisst abstreiten, dass er negative Absichten verfolgt. Als Opfer musst du dir jedoch darüber im Klaren sein, dass der Narzisst mit seinem Verhalten stets schlechte Absichten verfolgt. Sehr oft benutzen verdeckte Narzissten auch eine Art kodierter Sprache. So ist es durchaus möglich, dass er dich vor deinen Freunden erniedrigt, indem er etwas ins Lächerliche zieht, von dem er weiß, dass du empfindlich darauf reagierst. Deine Freunde wissen das aber nicht unbedingt. Sobald du einem verdeckten Narzissten vertraust, wirst du mit ihm sicherlich auch über deine Schwächen reden. Das wiederum nutzt der Narzisst gnadenlos aus, um dich bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu erniedrigen. Zudem provoziert er damit Reaktionen von dir, die einem Außenstehenden Beobachter als völlig übertrieben erscheinen. Er selbst steht dann natürlich als unschuldig da, obwohl er deine überzogene Reaktion überhaupt erst provoziert hat. Warum machen Narzissten das? Im Grunde reagieren verdeckte Narzissten lediglich auf die Unsicherheit ihres Opfers. Du bemerkst als Opfer vermutlich nicht einmal, dass er der eigentliche Täter ist. Du siehst also auch keine Möglichkeit, um der Beziehung ein Ende zu setzen. Das geht so weit, dass du irgendwann anfängst, deinen Realitätssinn zu verlieren und den Lügen des Narzissten glaubst. Dann hat er sein eigentliches Ziel erreicht, weil er für dich eine völlig verzerrte Realität geschaffen hat, in der du voll und ganz von ihm abhängig bist. Wie solltest du dagegen vorgehen? Steckst du in einer Situation wie beschrieben, solltest du keinesfalls darauf eingehen. Wenn der Narzisst dich kritisiert, ruf dir besser in Erinnerung, was du selbst schon geleistet hast und beende das Gespräch auf dem schnellsten Weg. Denn wenn du auf eine Erniedrigung emotional reagierst, wird der Narzisst die Information, die du ihm damit übermittelst, für eine erneute Provokation ausnutzen. Reagierst du in der Öffentlichkeit auf seine Provokation, kannst du sogar davon ausgehen, dass er diese Reaktion als Beweis dafür anführen wird, dass du instabil bist. Verhalte dich in diesem Fall also lieber ruhig und besprich die offensichtlichen Probleme mit dem Narzissten besser privat. Wenn Situationen verwirren, zwar hat der verdeckte Narzisst versucht, dich niederzumachen, jedoch wird er das abstreiten und dich von dieser Tatsache ablenken. Er wird alles machen, damit dir das Geschehen erst gar nicht bewusst wird. Er will dich also verwirren, weil er davon ablenken möchte, dass er danach bestrebt ist, Macht und Kontrolle über dich zu erlangen. Der verdeckte Narzisst will also von seinem eigenen Verhalten ablenken und deine Aufmerksamkeit auf dein eigenes Verhalten lenken wollen. Beispielsweise, indem er zunächst einen harten Kommentar, gefolgt von einem Kompliment, ablässt. Dadurch, dass der Narzisst ständig zwischen Vergnügen und Schmerz pendelt, verbirgt er die Tatsache, dass er dir ständig die Schuld zuschiebt. Konfrontierst du ihn mit seinem Verhalten, wird er vermutlich sehr schnell das Gesprächsthema wechseln. Betrachte nicht die Situation im Augenblick, sondern das langfristige Verhalten des Narzissten. Dies ist sehr viel aufschlussreicher, weil im Augenblick ohnehin nur Widersprüche vorherrschen. Will der Narzisst vom Gesprächsthema ablenken, wiederhole einfach die Tatsachen und gib ihm keine Chance dazu, dich erneut zu missbrauchen. Deine Erfolge zählen nicht. Sobald du etwas erreicht hast, worauf du stolz bist, lenkt der Narzisst die Aufmerksamkeit auf etwas völlig Unwichtiges. Damit will er deinen Erfolg minimieren. Doch genau diese Taktik kann dir auch dabei helfen, zu erkennen, ob sich in deinem Umfeld ein Narzisst befindet. Denn andere Menschen gratulieren dir, wenn du einen Erfolg feiern kannst. Von einem Narzissten hingegen kannst du allenfalls ein vergiftetes Kompliment erwarten. Der verdeckte Narzisst macht das allerdings aus einem guten Grund. Er will damit die Unstimmigkeit, die zwischen seinem wahren Selbst und dem falschen Selbstverständnis besteht, aus dem Weg räumen. Du solltest dich besser erst gar nicht auf den Neid des Narzissten einlassen, sondern auf jene Menschen konzentrieren, die dir gut tun. Diese Taktik der Minimierung ist nämlich im Grunde nur das Eigengeständnis eines Narzissten über seine eigene Unzulänglichkeit. Er fühlt sich von dir bedroht und kaschiert dies mit einem falschen Überlegenheitsgefühl. Am einfachsten nimmst du einem Narzissten also durch Selbstbestätigung und Selbstliebe den Wind aus den Segeln. Empath und Narzisst Warum diese Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. Es gibt in Beziehungen wohl keine schlimmere Kombination als die eines Empathen mit einem Narzissten. Und trotzdem fühlen sich viele empathisch veranlagte Menschen geradezu magisch zu Narzissten, weshalb diese auch deren bevorzugte Opfer sind. Und in die Opferrolle werden Empathen, die eigentlich sehr starke Menschen sind, auch immer wieder gedrängt. Denn während sich ein Empath, der sich verliebt nach der großen ewigen Liebe sehnt, liebt der Narzisst im Grunde nur sich selbst. Das heißt, der Empath zeigt seine Liebe und macht alles für die Beziehung. Vom Narzissten kommt dagegen nichts zurück. Das hat einige gute Gründe und es gibt auch typische Dinge, die im Zusammenleben dieser unterschiedlichen Persönlichkeiten geschehen. Warum sind Empathen für Narzissten so anziehend? Charakteristisch für alle Empathen sind gewisse Eigenschaften, die diesen Persönlichkeitstyp für Narzissten so anziehend macht. Das sind Vertrauen. Empathen haben ein offenes Herz und vertrauen dem Menschen, den sie lieben, bedingungslos. Ein Narzisst weiß aber sehr wohl, wie er mit dem Partner umgehen muss, damit dieser sich bei ihm geborgen fühlt. Der Partner vertraut ihm jedoch bedingungslos, woraufhin der Narzisst hinter dem Rücken des Partners immer wieder Dinge macht, die diesen verletzen. Der Narzisst schafft es aber immer wieder, das Vertrauen des Partners zurückzugewinnen. Der Empath befindet sich also in einem Teufelskreis, der sich über Jahre und Jahrzehnte hinziehen kann. Ehrlichkeit Empathen zeichnen sich durch absolute Ehrlichkeit in allen Lebenslagen aus. Narzissten hingegen sind nur insoweit ehrlich, als sie einen Nutzen davon für sich haben. Für den Narzissten ist die Ehrlichkeit des Empathen eine Schwäche, die er auch gnadenlos ausnutzt. Anstand Empathen sind gutmütig und anständig, weshalb sie auch besonders anfällig für die Schmeicheleien eines Narzissten sind. Die Komplimente und Geschenke sieht der Narzisst dagegen nur als Bestechungsgeld an, um den Empathen an sich zu binden. Treue Weil Empathen ein hohes Ideal vom Begriff Treue haben, ist sich der Narzisst sicher, dass der Partner stets bei ihm bleiben wird, ganz gleich, wie oft der Narzisst seinen Partner verletzt. Der Wunsch nach Verständnis und Hilfe Der Empath möchte verstehen, warum der Narzisst so ist, wie er ist und macht sich dabei auch auf die Suche nach unmöglichen Ursachen. Der Empath möchte dem Narzissten also helfen und hegt die Hoffnung, dass sich die zwischenmenschliche Beziehung im Lauf der Zeit verbessern wird. Das wird sich jedoch nicht ändern, weil der Narzisst auch diese Eigenschaften bestens für seine Zwecke ausnutzt. Die typische Charaktereigenschaft eines Narzissten hingegen besteht darin, dass er andere manipulieren und gegebenenfalls auch niedermachen möchte. Empathen hingegen wissen oft nicht, worauf sie sich einlassen, wenn sie eine Beziehung mit einem Narzissten eingehen. Typische Dinge, die in einer Beziehung zwischen einem Empathen und einem Narzissten passieren. 1. Weil der Narzisst dem Empathen ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt, spürt dieser zwangsläufig eine starke Verbindung zum Partner, selbst wenn der Narzisst diese Gefühle nicht erwidert und nicht im geringsten zeigt, dass er für den Partner etwas empfindet. 2. Ein Empath liebt die Dinge und genießt es, wenn sich der Partner gut fühlt. Allerdings hat der Empath dadurch ein Problem. Je mehr Fürsorge und Liebe er dem Partner entgegenbringt, umso größer ist dessen Kontrolle und Macht über den Empathen. 3. Zunächst vermittelt der Narzisst entgegen der tatsächlichen Realität das Gefühl einer funktionierenden Beziehung. Allerdings dreht er jedes Gespräch so, dass es sich ausschließlich um ihn statt um das Paar oder gar den Partner dreht. 4. Schließlich beginnen die Manipulationen durch den Narzissten, bis im Partner starke Selbstzweifel erwachsen. Das macht er im Gespräch mit klassischen Sätzen wie Das bildest du dir nur ein. 5. Nachdem die mentale Stabilität des Partners geschwächt ist, hat der Narzisst die Kontrolle über die Beziehung und das zeigt er auch. Er vermittelt dem Empathen, dass dieser in allen Lebenslagen auf ihn angewiesen ist und ihn kein anderer Mensch mögen würde. 6. Durch die Kontrolle und die Manipulationen entstehen beim Empathen in vielen Fällen Angst und Depressionen. Dadurch wiederum wird das Gefühl verstärkt, dass jener den Partner braucht, um sich gut zu fühlen. Das ganze Leben des Empathen dreht sich also nur noch um den Narzissten. 7. Der Narzisst greift den Empathen und dessen persönliche Realität kontinuierlich mit Worten und Taten an. Nicht selten verliert der Empath daraufhin seine Lebensfreude und die gewohnte Normalität, weil angeblich alles, was er macht, falsch sein soll. Fühlt er sich wertlos und unzulänglich. 8. Die Belastungsgrenze ist schließlich erreicht, wenn der Empath gewissermaßen eine andere Person geworden ist und ihre Persönlichkeit von Freunden und Familienmitgliedern nicht mehr erkannt wird. 9. Weil der Empath allmählich registriert, dass seine Bedürfnisse völlig vernachlässigt werden, kommt es schließlich zu Konflikten. Der Grund? Der Empath fordert seine Bedürfnisse ein, was der Narzisst jedoch als egoistisch abtut. 10. Schließlich zerbricht die Beziehung, worunter vor allem der Empath leidet. Er gibt sich selbst die Schuld am Scheitern der Beziehung und glaubt, er habe versagt. Denn all die Manipulationen des Narzissten sind zumindest noch im Unterbewusstsein vorhanden. Dies erkennt der Empath aber erst nach einer gewissen Leidensphase. 11. Während der Empath einsieht, dass seine Seele in der Beziehung beschädigt wurde, ist dies nicht der Fall. Der Empath kann also im Lauf der Zeit seine Wunden heilen lassen, während der Narzisst schon längst auf der Suche nach einem neuen Opfer ist oder schon eines gefunden hat. 11. Fazit Eine Beziehung zwischen einem Empathen und einem Narzissten ist im Grunde schon zum Scheitern verurteilt, bevor sie überhaupt begonnen hat. Empathisch veranlagte Menschen sind also besser beraten, einen großen Bogen um Narzissten zu machen und sich erst gar nicht auf eine engere Beziehung einzulassen. In diesen 27 Schritten läuft die Beziehung eines Empathen und eines Narzissten ab. Wenn du ein Empath bist, fühlst du intensiv und bist empfindsam. Du fühlst dich in andere ein und sie beeinflussen dich oft auch, ohne dass du es bemerkst. Narzissten sind so ziemlich das Gegenteil davon. Ein Narzisst ist total auf sich selbst bezogen und interessiert sich nicht für andere. Was passiert, wenn diese zwei Menschen eine Beziehung eingehen, zeigen die nächsten 27 Schritte. Der Anfang 1. Der Empath und der Narzisst gehen eine Beziehung ein. Der Empath ist überglücklich, jemanden zu haben, dem er seine Zuneigung schenken kann. Die Nähe des Narzissten reicht ihm vollkommen aus, dass er sich total verliebt und erfüllt fühlt. Der Narzisst tut dagegen wenig, um dem Empathen zu zeigen, dass er ihn liebt. Aber das merkt der Empath nicht. 2. Die Liebe und die Verbindung wird stärker, zumindest glaubt das der Empath. Er beginnt, sich voll und ganz in die Beziehung zu geben. 3. Die völlige Hingabe des Empathen ist genau das, was der Narzisst erreichen will. Er tut alles, um die Kontrolle zu haben. Er spielt dem Empathen vor, dass sie eine unzerstörbare Beziehung haben, die er genau so sehr möchte, wie der Empath. Aber das ist nur gespielt. 4. Nun fängt der Narzisst an, den Empathen klein zu machen. Er kritisiert ihn, anfangs nur ganz leicht und harmlos, indem er ihm vermittelt, er wolle ihn ja nicht verletzen. Aber der Narzisst hat ihm mehr auszusetzen und gibt dem Empathen das Gefühl, er könne nichts richtig machen. 5. Der Empath glaubt, dass er nicht viel zustande bringt und froh sein kann, den Narzissten zu haben. So wird er immer abhängiger vom Narzissten. 6. Der Narzisst übernimmt nun jede Entscheidung und bestimmt alles. Er hat die völlige Kontrolle über die Beziehung. 7. Der Empath wird weiterhin sehr einfühlsam sein und alles für den Narzissten tun. Denn er sieht nicht, was dieser mit ihm macht. Alles dreht sich für den Empathen nur um den Narzissten und er empfindet es als seine Hauptaufgabe, diesen glücklich zu machen. Für ihn da zu sein und ihm jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. 8. Der Narzisst verstärkt das. Indem er den Empathen manipuliert und sich darstellt, als bräuchte er noch mehr Zuwendung, worauf der Empath natürlich gerne eingeht. 9. Der Empath wird dem Narzissten aber nie mit seiner Liebe helfen können. Das weiß er nun leider nicht. Die tiefen Verletzungen im Innern des Narzissten werden durch das hingebungsvolle Herz des Empathen nicht geheilt werden können. 10. Der Empath wird immer kleiner und steckt seine eigenen Bedürfnisse zurück. Er möchte dem Narzissten helfen und ihn glücklich machen und versucht deswegen alles zu tun, was der Narzisst möchte. 11. Der Narzisst wird so immer noch mächtiger in der Beziehung. Die zweite Illusion. 12. Der Empath wird zunehmend unglücklicher und erwacht schließlich irgendwann. Er bemerkt, dass er seine Bedürfnisse komplett zurückgesteckt hat und wie sehr ihn das belastet. Er redet darüber mit dem Narzissten. 13. Das stößt dem Narzissten sauer auf. Er gibt dem Empathen das Gefühl, nicht richtig zu sein oder zu übertreiben. Er versucht den Empathen runterzumachen, um wieder die Macht zu erlangen. 14. Diese Situation ist für den Empathen fast nicht auszuhalten. Er fühlt sich nun unglaublich schuldig und als wäre er wertlos, weil er dem Narzissten so ungerecht gegenüber war. So denkt er zumindest. 15. So wird der Empath ein zweites Mal illusioniert und ausgenutzt. Ohne dass er es merkt. 16. Der Empath wird nie Erfolg damit haben, mit dem Narzissten ein Gespräch über seine Gefühle zu führen. Immer endet es damit, dass der Empath sich schuldig fühlt und der Narzisst ihm vermittelt, dass er alleine Recht hat. 17. Das zerstört den Empathen langsam, aber sicher. Er fühlt sich unsicher und als wäre er nicht richtig. Es breitet sich ein tiefer Schmerz in ihm aus, der nicht so schnell wieder verschwinden wird. 18. Das Erwachen. 18. Irgendwann erkennt der Empath, dass der Narzisst seine Liebe nicht verdient hat und dass sein ganzer Aufwand dem Narzissten nicht helfen wird. Er wird lernen, nicht jedem zu vertrauen. 19. Langsam geht dem Empathen ein Licht auf. Dass der Narzisst sich nie ändern wird und dass er nur immer schlimmer wird. 20. Und er sieht ein, dass er die Vorstellung, dem Narzissten helfen zu können, loslassen muss, damit beide ihre eigenen Wege gehen können. 21. Der Empath bemerkt, dass er derjenige ist, den die Beziehung zerstört hat und dass er sich jetzt selber helfen muss. 22. Der Empath beendet schweren Herzens die Beziehung und bleibt gebrochen zurück. 23. Für den Narzissten ist es, als wenn nichts gewesen wäre und schnell hat er die Beziehung hinter sich gelassen und auch alles, was der Empath ihm Wertvolles entgegengebracht hat. 24. Für den Empathen wird es nicht so einfach sein, damit abzuschließen. Aber mit viel Selbstreflexion und harter Arbeit an sich kann er lernen, sich wieder anzunehmen und das Vergangene zu akzeptieren. 25. Der Narzisst geht seinen Weg weiter und wird schnell wieder jemanden finden, den er verführen und manipulieren kann. Er hat sich nicht ein bisschen verändert. 26. Der Empath hingegen wird durch diese Erfahrung wachsen, stärker werden und gelernt haben, zweimal hinzusehen, wem er sein Herz schenkt. 27. Man sagt, dass Empathen die Heiler der Nation seien. Das Helfen ist in sie hineingelegt und ihre Lebensaufgabe. Mit ihrem guten Herz und ihrer hingebungsvollen Liebe bringen sie etwas sehr Wertvolles in unsere Welt. Ein Narzisst wird das nicht vollkommen zerstören können, aber er wird es auch nie zu schätzen wissen. 25. Warum gerate ich immer wieder an einen Narzissten? Hat sich herausgestellt, dass du dich wirklich in einer Beziehung mit einem Narzissten befindest oder früher einmal befandst? Fragst du dich vielleicht, wie es dazu kommen konnte, dass du dich auf einen solch falschen Menschen eingelassen hast? Warum hast du nicht erkannt, was für eine Person wirklich hinter dieser Maske gesteckt hat und wieso hast du seine miesen Spielchen so lange mitgemacht? Vielleicht hast du so etwas sogar schon einmal erlebt und bist nun wieder an einen narzisstischen Menschen geraten. Wie kann es sein, dass du dir immer den Falschen aussuchst, wo es doch auch so viele gute Kerle auf der Welt gibt? Hast du einfach nur unglaubliches Pech oder machst du vielleicht etwas falsch bei der Partnerwahl? 26. Dazu musst du wissen, dass der Narzisst eine bestimmte Sorte Mensch als seinen Partner bevorzugt. Nicht jede könnte eine Beziehung mit einem Narzissten führen, denn das verlangt einem wirklich viel ab. Deswegen sind besonders die Menschen häufig in einer narzisstischen Partnerschaft, die sowohl stark als auch selbstlos sind. Wahrscheinlich bist du eine Person mit einem großen Herzen. Du bist immer für andere da und kümmerst dich gerne. Genau diese Menschen mit dem sogenannten Helfer-Syndrom sucht sich der Narzisst aus. Er braucht schließlich jemanden, der ihn und sein großes Ego umsorgt. Zudem gehört ein beträchtliches Maß an Selbstlosigkeit dazu. Ein Mensch, der egoistisch ist, würde gar nicht zu einem Narzissten passen, denn zwei von der Sorte würden nur aneinander geraten und das würde in einen ständigen Revierkampf ausarten. Daher braucht der Narzisst jemanden, den er kontrollieren kann, der ihm gefügig ist. Auch hier trifft das vor allem auf Liebe und rücksichtsvolle Menschen zu. Also Personen, die das ganze Gegenteil eines Narzissten sind. Er baut auf einfühlsame Charaktere, denn er zieht aus dem Mitleid der anderen Person viel Kraft und baut sich damit auf. Vielleicht denkst du nun, dass du zwar eine sehr liebe und hingebungsvolle Person bist, aber nicht so unterwürfig und klein, wie ein Narzisst seinen Partner haben möchte. Wahrscheinlich bist du sogar eine sehr starke und selbstbewusste Person, die fest im Leben steht. Auch wenn es anfangs nicht den Eindruck macht, passt diese Eigenschaft doch sehr gut zu einem Narzissten. Man braucht eine gewisse Stärke, um das Verhalten eines Narzissten auszuhalten und immer wieder darauf zu vertrauen, dass er sich bessern wird. Ein Narzisst ist nichts für schwache Nerven. Wenn du also ein Mensch bist, der an das Gute glaubt, die Hoffnung nicht so leicht aufgibt und seine Stärke dafür einsetzt, anderen zu helfen und für sie da zu sein, dann bist du tatsächlich der perfekte Kandidat für den Narzissten, ohne es zu beabsichtigen. Es kann sein, dass du narzisstische Persönlichkeiten immer wieder anziehst, ohne es zu merken, weil du einfach ein wirklich guter Mensch bist, der die Welt ein Stückchen besser machen möchte. Leider wirst du das bei einem Narzissten aber nicht erreichen können. Aus diesen drei Gründen ziehen intelligente Frauen toxische Partner an. Eine Frau, die sich auf einen toxischen Partner einlässt, hat nicht unbedingt niedrige Ansprüche. Viele Frauen, die mit Verlierern zusammen sind, haben eigentlich viel Verstand und ein großes Herz. Trotzdem fallen sie immer wieder auf diese Art von Männern her ein. Und es kommt noch schlimmer. Sie ziehen sie quasi magisch an, wie ein Magnet. Man fragt sich, warum diese Frauen so lange in diesen Beziehungen bleiben, obwohl sie ihnen gar nicht gut tut. Sie hätten doch etwas viel Besseres verdient. Aber stattdessen lassen sie sich wie Dreck behandeln. Sie beschweren sich ständig über ihren Mann, aber schaffen es auch nicht, die Beziehung loszulassen. Wie kann es sein, dass solche intelligenten Frauen gegen ihr eigenes Wohlergehen handeln und sich das gefallen lassen? Und wieso landen sie ständig in diese toxischen Beziehungen? Von Frauen, die intelligent sind, wird nicht erwartet, dass sie niedrige Ansprüche in Beziehungen haben, da sie in allen Bereichen in ihrem Leben hohe Ansprüche haben. Scheinbar ist das aber so. Und natürlich werden Frauen mit niedrigen Ansprüchen schneller von Männern abhängig als Frauen mit hohen Ansprüchen. Aber warum lassen sie sich von ihrem Mann behandeln und sehen nicht, dass dies toxisch für sie ist? Das ist eine komplizierte Sache. Zuerst einmal muss man verstehen, dass dies nichts mit Schwäche zu tun hat. Im Großen und Ganzen gibt es genau drei plausible Gründe dafür. 1. Starke Frauen zeigen Leistung. Auch in ihren Beziehungen. Da erfolgreiche Frauen wissen, dass sich ihre Mühe und ihr Fleiß irgendwann auszahlt, stecken sie sehr viel Energie in ihre Beziehungen. Sie sind nun einmal erfolgreich, weil sie Arbeit in eine bestimmte Sache gesteckt haben. Und das Gleiche tun sie auch für ihre Beziehungen. Ihre Arbeitseinstellung wird somit auf ihr Liebesleben übertragen. Besonders dann, wenn die Frau sehr empathisch ist, wird es höchst problematisch. Denn sie wird anfangen, verstehen zu wollen, warum er so ist, wie er ist und sich nur noch schwerer von ihm lösen können. Irgendwann überwiegt dann ihr Verständnis für seine Bedürfnisse und auf der anderen Seite schrumpft ihr Verständnis für ihre eigenen Bedürfnisse. Und somit wird sie immer weitergeben und geben und geben und sich dabei selbst völlig außer Acht lassen. 2. Toxische Männer werden von erfolgreichen Frauen angezogen. Selbst wenn die Beziehung toxisch ist, heißt das noch lange nicht, dass der Partner keine guten Eigenschaften haben kann. Oft ist der Partner sehr lustig und charmant und zeigt dies besonders am Anfang der Partnerschaft. Wenn Frauen sich an eine toxische Beziehung klammern, könnte man denken, dass sie schwach sind. Aber erfolgreiche Frauen sind das keineswegs. Sie landen gerade deshalb bei ihren Partnern, weil sie so stark sind. Erfolgreiche Frauen werden von krankhaft egozentrischen Männern nämlich gebraucht. Diese Männer brauchen eine starke Frau, die ihnen viel geben kann. Darum treffen solche Frauen auch so oft auf toxische Männer. Toxische Männer brauchen diese Frau, weil sie ihr zerbrechliches Ego wiederaufbauen kann, wenn es darauf ankommt. Sie möchten, dass sich ihre Partnerin um sie kümmert, weil sie selbst nicht können. Eine Frau, die ihren Mann versteht und seine Bedürfnisse stillt, ist genau das Richtige für solche Art von Männern. Außerdem möchten sie eine unabhängige Frau haben, die sich um sich selbst kümmern kann. Denn toxische Männer sind dazu eher nicht in der Lage. Die Frau bekommt für ihren Aufwand rein gar nichts im Gegenzug. Außer, dass dieser Alphamann vielleicht lustig, aufregend und geistreich ist. Sie bekommt daher das Gefühl, dass es mit ihm nie langweilig wird. Denn es ist ja immer witzig und spannend mit ihm. Das macht die Sache meist noch komplizierter. Oft ist es auch so, dass ein toxischer Mann seiner Partnerin kurzzeitig viel Aufmerksamkeit schenkt und sie dann wieder fallen lässt. Von diesen Momenten lebt die Beziehung. Denn immer dann, wenn die Frau die Hoffnung schon fast aufgegeben hat, kommt er wieder zurück zu ihr und putscht die Beziehung für eine Weile wieder auf. Drei. Sie hat ein tolles Sexleben mit ihm. Der dritte Punkt verkompliziert das Ganze am meisten. Denn es ist bekanntlich schwer, gutem Sex und leidenschaftlichen Begegnungen zu widerstehen. Die meisten Menschen zeigen ihre toxische Seite zu Beginn gar nicht. Sobald eine Beziehung aber liebevoll und wachstumsorientiert beginnt, dann fällt es der Frau besonders schwer, das wieder aufzugeben. Auch, wenn die Stimmung eigentlich kippt. Die Frau neigt dann dazu, die Dinge wieder richtigstellen zu wollen. Hinzu kommt dann noch das befriedigende Sexleben, welches ihr vermittelt, dass zwischen ihr und ihm einfach eine gute Chemie herrscht. Diese Situation ist extrem toxisch. In der Psychologie gibt es drei Persönlichkeitsmerkmale, die zusammen die dunklen Triaden genannt werden. Die Rede ist von dem Narzissmus, der Psychopathie und dem Machiavellismus. Männer, die diese drei Merkmale haben, sind geschickt darin, eine neue Beziehung anzufangen. Sie können außerdem gut mit anderen Gleichgeschlechtlichen konkurrieren und haben daher oft Sex. Frauen, die intelligent sind, haben oft widersprüchliche Sehnsüchte. Sie wollen auf der einen Seite einen Mann, der liebevoll und engagiert ist. Auf der anderen Seite stehen sie, zumindest kurzfristig, auf Männer mit dunkleren Persönlichkeitsmerkmalen. Hier kommt die Selektion der Frau ins Spiel, die ihr nun einmal angeboren ist. Das hat also nichts damit zu tun, dass sie schwach ist, sondern einfach ihrem Instinkt folgt. 6. Wie gehe ich mit einem Narzissten um? Hast du nun erkannt, dass sich ein Narzisst in einem näheren Umfeld befindet? Gilt es sich mit dem Thema des Narzissmus auseinanderzusetzen? Du fragst dich, wie es zu diesem krankhaft-egozentrischen Verhalten kommen konnte und was in dieser Person vorgeht, solche verschobenen Ansichten zu haben. Hast du für dich geklärt, was es mit dem Narzissmus auf sich hat? Stellt sich für dich nun sicher die Frage, wie du mit einem solchen Menschen umgehen kannst, ohne selbst daran zu zerbrechen? Zuallererst hast du einen großen Schritt damit gemacht, überhaupt zu erkennen, dass es sich bei diesem Menschen um einen Narzissten handelt. Nun geht es darum, dass du dich auch schützt, wenn du ihm begegnest. Denn Narzissten sind wahre Meister darin, andere Menschen zu vereinnahmen und sich gefügig zu machen. Ehe du dich versiehst, machst du alles, was der Narzisst gerne tut oder Dinge, die er von dir möchte und auch solche, die du eigentlich gar nicht möchtest. Deswegen musst du lernen, sensibel auf dich und deine Bedürfnisse zu achten. Nimm zu jeder Zeit wahr, wie es dir gerade geht und ob du dich mit der Situation gut fühlst oder nicht. Achte darauf, dass du klar sagst, was du nicht magst und dass du das dann auch nicht tust. Setze Grenzen und zeige dem Narzissten auf, was für dich nicht in Ordnung ist. Kehre immer wieder zu dir zurück und höre in dich. Das ist besonders wichtig. Denn ein Narzisst versteht es. Dich so zu beanspruchen, dass du dich leicht vergisst und dann nur noch für ihn da bist. Unterscheide ganz klar, wer er ist und wer du bist und dass es da Verschiedenheiten gibt. In einer Partnerschaft muss man nicht alle Dinge gleich sehen und immer dieselbe Einstellung zu allem haben. Wenn dir etwas wichtig ist, dann steh dafür ein, auch wenn dein Partner das anders sieht. Gib bei deinen Werten und Überzeugungen nicht nach, nur weil er dich unter Druck setzt. Da der Narzisst sehr viel deiner Zeit und Energie beansprucht, musst du auch besonders darauf achten, dass du selbst nicht zu kurz kommst. Halte immer wieder Abstand zu ihm und umgib dich mit anderen Menschen, die dir gut tun. Gerade wenn du dich in einer Beziehung mit einem Narzissten befindest, fühlst du dich bestimmt oft ausgelaugt. Durch seine ständigen Forderungen und Ansprüche. Du brauchst einen Ort, an dem du einfach nur sein und deine Energie wieder auftanken kannst. Dazu ist ein Treffen mit lieben Freunden genau das Richtige. Letztendlich ist es sehr wichtig für dich, dass du dir klar machst, dass er nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Nur weil er laut, selbstsicher und dominant ist, heißt das noch lange nicht, dass er auch Recht hat. Er wird immer wieder versuchen, dir einzureden, dass du Unrecht hast und falsch bist. Egal ob es um deine Gefühle oder deine Gedanken geht. Glaube ihm nicht. Nur du allein weißt, was richtig und gut für dich ist. Höre auf dein Herz und deine Intuition. Dann hast du eine Chance, die verrichtenden Angriffe des Narzissten heil zu überstehen. Stopp. Dein Narzissmus zerstört mich nicht. Einen Narzissten zu lieben, das bedeutet Selbstliebe bis zur Selbstzerstörung. Als Partnerin bist du gefangen in diesem Strudel und musst darauf achten, nicht selbst unterzugehen. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr geht. Dann wird es Zeit, Grenzen zu setzen, um dich selbst zu schützen. Es begann wie in einem Liebesfilm. Zu schön, um wahr zu sein. Dein Partner stand wie ein absoluter Traumprinz vor dir. Hier imponierten sein Selbstbewusstsein und seine Erzählungen darüber, was er alles erlebt und geleistet hatte und welche Möglichkeiten sich ihm boten. Er war beruflich erfolgreich, ein Mann, der von allem eine Ahnung hatte und bereit war, die Welt zu erobern. Und ich trug er auf Händen. Bereits nach wenigen Dates versicherte er dir, dass du seine absolute Traumfrau, seine große Liebe seist. Er machte schnell Nägel mit Köpfen, plante eure Zukunft, sprach von Möglichkeiten und Visionen, die sich für euch beide eröffneten. Zu schön, um wahr zu sein. Und leider war es das auch nicht. Der Absturz kommt schleichend. Schnell bekommt die schöne Fassade Risse. Es läuft nicht alles so glatt bei deinem Partner, wie er dir das immer weismachen wollte. Seine beruflichen Erfolge bleiben aus. Im Gegenteil. Er sammelt eher Misserfolge. Weder mit Kollegen kommt er klar, noch mit seinen Vorgesetzten. Er schäumt vor Wut und Frustration, wenn er abends nach Hause kommt. Und immer wieder kannst du dir anhören, dass diese Leute ihn und seine Arbeit nicht zu schätzen wüssten. Ungerecht sei er behandelt worden. Man erkenne seine Leistung nicht an. Und die Kollegen seien nur neidisch auf seine Fähigkeiten und missgönnten ihm seinen Erfolg. Er ist eindeutig das Opfer. Doch ist er das nicht auffallend oft? Auch privat wiederholt sich dieses Muster? Niemand weiß ihn zu schätzen. Seine Familie, seine Freunde. Keiner versteht ihn und schenkt ihm die Anerkennung, die er verdient. Und das liege natürlich daran, dass alle neidisch auf ihn seien. Dich überfällt Zweifel. Haben denn wirklich alle einen Grund, neidisch auf ihn zu sein? Im Grunde hast du doch auch schon längst erkannt, dass er gar nicht so großartig ist, wie er immer tut. Mehrmals schon hast du seine vielen Prahlereien durchschaut und dich ins Geheim dafür geschämt. Ist er nicht vielmehr so, dass er derjenige ist, der von Neid zerfressen wird? Der sich ständig damit beschäftigt, was andere haben und bekommen? Aber äußern würdest du deine Zweifel nicht? Den Fehler hast du bereits ein paar Mal gemacht und gemerkt, dass er mit Kritik nicht sonderlich gut klarkommt. Er fühlt sich sofort angegriffen und reagiert beleidigt. Oder er steigert sich in zerstörerische Wutanfälle hinein und verletzt dich selig dabei bis aufs Mark. Scheint es ihm ohnehin nicht besser zu gehen, wenn er dich klein machen und demütigen kann. Aber natürlich bist immer du schuld, weil du ihn nicht verstehst, weil du ihn nicht respektierst, weil du ihn nicht unterstützt, so wie er es verdient hätte. Das Kind hat einen Namen. Narzissmus. Bist du nun überrascht, weil du dich und deine Beziehung so vollkommen in dieser Beschreibung wiederfindest? Wie kann das sein, dass ein Artikel so nah an der eigenen, persönlichen Wahrheit dran ist? Die Antwort, das Phänomen, das du in deiner Partnerschaft erlebst, hat einen Namen. Du bist mit einem Narzissen zusammen. Narziss. Das war jener junge Gott in der griechischen Mythologie, der so sehr in sein eigenes Spiegelbild verliebt war, dass er jeden Bezug zur Realität verlor. Schließlich war es diese krankhafte Selbstliebe, die ihn ins Verderben stürzte. Menschen, die unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden, besitzen im tiefsten Inneren ein geringes Selbstwertgefühl. Aus einer Art Selbstschutz und meist durch Erfahrungen in ihrer Kindheit glauben sie jedoch, etwas Besonderes, jemand herausragendes sein zu müssen. Diese Selbstlüge haben sie so perfektioniert, dass sie fest von ihrer eigenen Großartigkeit überzeugt sind. Da passt es natürlich nicht ins Bild, Kritik oder Misserfolg zu ernten. Aus diesem Grund suchen Narzissen zwanghaft die Schuld bei anderen. Diese seien nur neidisch. Das möchten sie gerne glauben, weil sie selbst meist von Neid und Missgunst zerfressen sind. Die Selbstlüge alleine funktioniert aber nur begrenzte Zeit. Dann ist es an den anderen, sie in ihrer Großartigkeit zu bestätigen und ihnen die ersehnte Anerkennung zu geben. Das kann nur leider niemand leisten, auch du als Partnerin nicht. Es ist zermürbend, den Narzissen regelmäßig die Bestätigung geben zu müssen, die er sucht. Es gelingt dir ohnehin nie, denn das Problem sitzt tief in ihm drin. Denk an dich selbst. Seine Wut, seine Gekränktheit, seine Ich-Bezogenheit, all das ist schwer zu ertragen. Und dabei mangelt es dem Narzissen an Empathie. Er ist blind für das, was in dir vorgeht. Deine Bedürfnisse haben in der Welt des Egomanen keinen Raum. Doch diesen Raum solltest du dir nehmen, sonst gehst du selbst zugrunde. Es ist an der Zeit, eine Grenze zu ziehen und Stopp zu sagen. Fühle dich nicht verantwortlich für das, was in seiner Seele nicht stimmt. Kümmere dich um deine Seele. Du hast ein Recht darauf, dass es auch dir gut geht und auch du etwas Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommst. Und er hat die Messlatte verdammt hochgelegt, indem er dir von Anfang an suggerierte, seine Traumfrau zu sein und diese Erwartung zu erfüllen. Die große Liebe empfindet er nur für sich selbst. Du sollst ihn darin unterstützen, nur sich selbst zu lieben. Doch echte Liebe ist etwas Gegenseitiges. Wenn du nun erkennst, dass er viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, als dass er dir Liebe schenken kann, ist es Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung, die vielleicht aufgearbeitet werden kann. Ja, auch mit Hilfe eines liebenden Partners. Dazu sollte er aber bereit sein, diese Störung an sich zu erkennen und zuzugeben und sich freiwillig in Therapie zu begeben. Das wird nur schwer gelingen. Denn der Narzisst erkennt selten, dass das Problem bei ihm liegt. Immer dann, wenn deine eigene Persönlichkeit verletzt wird, bist du für dich selbst verantwortlich. Entscheide, wann es genug und auch für dich Zeit für größere Selbstliebe ist. Um diese zehn Dinge solltest du einen Mann niemals bitten, da du sie verdient hast. Hast du bemerkt, dass wir in einer Welt mit vertauschten Rollen leben? Männer werden immer passiver, während wir Frauen uns bemühen, den Funken am Leben zu erhalten. Frauen sind Verfolgerinnen, Initiatorinnen und Liebhaberinnen in einem geworden. Wir Frauen geben uns oft Mühe, die Bedürfnisse egoistischer Männer zu befriedigen, ohne das alles überhaupt in Frage zu stellen. Wir tun es, weil wir zu mitfühlend und zu sensibel für die Schmerzen und Leiden anderer Menschen sind. Und dann stellen wir fest, dass wir auf dem Weg uns selbst unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche vernachlässigen und zu weit gegangen sind. Dann wird uns klar, dass wir im Gegenzug dasselbe zurück erhalten sollten, ohne darum betteln zu müssen. Wir haben vergessen, dass wir diejenige sind, die verfolgt werden sollte und nicht umgekehrt. Wir haben immer ein Auge zugekniffen. Wir haben Wertschätzung und Respekt für uns selbst aufgegeben, indem wir das beschissene Verhalten anderer Menschen tolerieren. In diesem Sinne, tu dir selbst einen Gefallen und bitte niemals einen Mann um diese 10 Dinge, denn du hast sie ohnehin schon verdient. 1. Respekt Bitte niemals einen Mann darum, dich mit Respekt zu behandeln. Warum? Weil du um Respekt nicht betteln kannst. Wenn du sein beschissenes Verhalten nicht tolerierst, lass ihn wissen, dass du damit nicht einverstanden bist, dass er dich nicht richtig behandelt und nur dann auftaucht, wenn es ihm passt. Du verdienst es, respektiert zu werden. Für das, was du bist. Du verdienst es, genauso behandelt zu werden, wie du ihn behandelst. 2. Aussagekräftige und gut überlegte Worte Wenn er nicht in der Lage ist, 2-3 aussagekräftige Sätze zu bilden, solltest du niemals auf seine Texte antworten. Wenn er sich nicht erinnern kann, dir einen guten Morgen und eine gute Nacht geschickt zu haben, dann weißt du, dass er keine Sekunde deiner Zeit wert ist, geschweige denn, dass du darum bitten solltest, dass er sich ändert. 3. Komplimente Ein echter Mann achtet sehr auf Details und bemüht sich, all die kleinen und großen Veränderungen in seiner Frau zu loben. Ein echter Mann macht dir ein bedeutungsvolles und herzerwärmendes Kompliment, weil er weiß, wie viel es dir bedeutet. Denn er liebt dich und möchte, dass du das weißt. Deshalb solltest du niemals darum bitten, dass ein Mann so etwas tut. Wenn er nicht daran interessiert ist, deine größte Unterstützung und ein Teil deines Lebens zu sein, bist du ohne ihn sowieso besser dran. 4. Dich zu seiner Priorität machen Du solltest dich niemals einer Situation hingeben, in der du deinen ganzen Körper und deine Seele an einen Mann gegeben hast, der immer noch keinen Anstand hat, sich klar und deutlich für dich zu entscheiden und dich zu seiner Priorität zu machen. Und du solltest niemals darum bitten, dass sich ein solcher Mann verändert oder dich so behandelt, wie du es verdienst. Wenn er nicht bereit ist, dich zu seiner Priorität zu machen und dir zu zeigen, wie viel du ihm bedeutest, bedeutet dies, dass er nicht bereit ist, mit dir zusammen zu sein. Und du hast im Leben wichtigere Dinge zu tun, als sich mit unreifen Jungen zu befassen, die noch einiges zu tun haben. 5. Seine Ex aus seinem Leben streichen Wenn er dir zeigt, dass er immer noch nicht bereit ist, seine Vergangenheit loszulassen und seine Ex aus seinem Leben zu streichen, weißt du, dass du etwas Besseres verdienst. Du weißt, dass du keine Sekunde länger warten solltest. Du solltest nicht hoffen, dass er dich irgendwann respektieren wird. Unter diesen Umständen wirst du dich bei ihm niemals wertvoll fühlen. 6. Treu sein Für einen Mann, der sich aufrichtig um deine Gefühle kümmert, wird es niemals ein Aufwand sein, treu zu bleiben. Treu zu sein wird für einen Mann selbstverständlich sein, denn er liebt dich mit seinem ganzen Wesen. Treue ist in der heutigen modernen Welt zu einem teuren Geschenk geworden. Und du solltest ein solches Geschenk niemals von billigen Menschen erwarten. Genauer gesagt, solltest du niemals billige Leute bitten, dir etwas so Wertvolles zu geben, weil sie dazu einfach nicht in der Lage sind. 7. Aufmerksamkeit Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und etwas Schreckliches passiert ist, solltest du niemals darum bitten müssen, dass ein Mann dir zuhört, wenn er selbst nicht daran interessiert ist. Er sollte bestrebt sein, genau auf dich zu achten, wenn du verärgert, aufgeregt, traurig und unglücklich bist. Und wenn nicht, dann weißt du, dass er für dich eine verlorene Sache ist. 8. Ehrlichkeit Ehrlichkeit ist genau wie Treue ein weiteres teures Geschenk, das man von billigen Leuten niemals erwarten sollte. Erwarte niemals, dass ein Mann, der von Natur aus egoistisch, egozentrisch und toxisch ist, ehrlich zu dir ist. Versuche ihn also niemals darum zu bitten, ehrlich zu sein. Denn wenn er sich wirklich um dich kümmert, wird er es dir verdammt sicher zeigen. 9. Dich in seine Pläne mit einbeziehen Man benötigt immer zwei Menschen, um Tango zu tanzen. Genauso ist das auch in den Beziehungen. Ihr solltet beide daran arbeiten. Termine zu planen und die Dinge spannend zu halten, ist nichts, worüber man sich Sorgen machen sollte. Wenn er nicht einmal versucht, ein romantisches Date zu arrangieren und dich an einen schönen Ort zu bringen, ist das Einzige, worüber du dir Sorgen machen solltest, ihn so schnell wie möglich zu verlassen. 10. Aufwand Echte Männer erfinden keine Ausreden, weil sie zu beschäftigt sind, sondern versuchen, etwas Zeit für dich einzuräumen. Sie unternehmen stattdessen jede Anstrengung, um dich zufriedenzustellen. Nur echte Männer wissen, dass es ein Geschenk ist, eine Frau durch kleine romantische Gesten und süße Worte zu etwas Besonderem zu machen. Und wenn er nicht bereit ist, einen Finger für dich zu rühren, so dass du dich respektiert, geschätzt, geliebt und sicher bei ihm fühlst, ohne dass du ihn dazu auffordern musst, dann weißt du, dass er nichts von deiner Liebe verdient hat. 11. Der Grund und die Lösung Wenn ein Narzisst dich mit seinem Schweigen bestraft Wenn ein Partner den anderen mit Schweigen straft, ist das wohl eine der quälendsten emotionalen Foltermethoden, die es gibt. Bist du auch schon einmal neben deinem Partner gesessen und er hat nicht mit dir geredet? Nicht nur Sekunden und Minuten, nein, ganze Stunden oder sogar Tage lang. Weißt du auch, wie aufreibend es ist, tausende Nachrichten an ihn zu schreiben und keine einzige Antwort zu bekommen? Wie du sofort aufstehst, wenn dein Handy blinkt, in der Hoffnung, es könnte er gewesen sein? All diese seelischen Schmerzen müssen die Partner von Narzissten oft über sich ergehen lassen. Zu oft. Denn der Narzisst badet in den Qualen, die er seinem armen Partner damit antut. Wenn du auch einen narzisstischen Partner hast, dann lies hier, was hinter dem ganzen Theater steckt, wozu es führen kann und wie du am besten damit umgehen kannst. Warum schweigt er? Die Regeln, nach denen die Welt des Narzissten funktioniert, sind oft vollkommen unverständlich für Menschen, die normal denken und fühlen. Wir würden einem geliebten Menschen nicht absichtlich Leid antun. Schon gar nicht in dem Ausmaß, wie es ein Narzisst tut. Ein wenig Necken hier und ein bisschen Stücheln da ist ihm nämlich zu wenig. Denn er fühlt sich zutiefst in seiner Ehre gekränkt und um diese wiederherzustellen, versucht er dich runterzumachen. Es muss irgendetwas vorgefallen sein, was den Narzissten getroffen hat. Dabei kann es für dein Empfinden auch total klein gewesen sein und du hast dir wahrscheinlich gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber für den Narzissten kann auch schon eine winzige Sache eine große werden, denn er fühlt sich außergewöhnlich schnell angegriffen. Dazu musst du wissen, dass er von sich selbst als den unumstößlichen Superhelden denkt und nimmt er an, dass dieses Bild ins Wanken gerät, durch was auch immer dann gleicht das einem wahren Weltuntergang. Nun wird er alles tun, um dich so sehr leiden zu lassen, wie er selbst empfindet. Anstatt wie ein erwachsener und reifer Mensch anzusprechen, was ihn verletzt hat und mit dir darüber zu reden, wird er dich nach Strich und Faden fertig machen. Und das tut er, indem er sich dir entzieht. Kein Gespräch, keine Erreichbarkeit. Vielleicht wird er sogar für eine Weile ganz von der Bildfläche verschwinden. Entscheidend für ihn ist, dass er bestimmt, wie lange und wie sehr er dich leiden lässt. Deine Nachrichten und Anrufe werden kaum einen Einfluss darauf haben. Was versucht er damit zu bezwecken? Wenn er sich aus seinem Leben genommen hat, ohne dass du es wolltest, dann wird er innerlich triumphieren. Er wird sich vorstellen, wie sehr du nun leidest und wie sehr du ihn zurücksehnst. Das wird ihm Aufwind geben und sein verletztes Ego pushen. Er tut das Ganze, um sich besser zu fühlen. Und ein Narzisst baut sich selbst nur durch eine feige Art und Weise auf. Er macht andere runter, um sich selbst erhöht zu fühlen. Er weiß, dass du ohne ihn nicht leben willst und genau da setzt er an. Er will, dass du spürst, wie sehr er dir fehlt. Er möchte dir zeigen, wie unersetzbar er für dich ist. So fühlt er sich mächtig und hat dich unter Kontrolle. Denn in dem Moment, in dem er sich von dir gekränkt fühlte, hatte er die Befürchtung, die Kontrolle über dich und eure Beziehung zu verlieren. Das ist ein absolutes No-Go für einen Narzissten. Schließlich muss sich alles um ihn drehen und er will jederzeit bestimmen, wo die Reise hingeht. Um diese Kontrolle also wiederzubekommen, manipuliert er dich. Er entzieht sich dir und wenn du bettelnd angekrochen kommst, ihn unzählige Male anrufst und Nachrichten auf seiner Mailbox hinterlässt, wenn du eure Freunde nach ihm fragst, wenn du vor seiner Haustür auftauchst, dann hat er alles erreicht, was er möchte. Er hat die volle Kontrolle über dich. Er weiß, dass er so nicht nur dein Leben und deine Handlungen, sondern auch deine Gedanken kontrolliert. Denn nun ist er immer in deinem Kopf. Du machst dir ununterbrochen Sorgen, kannst nicht mehr schlafen, nicht mehr essen und fragst dich die ganze Zeit, was du nur falsch gemacht hast. Das ist eine absolute Wohltat für den Narzissten. Mehr Aufmerksamkeit bekommt er praktisch durch keine andere Aktion. Wie du ihn wieder zum Sprechen bringst. Der Weg, wie du den Narzissten am schnellsten wieder zum Sprechen bewegst, liegt auf der Hand. Schreibe ihm Nachrichten, E-Mails, Briefe. Rufe ihn an, so oft du kannst. Zeig ihm damit, wie sehr dir an ihm liegt und wie sehr du ihn brauchst. Gehe zu ihm und versuche mit ihm zu sprechen. Flehe ihn an, dir zu sagen, was du nur falsch gemacht hast. Weine und versuche ihn davon zu überzeugen, dass du eine gute Freundin sein wirst. Dass du ihm das nie wieder antun wirst. Knie dich vor ihn und bitte ihn unter Tränen noch einmal gnädig zu sein und dir zu verzeihen. Sage ihm, dass du alles dafür tust. Das wäre eine Möglichkeit. Und soll ich dir verraten, wie er reagieren wird? Er wird stur sein. Wahnsinnig stur. Er wird dich zappeln lassen, bis er das Gefühl hat, dass du wirklich begriffen hast, dass du nichts bist und er alles. Dann wird er sich ausgesprochen gnädig und großzügig geben und dir sagen, dass er dir noch eine Chance erlauben wird. Weil er nicht nachtragend ist. Das wird ihn in seinen und deinen Augen zu einem noch besseren Freund machen. Durch diese Selbstlosigkeit seinerseits bist du in seiner Schuld. Und natürlich auch, weil du ihn so sehr gekränkt hast. Damit gibst du ihm also die absolute Macht über die Beziehung und er hat alles erreicht, was er mit seinem miesen Schweigen bezwecken wollte. Wie du wirklich reagieren solltest. Wie gesagt, das ist die eine Möglichkeit. Aber sie wird dich nur weiter in einen Strudel aus Kontrolle, Macht und Selbstaufgabe ziehen, dem du, wenn du das Ganze erst ein paar Mal mitgemacht hast, nicht mehr so leicht entkommen kannst. Denn gehst du wirklich so sehr auf sein manipulatives Verhalten ein, dann wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er die Nummer bei dir abzieht. Schließlich hatte er damit glänzenden Erfolg. Wie du wirklich auf sein Schweigen antworten solltest, er fordert Arbeit an dir selbst. Du musst dir darüber klar werden, dass das, was er mit dir macht, kein faires Verhalten in einer Beziehung ist und bei euch nichts zu suchen hat. Selbst wenn du etwas falsch gemacht haben solltest, sollte er den Anstand besitzen, menschlich mit dir umzugehen. Aber du hast nichts falsch gemacht und ein Narzisst braucht auch gar keinen Grund, um sich dir gegenüber unmöglich zu verhalten. Er tut es einfach und pfeift auf dich und auf das, was sein Schweigen bei dir anstellt. Um dich vor diesen fiesen Angriffen auf dein Selbstwertgefühl zu schützen, musst du also erkennen, dass du ein solches Verhalten in eurer Beziehung nicht duldest und dir eine Partnerschaft anders vorstellst. Lasse dich dazu von Menschen beraten, die dir nahestehen. Sie werden dir die nötige Bestätigung und Unterstützung geben. Nun, da du dir dieser Tatsache bewusst bist, weißt du, dass sein Verhalten falsch ist und nicht deins. Also hör auf, dir Vorwürfe zu machen und dich zu fragen, was du falsch gemacht hast und kehre zu deinem Selbstrespekt zurück. Du hast keinen Grund, dich verrückt zu machen. Denn du bist nicht die Person, die unfair war. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen und wenn er dir auf deine Nachricht oder deinen Anruf nicht antworten sollte, dann versuche es nicht weiter. Du hast ihm den Ball zugespielt und es ist nun an ihm zu reagieren. Er muss dir genauso zeigen, dass ihm etwas an dir liegt. Schließlich solltest auch du ihm das wert sein. Auf diese Reaktion von dir gibt es zwei mögliche Folgen. Entweder er schweigt eine Weile weiter und wenn er bemerkt, dass er nichts damit bewirkt, wird er sich bei dir melden. Oder er bleibt bei seinem Schweigen und ghostet dich. Das bedeutet, dass er sich nicht mehr melden wird und das von einem Tag auf den anderen. Tritt die erste Variante ein, dann lass dich auch dann nicht verunsichern. Er wird weiter versuchen, dich klein zu machen und dir die Schuld zuschieben. Es ist nun an dir stark zu sein und für dein Recht einzustehen. Lass ihn dir zeigen, dass er auch dich will. Sollte er sich daraufhin von dir abwenden oder sollte sofort Möglichkeit 2 der Fall sein, dann weißt du, dass er es absolut nicht wert ist, dein Partner zu sein. Narzissten haben große Schwierigkeiten damit einzusehen, dass sich eine Beziehung aus zwei Partnern zusammensetzt, die gleichermaßen wichtig sind. Sollte dein Freund das nicht akzeptieren, sondern dieses manipulative Spiel des Schweigens weiter mit dir spielen wollen, dann mach da nicht mit. Respektiere dich selbst und lass dich nicht auf seine verdrehte Wahrnehmung der Wirklichkeit ein. Nur du weißt, was gut für dich ist und glaube mir, du wirst merken, dass diese feige Methode dich zurückzugewinnen das absolute Gegenteil von dem ist, was du verdienst. 7. Ist Narzissmus heilbar? Und kann ich einem Narzissten helfen? Oft glauben wir etwas Gutes zu tun, wenn wir anderen helfen und meist ist das auch der Fall. Aber bei einem Narzissten erreichen wir damit genau das Gegenteil. Er wird immer fordernder und anspruchsvoller. Er saugt dich aus, bis nichts mehr von dir übrig bleibt als Verzweiflung und Kraftlosigkeit. Einem krankhaften Narzissten kann man nicht helfen. Zumindest nicht du. Damit sich in ihm wirklich etwas verändert, sollte er die professionelle Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen. Dafür müsste er aber selbst erkennen, dass bei ihm etwas nicht stimmt und das schaffen die meisten Narzissten nicht. Schließlich sind sie davon überzeugt, dass ihre Auffassung der Welt und sie selbst absolut perfekt sind. Für sie sind alle anderen falsch. Besonders die, die ihnen einen Spiegel vorhalten und sie kritisieren. Ihm von Gegenteil überzeugen zu wollen, ist vergebliche Liebesmüh und wird nur dazu führen, dass du am Ende selbst eine Therapie benötigst, um dich wieder aufzubauen. Denn wenn sich der Narzisst durch deine Ratschläge und Beanstandungen beleidigt fühlt, wird er austeilen und dich nach allen Regeln der Kunst fertig machen. Auch Rücksicht auf ihn zu nehmen, indem du dir selbst einredest, dass er nichts dafür kann. Oder mit einer endlosen Geduld abzuwarten, dass er sich ändert. So wie er es versprochen hat, wird auf Dauer nichts nützen. Ein Narzisst versteht es sehr geschickt, dich zu täuschen und dir vorzuspielen, dass er dich versteht. Aber an seinem Verhalten wirst du erkennen, was er wirklich darüber denkt. Lass dich nicht von ihm hinters Licht führen. Er wird sich nicht ändern, auch nicht dir zuliebe. Wenn er eines Tages wirklich zu der Entscheidung kommen sollte, sich ändern zu wollen, dann wird er sich selbst Hilfe suchen und zwar da, wo man ihn nicht dazu überreden muss, denn es würde nichts bringen. Ohne seine eigene Überzeugung ist alles Therapieren sinnlos. Unter diesen Umständen besteht eine Chance auf Heilung. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Narzisst nur dann vollständig heilen kann, wenn er selbst feststellt, dass mit ihm etwas nicht in Ordnung ist und beschließt, sich selbst Hilfe zu suchen. Leider merken die meisten Narzissten gar nicht, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Kannst du etwas dabei tun? Ja. Aber nur unter der Bedingung, dass er bereits erkannt hat, dass etwas mit ihm nicht stimmt und dazu bereit ist, an sich zu arbeiten. Wenn dies der Fall ist, dann kannst du folgende Dinge tun. Verstehe seine emotionalen Wunden. Nicht alle Narzissten wurden auf die gleiche Weise emotional verwundet. Der erste Schritt besteht darin, zu verstehen, welche Art von emotionalen Wunden der Narzisst hat, mit dem du es zu tun hast. Um zu wissen, welche Art von emotionalem Schmerz der Narzisst hat, musst du genauer beobachten, in welchen Situationen er am empfindlichsten ist. Wenn er sich zum Beispiel besonders bemüht, um sicherzustellen, dass du ihn nicht verlässt, hat er möglicherweise Angst, da er in der Vergangenheit von jemandem aufgegeben wurde. Eine andere Sache, die dir helfen kann, die emotionalen Wunden eines Menschen zu verstehen, ist die Art von Kritik zu erkennen, die ihn verletzt. Alle Narzissten hassen Kritik, aber Kritik tut nur weh, wenn sie eine existierende Wunde berührt. Zum Beispiel könnte es ihn verletzen, wenn man ihn auf sein Aussehen hin kritisiert. Wie man ihm beim Heilen hilft, um mit einem verwundeten Narzissten gut leben zu können, musst du ihn davon überzeugen, dass du keine Bedrohung für seine emotionalen Wunden darstellst. Natürlich sagst du ihm nicht direkt, aber du wirst ihn durch deine Handlungen und dein allgemeines Verhalten davon überzeugen. Ein Narzisst, der zum Beispiel Angst vor Verlassenheit hat, braucht eine Menge Vertrauen. Der beste Weg, ihm zu versichern, dass du keine Gefahr für seine Wunde darstellst, ist, ihm ständig zu versichern, dass du nicht an anderen Männern interessiert bist, sondern an ihm. Zeige ihm, dass du nicht daran denkst, ihn zu verlassen. Auch wenn dies ihn möglicherweise nicht vollständig heilt, kann es ihm helfen, dir mehr zu vertrauen. Natürlich sage ich nicht, dass du in einer missbräuchlichen Beziehung bleiben sollst, um deine Narzissten zu ändern. Verwende diese Tipps nur, wenn du sicher bist, dass es vorteilhafter ist, bei diesem Menschen zu bleiben, als zu gehen. 8. Wann sollte ich mich von einem Narzissten trennen? Gemeinhin wird er geraten, dass du schnellstmöglich die Flucht ergreifen solltest, wenn du an einen Narzissten geraten bist, der offensichtliches Interesse an dir hat. Denn hinter der charmanten Fassade, die ein typischer Narzisst am Anfang einer Beziehung trägt, steckt tatsächlich ein absoluter Egoman, der sich selbst größer und bedeutender sieht, als er tatsächlich ist. Seine eigene Größe zieht er daraus, dass er andere, insbesondere seinen Partner, benutzt, tyrannisiert und hemmungslos herabsetzt. Und das natürlich am liebsten in der Öffentlichkeit, wenn es andere mitbekommen. Ein typischer Narzisst will die vollständige Kontrolle über das Leben seines Partners, der sich bedingungslos unterzuordnen hat. Jedoch kann die Beziehung mit einem Narzissten durchaus auch angenehme Facetten haben. Denn eines ist sicher, langweilig wird es in der Beziehung definitiv nicht. Und nicht zuletzt gibt es sehr wohl auch einige Möglichkeiten, wie du dem Narzissten den Wind aus den Segeln nehmen und ihm seine Grenzen aufzeigen kannst. Warum scheint die Beziehung zu einem Narzissten unmöglich zu sein? Warum viele Menschen die Beziehung mit einem Narzissten als unmöglich erscheint, hat mehrere Gründe. Zum einen beginnt der Narzisst damit, unauffällig Forderungen zu stellen, sobald die romantische Anfangsphase vorüber ist und die Beziehung gefestigt erscheint. Diese scheinbar kleinen Forderungen erfüllst du als Partnerin natürlich gern, weil du deinen Partner glücklich machen möchtest. Anfangs bedankt sich der Narzisst sogar noch dafür. Doch im Lauf der Zeit delegiert er immer mehr Aufgaben an dich durch. Der Narzisst degradiert dich also äußerst sanft und behutsam zu seinem Diener. Das nimmst du meist gar nicht wahr. Und wenn doch, ist dir nicht bewusst, dass dahinter eine perfide Strategie steckt. Weil du völlig im Dienst deines Partners stehst, bleiben deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse dabei natürlich langfristig auf der Strecke. Der Narzisst saugt seine Energie also regelrecht aus. Gleiches Recht für alle gilt für einen Narzissten in einer Beziehung nicht. Er will sich um die großen Dinge des Lebens kümmern, die kleinen, alltäglichen Dinge hingegen sind ihm völlig egal. Putzen, spülen oder den Müll rausbringen. Bleibt also an dir hängen. Für alle Annehmlichkeiten des Lebens wie den entspannten Feierabend mit gutem Sex darfst du dagegen sehr wohl sorgen. Im Grunde ist der Partner für einen Narzissten also nur ein Objekt, das bei Bedarf benutzt wird. Forderst du ihn tatsächlich einmal dazu auf, eine dieser Kleinigkeiten zu erledigen, findet ein Narzisst mit Sicherheit unzählige Ausreden, warum es ihm nicht möglich ist oder er stellt sich einfach so ungeschickt an, dass du es künftig gleich wieder selber machen kannst. Ein Narzisst strebt nach der vollständigen Kontrolle über den Partner und will von diesem verwöhnt werden. Er nimmt dir im Lauf der Zeit alle Entscheidungen ab und wird sauer, wenn du gegen die von ihm aufgestellten Regeln verstößt. Und dass er es recht, wenn du es wagst, eigenständig zu handeln. Für ihn selbst gelten diese Regeln nach Meinung des Narzissten natürlich nicht. Selbstverständlich macht der Narzisst selbst auch keine Fehler, weshalb er in der Beziehung auch keine Verantwortung übernimmt. Hat er Schwierigkeiten oder einen Misserfolg, liegt die Schuld dafür beim Partner. Auf die Idee, dass er sich selbst einmal in Frage stellen könnte, kommt ein Narzisst erst gar nicht, weil er sich als über jeden Zweifel erhaben sieht. Bei anderen Menschen hingegen findet der Narzisst den wunden Punkt zielsicher. Und den wird der Narzisst bei passenden Situationen auch zielgenau treffen. Das bedeutet, in einer Partnerschaft mit einem Narzissen läufst du Gefahr, permanenter Kritik ausgesetzt zu sein. Selbst durch kleine Kränkungen gelingt es den Narzissen, dein eigenes Selbstwertgefühl zu schwächen. So kannst du dich durch die Vereinnahmung durch einen Narzissen wehren. Es gibt allerdings sehr wohl einige Tipps und Strategien, wie du dich gegen die Vereinnahmung durch einen Narzissen wehren kannst. Das sind die wichtigsten. Lass dich nicht blenden. Am Anfang der Beziehung bist du vermutlich der Überzeugung, den absoluten Traumprinzen gefunden zu haben, weil dich dein Partner auf Händen trägt. Findest du es beispielsweise seltsam, wie hoch dich dein Partner auf einen Sockel hebt, zeigt das oft schon an, dass du einem Ergomanen am Haken zappelst. Beachte die Warnsignale. Ist der potenzielle Partner im Leben schon allzu oft gescheitert, kann es durchaus sein, dass es sich um einen Narzissen handelt. Hier kommt es darauf an, wie er selbst mit seinem Fehler aus der Vergangenheit umgeht. Weist er stets nur anderen die Schuld zu, kannst du fast sicher sein, dass es sich um einen Narzissen handelt. Auch wenn du im Vergleich zu früheren Partnerinnen so gut abschneidest, sollten bei dir die Alarmsirenen schrillen. Er will immer im Mittelpunkt stehen. Hinsichtlich Beziehungen verhalten sich Narzissen wie Junkies. Sie brauchen stets eine Zufuhr an Selbstbestätigung. Weshalb sie oft auch mehrere Beziehungen zugleich führen. Den Partner sehen sie nicht als eigenständigen Menschen mit Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen. Einen Partner auf Augenhöhe suchen Narzissen keineswegs, sondern vielmehr einen Spiegel, der ihnen immer wieder vor Augen hält, wie großartig sie sind. Dulde kein schlechtes Benehmen. Nachdem die erste Phase der Verliebtheit vorüber ist, beginnt der Narzisst, seinen Partner abzuwerten, emotional auszubeuten und zu manipulieren. Verbalen Attacken, insbesondere in der Öffentlichkeit, solltest du schnellstmöglich einen Riegel vorschieben und Grenzen setzen. Das wird jedoch keinesfalls konfliktfrei vonstatten gehen. Das Selbstbewusstsein stärken. Ein Narzisst sucht gezielt nach deinen Schwachstellen und nutzt diese auch gehörig aus. Steh zu dir und dem, was du bist. Nur so hast du die notwendige psychische Stabilität, um diesen Attacken entgegenzuwirken. Lasse keine Verunsicherung zu. Kleine Sticheleien und der eine oder andere Machtkampf sind in Beziehungen nicht ungewöhnlich. So mancher Narzisst nutzt aber auch die Strategie des sogenannten Gaslightning, um seine Partnerin zu verunsichern. Derartige Manipulationsversuche solltest du keinesfalls zulassen und sofort dagegensteuern. Behalte deine sozialen Kontakte. Sehr oft versuchen Narzissten, einen Keil zwischen dich und deinen Freunden oder deiner Familie zu treiben, um dich sozial abzuschotten. Behalte den Kontakt bei und pflege ihn. Ganz gleich, was dein Partner sagt. Damit schaffst du dir einen eigenen Freiraum und stellst die Beziehung zu deinem Partner nicht ins absolute Zentrum deiner Aufmerksamkeit. Pass auf, wenn dich ein Narzisst mit Liebe überschüttet. Die Verliebtheit ist das schönste Gefühl überhaupt. Wir alle kennen die Schmetterlinge im Bauch, die gar nicht aufhören wollen, uns ein wohliges Gefühl in der Magengrube zu geben. Diese erwartungsvolle Aufregung um unser Herz und wie es jedes Mal hochspringt, wenn der Angebetete zu sehen ist. Uns ist ganz schwindelig vor Glück und Endorphinen und wir könnten die ganze Welt umarmen. Nichts scheint mehr von Bedeutung. Wichtig sind nur noch wir zwei. Alles Schwere und Belastende fällt von uns ab und das Leben ist auf einmal wunderbar, leicht und strahlend. Alles macht Spaß und nichts kann uns so leicht runterziehen. Auch Narzissten erleben diese Phase der Verliebtheit. Auch sie empfinden pures Glück dabei, sich mit jemandem eng verbunden zu fühlen und alles mit einer Person zu teilen, die ihnen etwas bedeutet. Aber wie kann das sein? Ein Narzisst sieht doch jederzeit nur sich selbst. Wie kann er sich einer Person hingeben oder sogar echte Zuneigung verspüren? Das wäre ja wirklich selbstlos und ist schließlich ziemlich untypisch für einen Narzissten, oder? Auch Narzissten haben Schmetterlinge im Bauch. Doch auch wie wir einfühlsamen Menschen fühlen Narzissten das ganze Gefühlswirrwarr und den Ausstoß von Glücksgefühlen in der ersten Phase der Verliebtheit. Wie das kommt? Dazu muss man bedenken, dass der Narzisst innerlich eine sehr schlechte Einstellung von sich selbst hat. Auch wenn man denken könnte, dass er mit seinem egoistischen Verhalten doch bestens von sich selbst denken und eingebildet sein müsste, ist er in Wahrheit innerlich schwach und klein. Seine Angeberattitüde und das ganze Gewese um ihn selbst ist nur ein verzweifelter Versuch, seine innere Leere zu verstecken und zu füllen. Indem er sich ständig in den Mittelpunkt stellt, seine guten Seiten hervorhebt, angibt und alle anderen schlecht macht, versucht er sich selbst zu erheben und damit sein Minderwertigkeitsgefühl zu überdecken. Narzissten brauchen andere. Sie wollen es sich nur nicht eingestehen. Sie wollen sich unabhängig und groß zeigen und allen anderen das Gefühl vermitteln, dass sie klein und abhängig von ihm wären. Das ist auch der Grund dafür, dass sogar ein Narzisst absolut und bis über Weideohren verliebt sein kann und sich verliebt geben kann. Einerseits, weil er damit erreicht, dass sich jemand anderes auf ihn einlässt, ihm Vertrauen schenkt und sich langsam aber sicher von ihm abhängig macht und andererseits, weil er durch die Verliebtheit selbst versucht, seine Leere zu füllen und seinem verzweifelten Leben einen Sinn zu geben. Der Zuwendungsketscher. Auch wenn ein Narzisst mit seiner Nase im Himmel durch sein Leben läuft und allen zeigen möchte, dass sie ihm nichts bedeuten und er sehr gut alleine zurechtkommt, sind Narzissten die wohl abhängigsten und nähesuchendsten Menschen unter uns. Sie können nicht ohne die Personen um sie herum, die ihnen ständig zuhören, ihnen Aufmerksamkeit schenken und ihnen zusagen, wie großartig sie doch sind. Sie können nicht leben ohne Komplimente, ohne Nähe oder ohne Liebe. Denn sie sind innerlich leer und arme Seelen. Narzissten sind nicht in der Lage, Selbstliebe zu verspüren. Sie denken schlecht von sich und auch, wenn sie das nie zugeben würden, fühlen sie sich traurig und einsam. Dieses seelische Loch versuchen sie dadurch auszugleichen, dass andere es füllen. Deswegen suchen sie immer nach Anerkennung und Liebe. Eine Beziehung ist für den Narzissten also geradezu perfekt, um diesen Mangel zu kompensieren. Endlich hat er jemanden gefunden, der ihn bestätigt, der immer für ihn da ist und sich ganz um ihn sorgt. Empfängt er diese Aufmerksamkeit, ist sein Herz gefüllt von guten Gefühlen und auch ein Narzisst kann sich dann nicht zurückhalten, sondern quillt über. Er freut sich über die Zuwendung und das merkt der Partner, indem der Narzisst ihm gegenüber auch hingebungsvoll und zuvorkommend ist. Also wird sich auch der Narzisst in der glücklichen Anfangszeit einer Beziehung richtig Mühe geben, den anderen zu erfreuen. Oft überschüttet er ihn regelrecht mit Liebe, denn das hat zur Folge, dass sich der andere komplett auf ihn einlässt und sich ihm ganz öffnet. So schafft es der Narzisst, sein Vertrauen zu gewinnen und ihn Schritt für Schritt von ihm abhängig zu machen. Der Sinnsucher Außerdem versucht der Narzisst durch einen Partner seine innere Leere zu füllen, indem er ihn idealisiert. Da der Narzisst insgeheim schlecht von sich denkt, sucht er für sich eine Person, die er als besonders erfolgreich und angesehen empfindet. Sein Ziel ist es, dass die guten Eigenschaften des Partners auf ihn abfärben. Ist sein Partner also ein Karrieremensch mit hohem Status, einem riesigen Einkommen und wird immer zu angesagten Events eingeladen, so kommt das auch dem Narzissten zugute. Denn er wird auch davon profitieren, indem er mit zu den Events kommen kann, einflussreiche Leute kennenlernst und in der Upper Society verkehrt. Oder der Partner ist sehr offen und lernt schnell neue Leute kennen. Das könnte auch den Narzissten bereichern und seinen Freundeskreis erweitern. Während er verliebt ist, sieht der Narzisst dann nur auf diese sehr guten Eigenschaften seines Partners und nimmt kaum Negatives wahr. Zu dieser Zeit ist sein Partner für ihn großartig, da er wunderbar von ihm profitieren kann. Wenn die Liebe versiegt. Wenn dieses Überschütten mit Liebe immer so weitergehen würde, dann wäre die Beziehung mit dem Narzissten wohl glücklich bis ans Lebensende. Ist sie aber nicht. Und das liegt daran, dass der Narzisst früher oder später auch mit all den Eigenschaften des Partners konfrontiert wird, die er nicht als wünschenswert empfindet. Jeder hat solche Eigenschaften. Immerhin sind wir alle bloß Menschen, auch der Narzisst. Aber das sieht er nicht ein. Er schwenkt dann vom hingebungsvollen und aufmerksamen Liebhaber zum harten Kritiker. Für den Menschen, der das abkommt, ist es wie ein Schock. Eben noch war er über alles geliebt und angenommen, wurde mit Liebe überhäuft und plötzlich macht er angeblich alles falsch und kommt sich vor wie ein schrecklicher und fehlerhafter Versager. Das ist es, was der Narzisst ihm dann glauben lassen möchte. Er ist enttäuscht, dass seine Vorstellung vom perfekten Partner, der nur gute Eigenschaften hat und seine innere Sehnsucht stillt, ist verpufft und er erwacht in der Realität. Und die ist nun mal, dass er sich nur selbst die Annahme geben kann, die er benötigt und das nicht von anderen erwarten kann. Den ganzen Frust über diesen herben Rückschlag bekommt der Partner mit voller Wucht ab. Das reißt ihn in ein tiefes Loch und er erlebt nun endlich das wahre Gesicht des Narzissten. Die Beziehung mit einem Narzissten ist von einem starken Auf- und Abgeprägt, das keiner lange unbeschadet überstehen kann. Niemand wird dem Narzissten das geben können, was er sich so sehr wünscht. Denn es liegt in ihm, sich selbst anzunehmen. Aber das kann er nicht. Deswegen ist der Gefangenen in einem dramatischen Kreislauf aus Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Am besten ist es, sich nicht auf diese Achterbahn der Gefühle und Erwartungen einzulassen und so schnell wie möglich das Weite zu suchen, bevor es zu spät ist. 10 Dinge, die wirklich zum emotionalen Missbrauch gehören. Hattest du schon einmal einen Narzissten in deinem Leben? Dann weißt du, wie zerstörerisch so ein Mensch sein kann. Man kann sich leicht in den Scham und die Prahlerei dieser Person und seiner falschen Fassade hineinziehen lassen. Und man fängt an, sein rücksichtsloses Verhalten einfach hinzunehmen und sogar zu verteidigen. Man fängt irgendwann an, seinem Gefühl und seinem Instinkt zu ignorieren und glaubt einfach nicht, dass der Partner einen anlügt oder kontrolliert. Man gibt sich selbst die Schuld und macht sich dafür nieder, dass man immer so empfindlich ist oder einfach überreagiert. Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um einen festen Partner handeln. Dieser destruktive Mensch kann ein Freund, eine Freundin, ein Familienmitglied oder ein Arbeitskollege sein. Diese Person möchte deine Emotionen, deine Denkweise und Argumentation beeinflussen. Sie will dein Verhalten kontrollieren und die Misshandlungen verdecken. Sie redet dir ein, dass dies normal sei und nichts mit Hinterhalt oder einem Vertrauensmissbrauch zu tun hat. Sie wird dich immer wieder anlügen und dir die Schuld für alles geben. Sie wird versuchen, dein Selbstwertgefühl bis aufs Äußerste zu dämpfen und dich zum Schweigen zu bringen. Sie will dich einfach einschüchtern, damit du sie wieder verlassen kannst, noch realisierst, dass du eigentlich im Recht bist. Durch diese Person wird deine Angst immer weiter begünstigt und du wirst von Tag zu Tag instabiler. Denn diese Menschen sind unberechenbar. Sein Sarkasmus und seine Spielchen werden dich immer wieder an den Rand des Wahnsinns treiben. Irgendwann wird es aus dir herausbrechen, deine ganze Wut, die sich ewig lange in dir angesammelt hat. Aber das gibt ihm nur noch mehr Gründe, um seine Handlungen zu rechtfertigen. Erlebst du eines oder mehrere dieser zehn Dinge, dann befindest du dich höchstwahrscheinlich in einer missbräuchlichen Beziehung. 1. Du wirst bestraft, indem dir etwas vorenthalten wird. Dein Gegenüber hört dir nicht zu und ignoriert, was du zu sagen hast. Er schaut dich nicht einmal an und will dir auch keine Auskunft über sein Verhalten geben. Er will dir nicht sagen, wohin er geht oder wann er wiederkommt. Auch alle Informationen über seine Finanzen enthält er dir vor. Glaub mir, er will dich kontrollieren und niedermachen mit diesem Verhalten. 2. Du wirst blockiert und ignoriert. Er lenkt das Gespräch in eine Richtung, die ihm gut passt. Denn er möchte bestimmten Themen ausweichen. In manchen Fällen unterbricht er sogar das Gespräch und verlässt die Situation, indem er weggeht. Er fängt an dich zu kritisieren und lenkt dich auf andere Themen, damit du die ursprüngliche Konversation vergisst. 3. Dir wird die Schuld für alles gegeben. All die Verantwortung wird auf dich verlagert. Dein Gegenüber betont, dass du für alle Probleme in eurer Beziehung verantwortlich bist. Es sei alles deine Schuld. Auch die Tatsache, dass du ihn nicht an bestimmte Dinge erinnert hast. Macht dich zu schuldigen. 4. Dir wird in der Natur widersprochen. Deine Gedanken und Wahrnehmungen zählen nicht. Menschen, die destruktiv handeln, werden dir immer widersprechen. Sie benutzen Argumente, die sich widersprechen, um dich zu frustrieren. Sie wollen dich einfach nur niedermachen. Und simple Dinge, die du sagst, wie zum Beispiel Aussagen über das Wetter, werden sie verneinen. 5. Deine Wahrnehmung wird völlig verdreht. Wenn du dich aufregst, wirst du direkt als überempfindlich abgestempelt. Dein Gegenüber lehnt die Wahrheit ab und verdreht die Tatsachen in einer Tour. Irgendwann wirst du deine eigene Wahrnehmung nicht mehr trauen können, da du so stark von dieser Person manipuliert wirst. 6. Du bekommst sarkastische und verächtliche Kommentare zu hören. Außerdem kannst du auch verbal misshandelt werden. Dein Gegenüber wird sie zwar als Witze tarnen, aber eigentlich sind sie zerstörerisch. Denn er neckt dich und demütigt dich ununterbrochen. So, dass dein Unterbewusstsein irgendwann anfängt, all die Dinge zu glauben, die er sagt. 7. Du wirst ständig für alles kritisiert. Dein Verhalten wird immer und immer wieder kritisiert. 8. Du hast das Gefühl, dass du es ihm einfach nicht recht machen kannst. Er verpackt das Ganze als eine Art konstruktive Kritik. Er sagt, dass er dir nur helfen will, aber eigentlich zieht es dich nur herunter. 8. Deine Gedanken und Vorschläge werden immer untergraben. All deine Ideen und Vorschläge werden von ihm untergraben. Er bricht außerdem seine Versprechen und gibt sich keine Mühe mehr. 9. Er lehnt all deine Vorschläge ab, wenn du in ein Restaurant gehen willst. Findet er Gründe, warum dies keine gute Idee ist. 9. Du bist nie die Priorität. Er vergisst dich sehr oft. Er kommt nicht zu Verabredungen oder vergisst Dinge, von denen er weiß, dass sie dir wichtig sind. Er gibt dir schlichtweg das Gefühl, dass du dich ganz weit hinten anstellen musst. Du bist nicht seine Priorität. 10. Du wirst verrückt gemacht. Seine Kombination aus Schuldzuweisungen, Verdrehungen der Tatsachen und Verleugnungen frisst dich auf. Es frustriert dich und wirft dich immer wieder aus der Bahn. Du gehst daran kaputt. Er dreht dir das Wort im Mund um und du kannst nichts dagegen machen. Solltest du an so jemanden geraten sein, rate ich dir, dass du diese Person schnellstens verlässt. 10. Denn sie wird dir niemals guttun. Denke an dich selbst und kämpfe dafür, dass du glücklich bist im Leben. Du hast es verdient. 11. Wie kann ich jemanden lieben, der mich missbraucht? Die Psychologie toxischer Beziehungen. 12. Können Narzissten lieben? Und kann man einen Narzissten wirklich lieben? 13. Kann man überhaupt jemanden lieben, der einen missbraucht? 14. Frauen beten und hoffen, dass die Antwort darauf Ja ist. 15. Sie suchen nach Hoffnung und Bestätigung, dass sich ihre Partner ändern werden, wenn sie bleiben, durchhalten und weiterhin ihre Liebe beweisen. 16. Wie kann ich jemanden lieben, der mich missbraucht? 17. Dies ist die eine Frage, die sich diejenigen stellen, die noch nie eine Beziehung hatten, in der sie missbraucht worden waren. 18. Sie fragen sich, warum die Frauen ihren Partner nicht verlassen. 19. Man muss dazu sagen, dass diese Menschen sehr abhängig von ihrem Partner sind, auch wenn dieser gewalttätig ist. 19. Es kommt nicht selten vor, dass Frauen sich in einen Mann verlieben, der zuerst ein charmanter, charismatischer Kerl war und später aber gewalttätig wurde. 20. Er ist nicht mit der Absicht in die Beziehung gekommen, seine Frau zu verletzen. 21. Manchmal haben die Partner die gleichen Hoffnungen und Träume, dass diese Beziehung so wird, wie sie sie beide brauchten. 22. Am Anfang fühlt es sich so an und man denkt sich, dass dieser Mensch der eine ist. 23. Aber können Narzissten wirklich lieben? 24. Beide Partner sind offensichtlich verliebt. 25. Das Problem ist aber, dass es keine gesunde Form der Liebe ist. 26. Denn es ist eine bedingte Liebe. 26. Sie lieben sich auf der Basis, dass der andere jeweils die tiefsitzenden Unsicherheiten und Bedürfnisse des anderen erfüllen würde. 27. Der eine hat beispielsweise ein geringes Selbstwertgefühl und sehnt sich nach Anerkennung und braucht seinen Partner. 28. Er hat Angst davor, verlassen zu werden. 29. Außerdem gibt ihm der Partner das Gefühl, besonders zu sein, einfach toll zu sein. 29. Aber nicht lange danach enthüllt der seine dunklere Seite. 30. Er begründet sein Verhalten mit traumatischen Ereignissen in seiner Vergangenheit, woraufhin der andere Partner Mitleid bekommt. 30. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihn zu beschützen und zu retten. 31. Er denkt sich, wenn ich ihn nur genug lieben könnte, dann würde er seine Liebe irgendwann erwidern. 31. Aber so kommt es nicht. 32. Ich kann die Wunden heilen, die dieser schlechte und schöne Mann hat. 33. Das gibt einem das Gefühl, gebraucht zu werden und gut zu sein. 34. Und damit ist für die meisten schon alles erfüllt. 34. Denn das ist es, was Liebe für sie bedeutet. 35. Ich liebe ihn. Er braucht mich. 35. Für eine Weile funktioniert dies auch. 36. Obwohl er ihr seine Fehler zeigt, akzeptiert sie ihn und liebt ihn umso mehr. 37. Sie ignoriert alle roten Fahnen, die ihr sagten, dass sie weglaufen sollte. 38. Ihr gesamter Fokus auf ihn lässt ihn sich mächtig fühlen. 39. Er gibt ihm die Wärme und Sicherheit, die er braucht. 40. Er liebt sie dafür. 41. Er fühlt sich so gut, er stellt sie auf einen Podest. 41. Sie ist anders als jedes Mädchen, das er zuvor getroffen hatte. 41. Er fühlt sich einfach großartig durch sie. 42. Es dauert aber nicht lange und die Dinge nehmen ihren Lauf. 42. Denn man kann sich nicht für immer vor seinen inneren Unsicherheiten verstecken. 42. Er fängt an zu zweifeln, ihre Liebe zu testen, sie wegzuschieben. 43. Er stellt plötzlich Regeln auf, die sie niemals einhalten kann. 44. Er will ihre unsterbliche Liebe zu ihm beweisen, damit er sich dessen sicher sein kann. 44. Und darauf folgen dann irgendwann Missbräuche. 44. Liebt sie mich auch noch, wenn sie sieht, wer ich wirklich bin? 45. Sie ist sich nicht mehr sicher und fängt an, sein Verhalten in Frage zu stellen. 45. Die Zeichen zeigen ihr, dass sie weggehen sollte. 46. Und das ist der Zeitpunkt, an dem der liebevolle, aufmerksame Mann wieder herauskommt. 47. Derjenige, bei dem sie sich wieder so gut fühlt und sie bleibt. 47. Ihr Partner war wieder der gesamte Fokus ihrer Welt. 48. Sie liebt ihn, versucht ihm zu helfen, ihn zu retten, ihn zu verändern. 49. Das gab ihm wieder ein gutes Gefühl. Für eine Weile. 49. So funktioniert der Zyklus des Missbrauchs. 49. Beide brauchen den anderen, um Sicherheiten zu erfüllen. 50. Keiner von uns kann aber den Partner heilen. 50. Der interne Brunnen, den beide haben, bestand aus bodenlosen Eimern. 50. Und die tiefsitzenden Bedürfnisse sind unersättlich. 51. Der Missbrauchszyklus geht also immer weiter. 51. Sich großartig fühlen. 52. Sich niedergeschlagen fühlen. 53. Sich wieder großartig fühlen. 53. Wieder missbraucht werden. 54. Das fordert nicht nur einiges an Nerven, sondern dämpft auch das Selbstbewusstsein. 54. Und irgendwann ist man am absoluten Tiefpunkt angelangt. 55. Dann geht plötzlich die Glühbirne im Kopf aus und man realisiert. 55. Das ist keine Liebe. 55. Es ist eine ungesunde Nebenbedingung. 55. Es ist ein dysfunktionaler Tanz, der darauf basiert, dass jeder die richtigen ungesunden Schritte tanzt. 56. Wenn du dich in einer missbräuchlichen Beziehung befindest oder in der Vergangenheit eine solche erlebt hast, solltest du nicht lange zögern und handeln. 56. Denke dabei an dich und an dein eigenes Wohl. 57. Bist du in jemanden verliebt, der dich verletzt? 57. Gefangen in einem missbräuchlichen oder gestörten Zyklus? 58. Dann mach dir bewusst, dass du dich damit kaputt machst. 59. Du hast es verdient, geliebt und respektvoll behandelt zu werden. 59. Kämpfe dafür und befreie dich von dieser toxischen Beziehung. 59. Wie trenne ich mich von einem Narzissten? 60. Das Leben mit einem Narzissten ist nicht nur zeit- und energieraubend. 60. Es macht dich auch seelisch fertig. 60. Er nimmt sehr viel Platz ein und neben ihm kann kaum einer bestehen. 61. Außerdem bekommt deine Psyche durch das ständige Auf und Ab viele tiefe Verletzungen, die dich auf kurz oder lang dazu zwingen, dich mit dir auseinanderzusetzen. 61. Du wirst erkennen, wenn ich nicht möchte, dass ich zugrunde gehe, dann muss ich mich von diesem zerstörerischen Menschen lösen. 62. Aber wie trennt man sich von einer Person, die einen so sehr vereinnahmt hat, dass man schon das Gefühl hat, nicht mehr eigenständig zu existieren? 63. Wie schafft man es wieder zu sich und zu der Stärke zu finden, sich trennen zu können? 64. Und wie entkommt man den Fängen eines Narzissten am besten? 64. Der erste wichtige Schritt ist, zu erkennen, dass das Verhalten deines Partners krank ist. 65. Kein normaler Mensch würde so reagieren oder die Dinge so beurteilen, wie er es tut. 65. Setze dich über Fragen, die dir unklar sind, ruhig mit anderen Menschen auseinander. 66. Gute Freunde können dir helfen, eine klare Sicht zu bekommen und dich stärken. 66. Dadurch, dass du dich mit seinem Fehlverhalten dir gegenüber auseinandersetzt und erkennst, dass er dich schlecht behandelt und dass das keineswegs normal ist, erhältst du die Kraft, dich mehr von ihm abzugrenzen. Du nimmst nicht mehr alles, was er sagt oder tut, für bare Münze und lässt nicht alles ungefiltert in dein Herz und deinen Verstand. 67. So hast du den Prozess der Ablösung schon angetreten. 68. Durch dein Überdenken wirst du erkennen, dass er eigentlich gar nicht die starke und selbstsichere Person ist, die er nach außen hin vorgibt zu sein. 69. Indem du dich über das Thema Narzissmus informiert und ihn beobachtet hast, wirst du gemerkt haben, dass er innerlich eigentlich klein, schwach und bedürftig ist. Gerade weil er keine innere Stärke besitzt und sich selbst nichts Gutes entgegenbringen kann, braucht er schließlich so viel Bestätigung und Zuwendung von außen und muss sich ständig vergewissern, dass auch niemand vergisst, dass er toll ist. 69. Ihn gedanklich von seinem hohen Thron herunterzustoßen, wird dir helfen, mit der Situation umzugehen. Du wirst dich sicherer ihm gegenüber fühlen und die Möglichkeit haben, besser auf dich zu hören, dich ernst zu nehmen und seine Fehler zu entlarven. Diese Erkenntnis wird dich dafür bereit machen, sich schließlich ganz von ihm zu lösen, indem du dich von ihm und eurer Beziehung trennst und sie wird dich stärken. Für das, was damit auf dich zukommt. 70. So, wie der Narzisst in eurer Beziehung reagiert hat, wenn etwas nicht so lief, wie er es wollte, wird er nämlich auch reagieren, wenn du dich nun trennen möchtest. Er kann nicht hinnehmen, dass ihn jemand zurückweist. Das hält sein Ego nicht aus. Für ihn ist er die absolute Perfektion. Eine Trennung durch dich kommt einer Schande gleich. Er wird dich als undankbar bezeichnen und dir die Schuld in die Schuhe schieben. Angeblich zerstörst du damit eure wertvolle Beziehung und wie kannst du ihm das nur antun? Er wird dich mit Jammern und Schuldzuweisungen dazu bewegen wollen, deine Sichtweise zu überdenken und bei ihm zu bleiben. Hat das kein Erfolg, greift er zu härteren Maßnahmen. Nun zettelt sein verletzter Stolz einen Krieg gegen dich an. Er wird versuchen, dir alles zu nehmen, was er kann. Habt ihr gemeinsame Freunde? Wird er sie versuchen, gegen dich aufzuwiegeln? Besitzt er Dinge von dir? Vertraue nicht darauf, dass du sie wieder siehst und wenn du in irgendeiner Form auf ihn angewiesen sein solltest, dann kannst du damit rechnen, dass er seine Macht gegen dich verwendet. Seine Rachefeldzug wird übel sein, aber lass dich von seinem Theater nicht beeindrucken. Du hast den ersten wichtigen Schritt gemacht und dich aus seinem Fängen befreit. Damit nimmst du ihm seine Macht über dich. Das ist es, was er nicht aushält, was dich aber retten wird. So verpasst eine starke Frau einem Narzissten eine Abfuhr. Wie wir alle wissen, können Narzissten uns das Leben vermiesen. Denn sie sind kontrollsüchtig und können jeden dazu benutzen, so zu handeln, wie sie es gerne hätten. Meistens steuern sie die Menschen in ihrer Umgebung wie Marionetten. Und zwar meist zu ihren Gunsten. Manche Frauen lassen sich in ihren Beziehungen von ihrem narzisstischen Partner unterkriegen. Nur die wenigsten schaffen es, sich aus den Fängen des Narzissten zu befreien und ihm eine Abfuhr zu erteilen. Dies sind die starken Frauen. Die Frauen, die sich nicht unterbuttern lassen und ihren Wert treu bleiben. Aber wie machen sie das? Was tun sie in bestimmten Situationen, wenn ein Narzisst mal wieder so richtig selbstsüchtig ist und versucht, alles und jeden um sich herum zu verunsichern und nach seiner Pfeife tanzen zu lassen? Dazu muss man die einzelnen Verhaltensweisen eines Narzissten noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. 1. Narzissten suchen sich vor allem positive Menschen, um ihr Ego zu füttern. Narzissten wollen sich mit positiven Menschen umgeben. Sie möchten, dass sie denken, dass sie gleich sind. Aber Narzissten werden dir niemals nette Worte sagen, weil sie sie so meinen. Sie sagen dir nur nette Worte, um dich anzulocken. Starke Frauen sind nicht naiv. Sie merken, wenn jemand ihnen einen Bären auf die Nase bindet. Sie glauben nicht direkt jedes Wort und kennen ihre Qualitäten. Sobald sie merken, dass sie jemand belügt, nur um sie um den Finger zu wickeln, schreiben sie ihn ab. 2. Narzissten wollen andere davon überzeugen, dass sie das eigentliche Problem sind. Narzissten haben das Talent, anderen im Handumdrehen die Schuld zuzuweisen. Sie können nicht akzeptieren, dass sie etwas falsch gemacht haben. Dies würden sie nur dann zugeben, wenn sie dich manipulieren wollen. Starke Frauen lassen dies niemals zu. Sie wissen, dass sie keine Mülldeponie sind und werden die Schuld nicht gänzlich auf sich nehmen, weil sie die Situation durchschauen. Sie würden für ihre Rechte kämpfen und ihren Narzissten zurechtweisen. 3. Narzissten machen gerne leere Versprechungen, um den Partner bei sich zu behalten. Zuerst schwärmt der Narzisst dir eine gemeinsame Zukunft vor, aber dann nach einiger Zeit lässt er die Maske fallen. Er wird dich jedoch jedes Mal wieder mit irgendwelchen leeren Versprechungen einlullen, nur um dich bei ihm zu halten. Starke Frauen lassen sich nicht reinlegen. Sie wollen Taten sehen und glauben nicht nur an die Worte. Erst wenn ihr Partner ihnen mit seinem Verhalten demonstriert, dass er sie liebt, vertrauen sie ihm. 4. Narzissten manipulieren alles und jeden um sich herum. Sie kontrollieren ihre Mitmenschen so sehr, dass sie ihre Gefühle und Taten beeinflussen können und die Dinge so zurechtrücken, wie sie es gerne hätten. Starke Frauen sind sehr schwer zu manipulieren, da sie ganz genau wissen, wer sie sind und was sie wollen. Darum bleiben sie auch bei ihrer Meinung und lassen sich nicht dazu drängen, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht tun wollen. 5. Narzissten ziehen die Menschen in ihrer Umgebung herunter. Narzissten wollen sich überlegen fühlen und Liebe des Macht zu haben. Darum unterdrücken sie die Menschen um sich herum. Sie versuchen die Fehler ihrer Mitmenschen zu finden und sie in den schlimmsten Situationen näher ins Licht zu rücken. Narzissten können es nicht ertragen, am Boden zerstört zu sein, während andere um sie herum glücklich sind. Sie müssen ihr Umwelt ebenfalls herunterziehen, damit sie sich besser fühlen. Starke Frauen können nur sehr schwer zu Fall gebracht werden. Sie wissen, dass sie stark sind und lassen sich nicht von der Laune anderer beeinflussen. Sie kümmern sich um ihr Wohlbefinden und gehen ihren eigenen Lebensweg, der sie glücklich macht. Sie sind sich ihren Schwächen bewusst und akzeptieren sie als einen Teil von sich selbst. Wenn der Narzisst versucht, eine starke Frau zu kritisieren, wird seine Kritik einfach durch sie hindurchwandern, denn sie weiß, wer sie ist. 6. Narzissten verhalten sich gegenüber Fremden anders als privat. Wenn du einen Narzissten kennst, dann weißt du, dass er viele Gesichter haben kann. Wahrscheinlich verhält er sich anderen nicht so, wie er sich dir gegenüber verhält. Das ist völlig normal für narzisstische Persönlichkeiten. Starke Frauen würden solch ein Verhalten niemals tolerieren. Sie würden ihn sogar in der Öffentlichkeit konfrontieren, wenn sie bemerken, dass er sich ganz anders verhält. Das reißt dem Narzissten den Boden unter den Füßen weg. 7. Narzissten greifen die Menschen, die sie lieben, an. Er wird einen Streit anzetteln und du wirst dich rechtfertigen müssen. Manchmal kann das stundenlang dauern, so dass du vergisst, warum ihr euch eigentlich gestritten habt. Starke Frauen zügeln sich nicht und erlauben dem narzisstischen Partner nicht, sie von ihren Gedanken abzulenken. Der Narzisst kann so oft er will versuchen, das Thema zu wechseln, aber sie wird nicht locker lassen und den Faden behalten. Sie wird den Narzissten aufhalten und ihm deutlich machen, dass er nicht von dem Gesprächsthema redet und sie gern später darüber reden können, aber dass sie zuerst das eigentliche Thema klären müssen. 8. Wenn Narzissten sich erwischt fühlen, tun sie so, als wären sie das Opfer. Sobald man das wahre Gesicht eines Narzissten enthüllt, wird er sich verstecken wollen. Er wird mit Ausreden um die Ecke kommen oder die Opferrolle übernehmen. Dann kann es passieren, dass er plötzlich alles auf seine Vergangenheit schiebt und dein Mitgefühl erwecken möchte. Eine starke Frau hat zwar Empathie für andere Menschen, aber sie kann spüren, wenn jemand sie an der Nase herumführt. Sie lässt sich nicht verarschen und wird nicht auf seine Mitleidsnummer hereinfallen. Sie bleibt also völlig kalt. Starke Frauen stehen hinter dem, was sie glauben. Sie kennen ihre Werte und schaffen es, die Tricks eines Narzissten zu durchschauen. Sie hören ganz einfach auf ihr Gefühl und lassen sich nicht von einem Narzissten beeinflussen. Aus diesem Grund werden Narzissten von starken Frauen meist eingeschüchtert. 4 Zerstörungsmaßnahmen, die Narzissten anwenden, um dich zu verlassen. Loslassen ist immer schwierig. Selbst wenn der Typ, mit dem du die Sache beendest, der normalste Typ ist, mit dem du je ausgegangen bist, ist es nicht einfach. Du beendest immer einen großen Teil deines Lebens. Und besonders dann, wenn du derjenige bist, mit dem Schluss gemacht wird, kann es schwierig sein, sich damit abzufinden. Genau wie bei jeder anderen großen Veränderung in deinem Leben ist es immer etwas gewöhnungsbedürftig, danach wieder allein zu sein. Aber wenn der Typ, der mit dir Schluss macht, ein missbräuchlicher Narzisst ist, sind die Dinge schlimmer und können so einiges in dir zerstören. Denn ein Narzisst macht einem nie etwas einfach. Er ist derjenige, der die volle Kontrolle haben muss. Was auch immer passiert, du wirst am Ende seine bösartigen Absichten zu spüren bekommen. Wie ich bereits erwähnt habe, können Narzissten es nicht ertragen, die Kontrolle zu verlieren. Und sobald sie spüren, dass sie auch nur den geringsten Teil ihrer Sicherheit verlieren, greifen sie zu drastischen Maßnahmen. Wenn er spürt, dass du versuchst, die Dinge zu beenden, oder dass du anfängst, dich ihm zu widersetzen, wird er sicherstellen, dass er derjenige ist, der es zuerst beendet. Und zwar nicht auf eine freundliche Weise. Wenn du das Gefühl hast, dein Narzisst könnte sich momentan damit beschäftigen, dich fallen zu lassen, sei auf die folgenden vier Szenarien vorbereitet. Dies sind seine häufigsten Möglichkeiten, um dich wissen zu lassen, dass er mit dir fertig ist. 1. Er hat bereits ein sicheres Backup und wird dich ohne Erklärung abrupt verlassen. Wenn ein Narzisst sicher ist, dass er mit dir Schluss machen wird, sorgt er dafür, dass bereits ein neuer Partner an Ort und Stelle ist. Er muss sich immer Optionen freihalten, um ein Backup zu haben, falls die Dinge schlecht laufen. In diesem Fall wirst du keine Warnung und keine Erklärungen erhalten. Seine Stimmung wird plötzlich unvorhersehbar kippen und er wird sehr gereizt sein. Denke daran, dass Narzissen nicht die Fähigkeit besitzen, sich zu schämen und zu bedauern, so dass es für sie keinen Unterschied macht, wenn du versuchst, ihm eine Szene zu machen. Er wird dich ohne Entschuldigung zurücklassen und sicherstellen, dass du weißt, dass er bereits jemand Neues gefunden hat. Und das wird das Ende für euch beide sein. Es wird so abrupt enden, wie es begonnen hat. 2. Er wird dich zum Buhmann machen, indem er dich beschimpft und dir die Schuld gibt. Sein Plan wird sehr hinterhältig sein. Erstens wird er kleinere Unannehmlichkeiten verursachen, die dich in einem schlechten Licht dastehen lassen. Er wird sicherstellen, dass du weißt, wie schlecht er dich findet. Und er wird seine Worte nicht im Zaun halten. Dann drückt er deine Knöpfe, indem er Dinge tut, von denen er weiß, dass du sie nicht magst. Und auf diese Weise wird er dich wütend machen. Diese Wurt wird er dann gegen dich einsetzen. Er wird versuchen, dich dazu zu bringen, verrückt, instabil und wie eine schlechte Freundin aussehen zu lassen. Und er wird vorgeben, ein armer Kerl zu sein, der in dein Netz aus Lügen und Betrug geraten ist. Du wirst nicht einmal verstehen, wie er es macht. Und er wird weg sein, sobald er sein Ziel erreicht hat. Du wirst am Ende das Gefühl haben, dass du etwas falsch gemacht hast. Aber alles, was wirklich passiert ist, war, dass er dich manipuliert hat und mit erhobenem Kopf gegangen ist. Genau wie er es immer geplant hat. 3. Er wird seine Zuneigung dir gegenüber zurückhalten, um dich zu vertreiben. Seine Gefühle, die er vorgibt zu haben, werden überall sein. Eines Tages wird er dich anbeten und dich mit Liebe überschütten und am nächsten Tag wird er sauer auf die Krümel sein, die du auf dem Küchenboden liegen gelassen hast. Du weißt nicht, was du dagegen tun sollst, da sich sein Verhalten drastisch ändern wird und die kleinsten Dinge ihn plötzlich furchtbar wütend machen. Und genau das möchte er, dass du darüber nachdenkst. Er wird dich dazu bringen, die ganze Arbeit für ihn zu erledigen, indem er wie ein rasender, wahnsinniger Auftritt und dich dazu treibt, die Dinge zu beenden, als ob alles deine Idee wäre. Dies wird eine extrem giftige Atmosphäre sein, mit der du nicht lange fertig werden wirst. Solange er diesen Plan vor Augen hat, musst du einfach Schluss machen. Einfach so. Es ist vorbei und der Muster nicht einmal abdrücken. Denn du hast es für ihn getan. 4. Er wird Sex als Waffe einsetzen, um dich zu demoralisieren. Sex wird zu einer mächtigen Waffe in seinem Arsenal. Er wird es auf jede erdenkliche Weise gegen dich einsetzen. Und wenn ihr beide ein gutes Sexleben habt, wird es besonders schwierig. Er wird dir den Sex verweigern, wenn er sieht, dass du es wirklich willst. Und wenn er merkt, dass du zu müde bist, um zu funktionieren, fragt er dich, ob du in der Stimmung bist, in dem Wissen, dass du es nicht bist. Er wird dich dazu bringen, ihn zu bitten, Sex mit dir zu haben, obwohl du es in diesem Moment nie für möglich gehalten hättest. Aber sein Verhalten lässt dir keine Wahl. Und verdammt, du willst es ein letztes Mal. Und so wird er dich bekommen. Dein Ego wird jedes Mal einen großen Schlag erleiden, wenn er Nein sagt. Und er wird jede Sekunde davon genießen. Und wenn er mit seinem Spaß fertig ist, wird er mit dir Schluss machen, so dass du Probleme hast, mit den Folgen seiner Handlungen fertig zu werden. Und es wird dich auffressen und letztendlich zutiefst verletzen. So kannst du einen Narzissen bestrafen. Warst du schon einmal mit einem Narzissen zusammen? Oder kennst du einen Narzissen in deinem Umfeld? Dann weißt du sicher, dass Narzissen alles zerstören können, was einem im Leben wichtig ist. Sie können einen Menschen auf psychischer und physischer Ebene sehr tief verletzen. Wurdest du auch schon einmal von einem Narzissen gänzlich zerstört und würdest dich am liebsten an diesem Menschen rächen? Dann lass die von mir sagen, Rache an sich ist eine Zeitverschwendung. Laut Wissenschaft suchen die meisten Menschen Rache, um unbewusst die negative Erfahrung zu erweitern. Dabei geht es ihnen weniger um die Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass du dich wahrscheinlich an deinen Narzissen rächen möchtest, weil du die negative Beziehung beibehalten willst. Aber Rache ist eigentlich aus einem ganz anderen Grund Zeitverschwendung. Denn Narzissen und negative Menschen können sich von Rache belebt fühlen. Zudem haben Narzissen und Menschen, die Rache suchen, sehr viel gemeinsam. Beide Arten von Menschen halten an der negativen Beziehung fest, die Rache verursacht. Sobald du also Rache suchst, wird dein Narzisst die Macht über dich und eure Beziehung zurückerlangen. Du wirst einen Narzissen nur bestärken, wenn du versuchst, ihm eine Lektion zu erteilen. Denn du zeigst damit Schwäche. Dies wird nur noch mehr Aggressionen in ihm hervorbringen. Das Beste, was du in diesem Fall tun kannst, ist es, dich auf dich selbst zu konzentrieren. Achte dabei auf die folgenden drei Punkte. 1. Erwarte nicht mehr von ihm, dass er sich um dich kümmert. Zuerst musst du deine Erwartungen völlig herunterschrauben und die Erwartungen an dich selbst erhöhen. Du hast nur all diese Schmerzen erfahren, weil du zu viele Erwartungen hattest bzw. sie falsch gestellt hast. Es tut weh, wenn man realisiert, dass jemand, den man liebt, seine Bedürfnisse über seine eigenen stellt. Es tut weh, wenn man erkennt, dass dieser jemand einem nicht die Welt zu Füßen legen wird, weil man davon ausgegangen ist oder es irgendwie gehofft hat. All das sind unrealistische Erwartungen. Sei nicht so bedürftig und sei vor allem ehrlich mit dir selbst. Du kannst nur heilen, wenn du aufhörst, etwas von diesem Menschen zu erwarten. Versuche zu erkennen, wer du bist und lasse das Bild von der Person los, das du dir vorgestellt hast. 2. Mache dein Glück nicht mehr von ihm abhängig Sobald du erkennst, dass dieser Mensch ein Narzisst ist, wirst du aufhören, dir zu wünschen, dass er sich um dein persönliches Glück kümmert. Du weißt nun, dass du dich nicht auf ihn verlassen kannst und dein Glück selbst in die Hand nehmen musst. Lerne, dich auf dich selbst zu verlassen und Eigenverantwortung zu tragen. Du kannst nur enttäuscht werden, wenn du dich darauf verlässt, dass dich jemand anderes glücklich machen soll. Dann wirst du zum Opfer. Du wirst jemand sein, der anderen für sein Unglück und Leid dich schuld gibt. Dabei hast du dir selbst einfach nicht mehr zugehört und deine Bedürfnisse völlig vernachlässigt. Dies ist ein Rezept dafür, eben kein Glück zu erfahren. Denn in Wahrheit kann niemand dich glücklich machen. Nur du selbst kannst das Leben so gestalten, dass du glücklich bist. Es ist somit deine persönliche Entscheidung, ob du glücklich sein möchtest oder nicht. 3. Lass ihn aktiv los. Außerdem solltest du erkennen, dass es nicht deine Aufgabe ist, einen Narzissten zu heilen. Du kannst ihn nicht vor sich selbst retten. Deine Aufgabe besteht darin, dich selbst vor ihm zu schützen. Und du kannst dich nur vor ihm schützen, indem du ihn loslässt. Wichtig ist, dass du dies als einen Prozess betrachtest. Du musst ihn aktiv loslassen. Das bedeutet, dass du dir immer wieder Ziele setzen musst. Konzentriere dich zunächst einmal nur auf dich selbst. Sei streng damit, auf welche Dinge du deine Aufmerksamkeit richtest. Gib dir selbst Raum und Zeit und stärke dich mit mentaler Energie. Du bist nun nicht mehr der Kontrollfreak oder die Abhängliche. Du lässt diese Rolle nun gänzlich los und findest wieder zu deinem authentischen Selbst zurück. Menschen werden sich niemals ändern, wenn sie es nicht wirklich wollen. Höre also damit auf, ihn ändern zu wollen. Du kannst ihm immer wieder den Spiegel vor sein Gesicht halten, in der Hoffnung, er würde sich ändern oder er würde erkennen, wie sehr du unter seinem Verhalten leidest. Das ist reine Zeitverschwendung. Denn kein Narzisst wird sich jemals als Narzisst sehen. Natürlich merken Narzissten ab und zu, dass sie Fehler gemacht haben oder Menschen um sich herum verletzt haben. Aber dies werden Ausnahmen sein. Sie werden dabei nie erkennen können, dass sie dich zu Unrecht verletzt haben. Ihre Bedürfnisse werden immer über deine Bedürfnisse stehen. Darum können sie sich selbst nicht so sehen, wie du sie siehst. Sie wissen nicht, dass sie selbstsüchtig oder narzisstisch sind. Lass deinen Narzissten also los. Und zwar aktiv. Nimm dein eigenes Leben wieder in die Hand und suche dein persönliches Glück da draußen. Du wirst es wiederfinden. Denn dein Herz wird langsam aber sicher heilen. Das wird für eine Narzissten Strafe genug sein. 10. Das Leben danach. Wie soll es weitergehen? Die Zeit mit einem Narzissten wird ein tiefes Loch in deine Seele und dein Herz gerissen haben. Er hat dich so sehr vereinnahmt, dass es sein kann, dass du eine große Leere verspürst, sobald du dich von ihm gelöst hast und er aus deinem Leben verschwunden ist. Nun ist es an dir, dieses Loch wieder zu füllen. Keine Angst. Auch wenn der Schmerz erst einmal unüberwindbar erscheint und du das Gefühl hast, nichts könnte dich mehr erfüllen und glücklich machen, lass dir gesagt sein, dass dieses Empfinden nach einer Beziehung mit deinem Narzissten ganz normal ist. Er hat dir viel zu lange vorgespielt, dass er deine Welt wäre. Er hat dein Leben bestimmt und das, was du tust. Du hast alles nach ihm ausgerichtet. Da kann es nun beängstigend sein, vor so viel Freiheit zu stehen, mit der du erstmal nichts anzufangen weißt. Aber du hast dich aus seiner Gefangenschaft befreit und darauf kannst du wirklich stolz sein. Der nächste Schritt auf deiner Reise wieder zurück zu dir ist, herauszufinden, was du eigentlich möchtest. Es kann gut sein, dass du das nämlich in all der fremdbestimmte Zeit mit ihm vergessen hast. Höre auf dich. Was macht dich glücklich? Was zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht? Es ist wichtig, dass du deine geschundene Seele nun gut umsorgst und für dich da bist. Verwöhne dich. Körperlich und geistig. Kaufe dir ein schönes Buch und gönne dir ein paar Stunden ganz in Ruhe nur für dich. Vielleicht machst du dir einen schönen Tee dazu. Oder gehe mit einer guten Freundin in ein Thermalbad und genieße eine schöne Massage. Umgib dich mit Menschen, die dich aufbauen und dir Liebe schenken. Tue dir Gutes. Höre auf das, was du jetzt brauchst. So bekommst du wieder einen Draht zu dir selbst und lernst dich neu kennen. Versuche auch Dinge, die dir ganz neu in den Sinn kommen und dein Interesse wecken. Sei mutig. Trau dir ruhig Dinge zu. Nachdem dir dein narzisstischer Partner lange eingeredet hat, was du ohne ihn alles nicht kannst, ist genau das nun die beste Therapie für dich. Mache Dinge anders, als du sie bisher getan hast. Du bekommst ein gestärktes Selbstwertgefühl dafür und fühlst dich wieder wohl in deiner Haut. Wichtig in der Zeit nach einem Narzissten ist es, dass du dich selbst wieder aufrichtest und zurück zu deinem Urgefühl und deiner Intuition findest. Du weißt, was du brauchst und was dich erfüllt. Du allein weißt, was gut für dich ist. Lerne wieder auf dich zu vertrauen und deine innere Stimme wahrzunehmen. Dann kannst du deine Verletzungen überwinden und dein Leben neu gestalten. Diese 22 Dinge werden nur Frauen verstehen, die mit einem Narzissten zusammen waren. 1. Der Heilungsprozess dauert sehr lang. Denn es ist nicht möglich, aus der Beziehung rauszukommen, ohne verletzt zu sein. Die Folgen dieser toxischen Beziehung sind unvermeidbar und der Schmerz sitzt tief. 2. Der Narzisst wird dafür sorgen, dass dein Selbstwertgefühl sinkt. Man wird sich so verloren fühlen, dass man vergisst, wer man war und sich wie ein Stück Scheiße fühlt. Man hat das Gefühl, dass man nicht mit seinem Leben weitermachen kann und sich selbst nicht wiedererkennt. 3. Vor ihm warst du eine normale Frau und hattest Lebensfreude. Du warst unabhängig. Aber nachdem du mit zusammen warst, hast du deine ganze Selbstachtung und deine Werte verloren. 4. Man versucht, seine Verletzlichkeit und all die Schmerzen, die man durch die Beziehung erhalten hat, zu verstecken. Man will nicht, dass andere sehen, wie empfindlich und zerbrechlich man geworden ist. Aber der Versuch, das alles zu verbergen, wird sicherlich scheitern. 5. Du hast das Gefühl, dass du ein unscheinbarer Mensch bist, denn er hat dir gezeigt, dass du nichts wert bist. 6. In deinen Augen spiegelt sich die gesamte Wahrheit über deine Gefühlswelt wieder. Dein Lächeln ist falsch, denn deine Augen sind mit Trauer erfüllt. 7. Du lächelst nicht, weil du willst, sondern weil du das Gefühl hast, dass andere es von dir erwarten. Die Menschen in deiner Umgebung machen sich Sorgen um dich und du willst sie beruhigen. Du schaffst es nicht mehr, aus deinem eigenen Herzen heraus zu lächeln. Diesen Preis muss jeder zahlen, der mit einem Narzissten zusammen war. 8. Man ist überaus vorsichtig. Und man will auf keinen Fall über die Beziehung reden. Darum baut man eine Schutzmauer um sich herum, damit man sich sicherer fühlt. Denn in diesem Moment braucht man einfach nur Schutz. 9. Man zahlt einen hohen Preis, wenn man in einer Beziehung mit einem Narzissten ist. Denn man wird depressiv und ängstlich, obwohl man das vorher nie war. Dies ist der Nebeneffekt einer toxischen Beziehung. 10. Diesen Heilungsprozess kann kein Mensch allein durchlaufen. Man braucht ehrliche und aufbauende Freunde an seiner Seite. Du solltest auf die Menschen vertrauen, die sich wirklich um dich sorgen. Verweigere ihre Hilfe nicht, denn du wirst sie sicher brauchen. 11. Du hast den Glauben an das Gute im Menschen verloren. Denn du bist in seiner Falle getappt und hast gesehen, wie hasserfüllt er ist. Darum vertraust du niemandem mehr. Du denkst, dass alle Menschen in deinem Leben dich verletzen wollen. Ganz egal, wen du triffst. 12. Du brauchst niemanden, der dich für das, was du getan hast bzw. für das, was du nicht getan hast, verurteilt. Denn du kennst deine Fehler bereits. Du brauchst jemanden, der geduldig mit dir ist und Verständnis zeigt. 13. Es fällt dir schwer, das alles zu verdauen. Denn du kannst es fast nicht glauben, dass dir das alles passiert ist. Du möchtest einfach nur aufwachen aus diesem Albtraum. 14. Du sehnst dich nach Anerkennung und möchtest ermutigt werden. Aber du brauchst noch etwas Zeit, um aus der Realität herauszukommen, in der du dich so lange gefangen gefühlt hast. Du hast das Gefühl, dass wieder und wieder etwas Schlimmes passieren wird und dass das Ganze niemals ein Ende nehmen wird. 15. Dein Vertrauen in die gesamte Menschheit ist zerstört. Du vertraust nicht einmal den Personen, mit denen du einmal so vertraut warst. Denn du denkst, dass dich von nun an jeder Enttäuschen wird. Du zweifelst an jeder Freundschaft und jeder Beziehung, die du hast. 16. Du hast vergessen, wie man liebt. Denn du warst noch nie so weit von Liebe entfernt wie jetzt. Du hast Angst vor der Liebe und du möchtest dich auf keinen Fall verlieben. Denn du hast Angst, etwas zu empfinden und wieder enttäuscht zu werden. 17. Du entschuldigst dich für Dinge, die nicht deine Schuld sind. Denn du möchtest noch mehr emotionales Leid vermeiden. Du sagst es, weil du es so gewohnt bist. Denn wenn man mit einem Narzissen zusammen ist, dann entschuldigt man sich, um sich vor noch mehr Strafe zu schützen. 18. Du hast Angst, dass du für deine Gefühle bezahlen musst. Darum versteckst du sie. Denn je mehr du deine Gefühle zeigst, desto verletzlicher bist du und desto schlechter kann dich ein Narzisst behandeln. 19. Du willst auf keinen Fall mehr anhänglich oder abhängig sein. Darum bist du emotionslos. Du möchtest deinen Gefühlen nicht mehr freien Lauf lassen und staust sie deshalb auf. Alles, was du fühlst, behältst du für dich. 20. Du möchtest mit all deinen Gedanken allein sein und erstickst gleichzeitig in deiner Einsamkeit. Dadurch ändert sich deine Stimmung ständig und du bist unberechenbar. 21. Du sehnst dich nach jemanden, der dir hilft und einfach für dich da ist. Du brauchst jemanden, der dir sagt, dass alles gut wird und dich für eine starke Frau hält. Denn du hast den Glauben an dich selbst verloren. Darum brauchst du jemanden, der dich an die Hand nimmt und auf dich aufpasst. So lange, bis es dir wieder etwas besser geht und du zu deinem alten Selbst zurückkehren kannst. 22. Du solltest keine Angst haben, denn du bist noch immer du selbst, irgendwo unter all den Masken, die du nun trägst. Da ist eine Frau, die es verdient hat, geliebt zu werden. Mache dir bewusst, dass es an der Zeit ist, die schlechten Dinge gehen zu lassen und Platz zu schaffen für all die positiven Dinge, die nun kommen werden. Alles, was du dazu brauchst, ist Zeit. 23. Zehn Anzeichen dafür, dass du dein altes Leben mit deinem narzisstischen Ex hinter dir gelassen hast. Wenn du es endlich aus einer giftigen Beziehung mit deinem Narzissten geschafft hast, merkst du, dass deine ganze Welt Kopf steht. Die Zeit mit ihm hat alles für dich verändert und du siehst die Dinge. 24. Nun, da du all das Schreckliche überwunden hast, mit anderen Augen. 25. Zehn Dinge sind bei dir jetzt anders, als bei Menschen, die sich nicht aus einer narzisstischen Beziehung kämpfen mussten. 26. Du bist stärker als je zuvor. Die Zeit mit einem Narzissten hat alles von dir abverlangt und du warst an deinem Tiefpunkt. Nun, da du dich mit eigener Kraft hinausgekämpft hast, bist du stark und unaufhaltsam geworden. Niemand stellt sich dir mehr in den Weg, ohne es zu bereuen. 26. Du fällst nicht mehr auf ihn rein. Lange genug warst du abhängig von deinem Ex und hast einiges über dich ergehen lassen. Das passiert dir nicht mehr. Denn nun bist du schlauer geworden. Du hast aus seinem Verhalten und den Wunden, die daraus bei dir entstanden sind, gelernt und das Wichtigste, du hast ein für allemal genug von ihm. 27. Du erkennst Falschheit sofort. Durch deine Erfahrung mit einem narzisstischen Ex-Partner bist du nun eine Meisterin darin, Lügen und Intrigen zu durchschauen. Du bist nicht mehr so naiv und glaubst jedem alles, sondern du achtest auf Unstimmigkeiten und hast ein Gespür dafür bekommen, was sich wahr anfühlt und was ernst gemeint ist. 28. Du lässt dich nicht mehr ausnutzen. Das ist dir schließlich schon einmal passiert und du weißt, wo das hinführt. Jetzt passt du ganz genau auf und weißt, wo deine Grenzen sind. Du weißt, wer deine Freunde sind und wer nicht. Und du weißt, was für dich okay ist und was gar nicht geht. Nie mehr wirst du auf jemanden wie deinen Ex reinfallen. 29. Du weißt, wer du bist. Dein Ex war stark. Er hat dir alles genommen. Vor allem dich selbst. Du musstest viel Arbeit investieren, bevor du überhaupt wieder wusstest, wer du bist. Das nimmt dir niemand mehr. Du hast eine sichere Substanz im Inneren und weißt ganz genau, wer du bist, wer zu dir gehört und was du willst. 30. Du kennst deinen Wert. Du bist schon einmal an eine Person geraten, die dich nicht geschätzt hat. Du hast lange gebraucht, um dir deine Kraft zurückzuholen. Jetzt erstrahlst du neu und hast erkannt, wie schön du bist und dass so etwas niemals wieder jemand mit dir machen darf. 31. Du fühlst dich lebendiger denn je. Du schätzt das Leben in Freiheit ganz neu und liebst es, endlich die Dinge tun zu können, für die du gemacht bist und die dir unendlich viel Freude bereiten, ohne dass ständig jemand an dir rumnörgelt oder dir Dinge schlecht redet. Du bist erfüllt von neuer Energie. 32. Du gibst einen Fick auf seine Angelegenheiten. Er ist dir mittlerweile vollkommen egal geworden. Genauso was er so treibt oder wen er jetzt zugrunde richtet. Du konzentrierst dich auf dein Leben und willst einfach gar nichts mehr von ihm wissen. 33. Du bist erfolgreich. Da du dich nun den Dingen zuwendest, die dir entsprechen und ein Leben führst, das dich erfüllt, erlebst du immer mehr Erfolge. Du bist auf der Überholspur und alles geht plötzlich viel leichter. 34. Du schaust nicht mehr trauernd zurück. Du hast abgeschlossen. Die schreckliche Vergangenheit liegt hinter dir und du hast deinen Frieden mit den Dingen geschlossen, die damals passiert sind. Wenn du zurückschaust, dann bist du froh über deine Entwicklung und stolz auf dich. 35. Du bist froh über deine Entwicklung und stolz auf dich. 11. Zusammenfassung. Narzissmus, wenn krankhafte Selbstliebe die Beziehung zerstört. Narziss. Das ist der junge Gott in der griechischen Mythologie, der so sehr in sein eigenes Spiegelbild verliebt war, dass er sich selbst ins Unglück und ins Verderben stürzte. Nicht ohne Grund nennen wir Menschen, die zu krankhafter Selbstliebe neigen, bis heute Narzissen. Doch Narzissmus belastet nicht nur denjenigen, der mit dieser Persönlichkeitsstörung gezeichnet ist. Jede Partnerschaft leidet unter der Störung. Wenn du einen Narzissen liebst, musst du aufpassen, dass dich seine Selbstliebe nicht zerstört. Wenn du einen Narzissen liebst, bedeutet das, dass du mit einem Menschen zusammen bist, der zu einer krankhaften Selbstliebe neigt. Aber ist das nicht gut? Ist es nicht erstrebenswert, sich selbst zu lieben, so wie man ist? Selbstliebe, das beinhaltet doch Selbstbewusstsein, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das Wissen darum, was man wert ist. Wünscht man sich nicht, selbst so zu sein? Und wäre es nicht schön, einen Partner zu haben, der gerade diese Selbstsicherheit besitzt? Nein. Leider ist das Leben mit einem Narzissen alles andere als schön. Es kann belastend und zerstörerisch sein. Und oft gibt es keinen anderen Ausweg, als die Beziehung zu beenden. Leben mit dem Narzissmus des Partners. Der Narzisst will immer und überall deine Anerkennung, deine Bewunderung. Keine andere Meinung zählt außer seiner eigenen. Er prahlt mit seinem Können, seiner Leistung und seinen Fähigkeiten. Doch meistens ist nicht viel dahinter. Du bist es leid, immer wieder davon zu hören, wie wundervoll er ist. Und gleichzeitig folgen doch nie Taten. Im Gegenteil, der Weg ist gepflastert von Misserfolgen, für die natürlich alle andere die Schuld tragen. Mit deinem Narzissen zu leben bedeutet, dass immer der Partner im Mittelpunkt steht. Es geht immer um seine Gefühle, seine Ziele, seine Enttäuschungen, seine Erwartungen. Und wo bleibst du dabei? Wer fragt dich nach dem, was du kannst und möchtest? Wer will deine Meinung zu den vielen Themen hören? Der Narzisst ganz sicher nicht. Der will deine Bestätigung, aber bloß keine Kritik. Denn mit dieser kann der Narzisst nicht umgehen. Es geht permanent darum, dass er sich besser fühlt. Zu welchem Preis? Er fühlt sich nie wirklich anerkannt und verstanden. Denn er ist gar nicht so fehlerfrei, wie er es von sich glaubt. Seine Frustration und seine Wut wachsen. Und du als Partnerin bekommst diese zu spüren. Mit einem Narzissen zu leben ist immer ein Drahtseilakt. Du musst ihm die Bestätigung geben, die er sucht. Nachsichtigkeit zeigen. Wo er übers Ziel hinaus schießt. Eigene Bedürfnisse zurückstellen. Kritik für dich behalten und die negativen Konsequenzen, die seine Persönlichkeitsstörungen nach sich ziehen, dennoch gemeinsam mit ihm tragen. Mit einem narzisstischen Partner zu leben, bedeutet also vor allen Dingen eines. Du brauchst viel Kraft. Was geht in einem Narzissen vor? Narzissmus ist eine etwas saloppe Bezeichnung für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wer darunter leidet, hat eine völlig verdrehte Wahrnehmung von sich selbst. Der Narzisst glaubt, besonders herausragend zu sein. Nur leider ist das in der Regel nicht. Es besteht ein Missverhältnis zwischen dem, was er über sich denkt und dem, was die Realität widerspiegelt. Das macht ihn unzufrieden und spornt ihn dazu an, sich immer mehr zu präsentieren. Der Narzisst prahlt und spielt sich auf. Dabei will er natürlich nicht hören, dass er falsch liegt. Irgendwo tief in ihm drin besitzt er ein fehlendes Selbstwertgefühl. Um dieses zu kompensieren, übertreibt er es nach außen hin und baut eine Fassade auf, die er selbst nicht mehr durchschaut. Womöglich kann er die Realität also schon lange nicht mehr erkennen. Diese übermäßige Selbstdarstellung braucht sehr viel Energie. Vielleicht ist das der Grund, dass der Narzisst nicht mehr viele Kapazitäten frei hat, um wirklich etwas im Leben auf die Beine zu stellen. Stattdessen manipuliert er andere. Er lügt und lebt in der ständigen Vorstellung, alle anderen seien nur neidisch auf ihn und würden ihm deshalb die nötige Anerkennung nicht schenken. Sein Selbstwertgefühl zieht er aus der Demütigung und Herabsetzung anderer. Nur wenn er die anderen klein macht, kann er sich groß fühlen. Welche Partnerin erträgt dies auf Dauer? Wutanfälle, Misstrauen und fehlende Empathie prägen die Beziehung. Übermäßige Anforderungen an die Partnerschaft. Auch an seine Partnerin hat der Narzisst große Ansprüche. Sie ist seine Traumfrau, nicht weniger. Das liest dich war ja nicht romantisch. Ist es aber nicht. Denn der Narzisst erwartet zwangsläufig nur das absolute Maximum. Du hast die perfekte Frau für ihn zu sein. Und wenn du das nicht bist, reagiert er gekränkt und wütend. Er sucht die Schuld bei dir, nicht bei sich selbst. Eifersucht, Streit, übertriebene Erwartungen und immer geht es nur um ihn. Du schenkst ihm nicht genug Anerkennung. Du weißt ihn nicht zu schätzen. Du ruinierst die Beziehung. Dir kommt das alles sehr bekannt vor. Dann hast du wahrscheinlich längst nicht mehr die Kraft, noch viel in diese Beziehung zu investieren. Ausbruch aus der Narzisstenfalle. Das Leben mit einem Narzissten erfordert vor allen Dingen eines. Grenzen zu setzen. Du musst aufhören, deinen Partner als Mittelpunkt der Beziehung zu betrachten, auch wenn er sich ständig dazu macht. Es ist nicht unmöglich, mit einem Narzissten glücklich zu werden. Das kommt auch immer darauf an, wie stark seine narzisstische Persönlichkeitsstörung ausgeprägt ist. Doch immer setzt der Narzissmus des Partners voraus, dass du Grenzen steckst und an dich selbst denkst. Du brauchst einen langen Atem und viel Geduld. Vieles ist die Aufregung nicht wert. Und wer mit einem Narzissten lebt, muss ganz oft auch einfach nur weghören. Doch irgendwo sind immer Grenzen. Und die sind genau dann überschritten, wenn deine eigene Seele in Mitleidenschaft gezogen wird. Nein, du musst nicht immer funktionieren. Und ja, auch deine Meinung zählt. Du darfst durchaus auch einmal Aufmerksamkeit einfordern. Sprich mit deinem Partner. Er muss verstehen, dass dich viele seiner Verhaltensweisen verletzen. Kritik an ihn musst du vorsichtig verpacken. Achte immer darauf, seinen Stolz nicht zu verletzen. Sprich nicht davon, was bei ihm falsch läuft oder was bei ihm nicht stimmt, sondern nur, wie du dich fühlst. Manchmal kann ein ruhiges oder vorwurfsfreies Gespräch helfen, dass der Narzisst dein eigenes Verhalten überdenkt. Und wenn nicht, horche in dich hinein. Du bist es dir schuldig, einen Schlussstrich zu ziehen, wenn deine inneren Grenzen überschritten wurden. Denke daran. Niemand ist dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Nur du selbst. Und wenn das bedeutet, sich von einem narzisstischen Partner zu lösen, so ist dies der einzige richtige Weg, um wieder zu dir selbst zu finden und frei zu sein für eine Beziehung, in der gegenseitige Liebe und Respekt herrschen. Zwölf. Hilfreiche Bonusinhalte zum Thema Narzissmus. Das bedeutet der Satz, ich liebe dich für einen Narzissten. Der Satz, ich liebe dich, sind in unserer heutigen Zeit schon fast abgenutzte Worte. Denn viel zu oft werden sie verwendet. Man kann damit verschiedene Dinge meinen. Völlig abhängig von dem Kontext natürlich. Aber im Großen und Ganzen haben sie immer eine ganz besondere Bedeutung. In manchen Fällen allerdings benutzen Menschen diese Sätze, obwohl sie sich ihrer Bedeutung gar nicht wirklich bewusst sind. Denn sie sind so sehr auf sich selbst fokussiert und können einfach niemanden außer sich selbst lieben. Ich glaube, jeder von uns kennt so einen toxischen Menschen, dessen Absicht die Kontrolle und Besessenheit ist und nicht die Fürsorge und das Verständnis. Im schlimmsten Fall hast du sogar schon einmal die Erfahrung gemacht und warst mit solch einem Menschen zusammen. Wenn du jemals von einem Narzissten geliebt wurdest, dann kannst du dich mit dem folgenden Brief höchstwahrscheinlich sehr gut identifizieren. Denn er wurde von einem Narzissten geschrieben, jemand, der nicht in der Lage ist, über sich hinaus zu denken. Liebe Partnerin, lieber Partner, die folgenden Worte werde ich dir niemals sagen können. Denn wenn ich dies tun würde, dann würde ich mich selbst verraten. Ich würde zeigen, wie ich die Welt für meinen Nutzen ausbeuten würde. Ich kümmere mich nur um mich selbst. Das ist der Grund, warum ich die gesamte Last der Beziehung tragen muss, um die Vorteile daraus zu ziehen. Wenn ich dir sage, dass ich dich liebe, dann ist das die Wahrheit. Ich liebe dich, weil du hart für mich arbeitest. Ich liebe dich, weil du Kompromisse für mich eingegangen bist, zu denen ich dich gezwungen habe, damit ich glücklich bin. Ich liebe dich dafür, dass du alles für mich tun würdest und dass du es aufgegeben hast, das Gleiche von mir zu verlangen. Ich liebe dich, weil du wegen mir weinst und dich wegen mir klein und unbedeutend fühlst. Ich weiß, du lässt mir alles durchgehen und du liegst wegen mir am Boden. Du merkst eigentlich gar nicht, dass du etwas viel Besseres verdient hättest als das, was du von mir bekommst. Ich liebe es, wenn du die Schuld für mich auf dich nimmst oder wenn du dich von mir beeinflussen lässt, wenn ich nicht über ein bestimmtes Thema mit dir reden möchte, was du gerne ansprechen möchtest. Außerdem finde ich es schön, dass ich immer größere Erwartungen an dich stellen kann, während deine Erwartungen an mich immer kleiner werden. Mein Leben ist so viel einfacher, wenn du mich immer wieder deine Grenzen überschreiten lässt. Deine Freundlichkeit betrachte ich als selbstverständlich und du hast damit kein Problem mehr. Du gibst mir die Gelegenheit, mich immer wieder auf meinen Schmerz zu konzentrieren, so dass ich ihn lindern kann, denn für mich ist nichts jemals genug. Keiner liebt mich genug oder bewundert mich. Keiner respektiert mich. Darum lasse ich meine Frustration immer an dir aus. Ich weiß zwar, dass du auch Unterstützung, Fürsorge und Liebe brauchst, aber ich glaube einfach nicht, dass deine Gefühle so wichtig sind wie meine eigenen. Ich habe von uns beiden immer Priorität und das ist mir sehr wichtig. Es geht nie um das, was du willst oder brauchst und es geht auch nicht darum, wie verletzt du wegen mir bist. Es geht mir nur darum, wie ich dich kontrollieren kann und wie ich immer mehr und mehr aus dir heraussaugen kann. Ich möchte, dass du das Gefühl hast, dass das, was du tust, nicht genug ist. Ich stehe über dir und ich liebe dich wie meinen Besitz. Du bist wirklich das Kostbarste, was ich habe. Und ich will noch mehr von diesen kostbaren Dingen besitzen. Die größte Befriedigung für mich ist der Neid in den Gesichtern der anderen, wenn sie dich in meinen Armen liegen sehen. Denn du gehörst mir. Ich weiß, dass ich andere verletze und ich hasse mich dafür. Darum verbringe ich so gerne Zeit mit dir. Ich liebe es, dass ich mich von deiner emotionalen Unterstützung nähren kann. Und ich liebe es auch, dass ich dich für meine narzisstischen Neigungen verantwortlich machen kann. All meine Ängste vor Zurückweisungen, meine Emotionen und meine Bedürftigkeit sind fast nicht da, wenn ich mit dir bin. Weil ich weiß, dass du sich stillst. Wenn du all das endlich realisierst, wirst du mich verlassen. Das weiß ich. Also wirst du es von mir niemals erfahren. Ich werde dir immer einen kleinen Funken Hoffnung geben, dass ich noch ein besserer Mensch werden kann. Aber ich werde in Wahrheit kein besserer Mensch werden. Ich denke nicht einmal daran. Ich weiß, dass ich fallen werden werde, sobald du mich verlässt. An dem Tag, wenn du von mir gehst, werde ich ein tiefes Loch fallen, weil du dich nicht mehr um mich sorgst. Dann werde ich meine Lektion lernen. Aber ich werde alles daran setzen, dass dieser Tag niemals kommen wird. In Liebe, dein narzisstischer Partner. Natürlich ist dieser Brief nicht wirklich von einem Narzissen geschrieben worden. Denn Narzissen würden niemals so ehrlich sein. Aber dieser Brief soll dir helfen, zu erkennen, wie toxisch diese Menschen sind. Er soll dir helfen, dir selbst zu verzeihen und nach vorne zu schauen. Himmel und Hölle in der Beziehung mit einem Narzissen Wenn du mit einem Narzissen zusammen bist, ist es wie auf einer Achterbahn. Dein Leben ist geprägt von den Aufs und Abs eurer Beziehung, die allein erbestimmt. Mal schwimmst du in Endorphinen, weil er so will, und dann bist du am Boden zerstört, weil er es so will. Du magst nicht verstehen, wie es zu all dem hin und her kommt und warum dein Glück nie anhält, aber es passiert alles nach seinem Plan. Nichts geschieht, was nicht unter seiner Kontrolle liegt. Und du kannst nichts daran ändern, solange du mit ihm in einer Beziehung bist. Er zeigt dir, was wahres Glück ist. Wenn du ihn kennenlernst, wird sich der Narzisst von der besten Seite zeigen. Er wird sich Mühe geben, wo er nur kann, und dir ein wunderschönes, perfektes Leben zeigen. Die Welt wird für dich in neuen Farben erstrahlen und du denkst, das Glück deines Lebens gefunden zu haben. Endlich bist du dem einen Menschen begegnet, der dich versteht, der deine Gedanken teilt und der dir so ähnlich ist. Dass das alles nur Fassade ist, merkst du nicht, denn Narzissten sind Meister der Täuschung. Er spiegelt dich, zeigt dir das, was du sehen willst und du frisst ihm aus der Hand. Narzissten haben ein besonderes Gespür dafür, was sich Menschen wünschen und wonach sie sich sehnen und sie benutzen diese Gabe, um dich um den Finger zu wickeln. Er vereinnahmt dich. Bist du ihm vollkommen verfallen, nutzt er das, um dich ganz zu vereinnahmen. Er nimmt all deine Zeit in Anspruch, weil er so liebt, dich um ihn zu haben. Er braucht dich ständig und du fühlst dich dadurch geehrt und geschätzt. Wie selbstverständlich bist du immer für ihn da und erfüllst ihm jeden seiner Wünsche. Er weiß, wie er dich gefügig macht und ehe du dich versiehst, dreht sich dein ganzes Leben allein um ihn. Anfangs mag das noch schön sein, aber ohne, dass du es merkst, bringt er dich dazu, dein eigenes Leben zu vernachlässigen. Du gehst deinen Hobbys nicht mehr nach, triffst deine Freunde immer seltener und entfernst dich sogar von deiner Familie. Bald gehörst du ganz ihm und das ist, was er von Anfang an beabsichtigt hatte. Das Blatt wendet sich. Das alles geht eine Zeit lang gut. Aber irgendwann fängt auch die Maske des Narzissten an zu bröckeln. Niemand kann etwas 24 Stunden jeden Tag vorspielen. Dass er gar nicht ist und das war es auch nicht, was der Narzisst geplant hatte. Nun, da er dich ganz bei sich hat, muss er sich keine Mühe mehr geben. Dein Glück löst sich in kürzester Zeit auf und du fragst dich warum. Aber du schaust es noch nicht. Du bist nichts. Das Ab in der Beziehung mit einem Narzissten ist der wohl prägendste Teil und er wird dich langsam, aber sicher zerstören. Nun beginnt der Narzisst dich kontrolliert runterzumachen. Es fängt klein an. Eine Kritik hier? Ein abfälliger Kommentar da. Alles noch kein Drama. Aber diese Stiche in dein Herz werden immer öfter und immer tiefer und zerfetzen es. Er gibt dir die Schuld an allem und das Gefühl, vollkommen falsch zu sein. Seine Spielchen sind unfair und manipulierend. Gerne macht er dir ein schlechtes Gewissen und lässt sich selbst als Opfer dastehen. Er macht dich systematisch fertig. Bis du dich fühlst, als wärst du ein Nichts. Warst du eben noch im Himmel der Gefühle, bist du jetzt in der tiefsten Hölle. Er genießt es, dich klein zu sehen. Denn dann fühlt er sich groß und mächtig. Er hat dich ganz in der Hand und zerquetscht dich, bis er alles aus dir rausgepresst hat, was ihm etwas nutzen könnte. Die Rückkehr zum Glück. Wenn du so unglücklich wirst, dass du keinen Ausweg mehr siehst, bitte den Spieß umdrehen. Ehe du dich versiehst, sind die Gewitterwolken weg und er ein ganz anderer. Er spielt dir vor, dass alles gut wäre und er dir verziehen hätte. Er weiß, dass er dich nicht verlieren darf, weil er dich für sein Ego braucht. Deshalb macht er gute Miene zu seinem bösen Spiel, um dich wieder zu besänftigen. Du bist total durcheinander, aber froh, dass alles wieder gut ist und versuchst, das Beste draus zu machen. Er macht seine Aufgabe wirklich überzeugend und gibt dir dieses unglaubliche Glücksgefühl, das du am Anfang eurer Beziehung hattest. Endlich ist es wieder so toll, wie du es dir die ganze Zeit wünschst. Aber der Schein trügt. Immer und immer wieder. Dieses Spielchen wird sich in eurer Beziehung wiederholen, solange sie andauert und es gibt kein Entkommen daraus. Nie geht es dir lange gut und deine Seele baut in der Zeit mit ihm erheblich ab. Wenn du nicht aufpasst, löst du dich vollkommen auf. Was das Problem noch verschlimmert ist, dass du keinen anderen Mittelpunkt in deinem Leben hast, außer ihn. Zu deinen Freunden hast du schon lange keinen Kontakt mehr, denn er hat dich ganz vereinnahmt. Auch eigene Aktivitäten, die dich aufbauen könnten, hast du nicht mehr. Denn du hast dir dein ganzes Leben nach ihm ausgerichtet. Nach und nach hat sein perfekter Plan funktioniert, der dich und dein Leben zerstört hat. Wie er es schafft, dich nicht gehen zu lassen. Irgendwann erwachst du. Irgendwann ist alles einmal zu viel. Aber hier hört seine Kontrolle über dich noch nicht auf. Er ist sehr gut in diesem Spiel, denn er hat es erfunden und er weiß ganz genau, was er machen muss, um dich davon zu überzeugen, bei ihm zu bleiben. Er wird versuchen, dich wieder um den Finger zu wickeln, dir jeden Wunsch von den Augen ablesen und dich wie eine Prinzessin behandeln. Er wird dir die Schuld geben und dir sagen, dass es alles deine Fehler waren. Er wird versuchen, dir ein schlechtes Gewissen einzureden und dich egoistisch dastehen zu lassen, wenn du ihn alleine lässt. Er wird dich klein machen und dir vor Augen halten, dass du niemanden hast, zu dem du gehen kannst, dass du ihn brauchst und ganz alleine bist. Fall nicht darauf rein. Du kennst ihn und seine Tricks bereits. Deswegen fall nicht darauf rein. Du bist zu klug, um dich weiter so mies verarschen zu lassen. Langsam hast du verstanden, dass er sich nie ändern wird, auch wenn er es immer wieder schwört. Du hast verstanden, dass du die Wahl hast. Entweder du bleibst und guckst dabei zu, wie er dein Leben zerstört oder du gehst und baust dich wieder auf, mit der Chance auf eine wunderbare Zukunft. Auch wenn es schwer erscheint. Tief in dir drin bist du eine Kämpferin. Sonst hättest du seine Schikanen nicht überlebt. Du weißt, dass du gehen musst, um dich zu retten. Denn du weißt auch, dass niemals jemand ihn wird retten können vor dem Monster in ihm. Wie ich meinen narzisstischen Ex hinter mir ließ. Eine Beziehung mit einem Narzissten ist wie ein nicht enden wollender Albtraum. Ich lebte lange in meiner persönlichen Hölle. So lange. Und all das nur wegen eines Mannes, den ich mein Leben und meine Gefühlswelt bestimmen ließ. Eine Beziehung mit einem Narzissten ist wie ein Leben mit einem Kind, nur ohne all die glücklichen und erfüllenden Seiten. Es ist anstrengend. Mein Partner forderte und ließ mich oft über meine persönlichen Grenzen gehen. Er versuchte, alles zu bekommen. Egal, was ich dafür geben musste und ob es mich kaputt machte. Eine Beziehung mit einem Narzissten ist zerstörend. Ich verlor mich selbst in dieser harten Zeit und zweifelte viel an mir. Ich fühlte mich elend und klein. Ich habe lange gebraucht, zu erkennen, dass nicht ich die Person war, die sich schlecht fühlen und überdenken sollte. Ein Narzisst wird die Beziehung nie beenden. Du musst es tun. Wenn du mit einem Narzissten dein Leben teilst, ist es wie mit einem Parasiten. Er ist wie eine Krankheit, die dich langsam aber sicher auffrisst. Du merkst es erst gar nicht, aber schleichend werden dir die Symptome seines Giftes bewusst. Und wenn du dich nicht von ihm trennst, bevor du dich ganz aufgelöst hast, ist es vielleicht irgendwann zu spät. Ich hoffe, dass du die Kraft findest, dich loszulösen und ihn zurückzulassen. Hör mir zu. Es ist schwer. Sehr schwer. Es war das Schwerste, was ich je tun musste. Aber eines Tages merkst du, dass es keinen anderen Weg gibt, um dich zu retten und dann findest du die Stärke, die dafür nötig ist. Er wird sich nie von dir trennen. Durch dich existiert er überhaupt erst. Er braucht dich, um sein Ego zu pushen. Wenn er unzufrieden ist, macht er dich klein, um sich groß zu fühlen. Ohne dich ist er ein Nichts. Auch, wenn es sich für dich im Moment ganz anders anfühlt. Glaube mir. Wenn du es geschafft hast und dich von ihm losgesagt hast, wird für dich ein ganz neues Leben beginnen. Höre nicht auf ihn, wenn er dir sagen will, dass du es ohne ihn nicht schaffst. Das wirst du. Ich habe es auch. Diese Lügenmärchen habe ich lange genug geglaubt und mich klein machen lassen. Durch sie. Wenn du aussteigst aus einem Leben mit einem Narzissten, wird das nicht einfach sein. Aber nichts zu gehen ist noch viel schwerer. Hast du es geschafft und all deinen Mut und deine ganze Kraft zusammengenommen, dann ist es aber noch lange nicht vorbei. Der harte Teil kommt erst noch. Ich habe lange gebraucht, mit dieser schrecklichen Zeit und ihm abzuschließen. Ich habe oft nächtelang wachgelegen und mich gefragt, was ich falsch gemacht habe. Ich hatte Zweifel, ob meine Entscheidung die richtige war und ich fragte mich auch, ob er nicht recht hatte. Wenn du mit einem Narzissten Schluss machst, wird er dir so einiges an den Kopf werfen. Du hast dich ihm entzogen. Damit kann er gar nicht leben. Er wird alles tun, um dich fertig zu machen und dir jeden Mut zu rauben. Mein Ex gab mir damals alle Schuld und hatte es echt drauf, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Wie kannst du unsere Beziehung zerstören? Liegt dir denn gar nichts an mir? Wie kannst du mich nur so zurücklassen? Du bist so selbstsüchtig und denkst nur an dich. Ich habe etwas Besseres verdient, als dass du mich so ungerecht behandelst. Das war nur ein kleiner Auszug seiner Anschuldigungen und Vorwürfe. Er ging voll auf die Mitleidsschiene und mich als gutherzigen Menschen traf er somit voller Wucht. Er wusste, wie er mich manipulieren konnte und wie er es schaffte, dass ich ihn noch lange nicht aus dem Kopf bekam. Dafür war es ihm egal, ob ich mich selbst anzweifelte und litt. Das Schwerste daran, an den Narzissen loszulassen, ist nicht allein das Schlussmachen. Danach musst du dein Herz von ihm befreien. Er hatte sich so tief in mir verwurzelt, dass es fast unmöglich war, alle seine negativen Sprüche und seine niedermachende Art loszuwerden. Aber wenn ich es geschafft habe, schaffst du es auch. Darüber nachzudenken, was hätte besser laufen können oder was du anders machen hättest sollen, ist reine Zeitverschwendung. Denn alles, was die Beziehung zerstört hat, war allein er. Er trägt ganz allein die Schuld, dass er so ist, wie er ist. Du hast damit nichts zu tun. Fehler passieren in jeder Beziehung und gehören dazu. Aber kein Fehler der Welt kann begründen, dass jemand einen geliebten Menschen so ungerecht und schlecht behandelt, wie es ein Narziss tut. Deswegen laufe ihm nicht nach ein paar Monaten hinterher, um ihn zu fragen, was du falsch gemacht hast. Rufe ihn nicht in einer tränen durchströmten Nacht an, um ihm zu sagen, wie sehr du ihn vermisst und wie fertig es dich macht, dass eure Beziehung kaputt gegangen ist. Schreibe ihm keinen Brief, um ihm deine Gefühle mitzuteilen und ihm nach all den Gründen zu fragen, wegen denen er dir das angetan hat. Es wird ihn nicht interessieren. Das Einzige, was ihm all das sagen wird, ist, dass du immer noch an ihn denkst. Und das wird ihm die Genugtuung geben, die er nicht verdient hat. Er verdient es nicht, dass du ehrlich zu ihm bist und ihm dein Herz offenlegst. Er interessiert sich nicht im Geringsten für deine Gefühle. Alles, was ihn wirklich interessiert, ist sein Ego und das baust du auf, indem du dich verletzlich zeigst. Gönne ihm das nicht. Du hast es nicht verdient, dass er sich mit deinem Leid aufbaut. Nachdem ich die schwere Zeit des Herzschmerzes einigermaßen überwunden hatte und gefestigt war, schrieb ich meinen Ex einen Brief. Dies sind ein paar Zeilen daraus. Ich weine dir keine Träne nach, denn du hattest mich nie verdient. Einen Menschen zu lieben, heißt auch selbstlos sein zu können und ich bezweifle, dass du je erleben wirst, wie erfüllend wahre Liebe ist. Mit diesem Brief schließe ich ab. Mit den Wunden, die du mir zugefügt hast. Mit der Zeit, die mich verändert hatte und mit dir. Ich schaue ein letztes Mal zurück und empfinde Freude darüber, dass es vorbei ist und du nicht mehr in meinem Leben bist. Wie gefährlich es tatsächlich sein kann, sich auf einen Narzissen einzulassen, zeigen die Dinge, die sie ihrer Liebe täglich an den Kopf werfen. Den meisten ist bekannt, wie selbstsüchtig und egoistisch Narzissen denken und handeln. Sie sind berüchtigt dafür, sich selbst stets in den Mittelpunkt zu stellen und andere, besonders die, die ihnen nahestehen, schlecht zu machen. Wie gefährlich es tatsächlich sein kann, sich auf einen Narzissen einzulassen, zeigen die Dinge, die sie ihrer Liebe täglich an den Kopf werfen. Sie beleidigen dich auf Übelste. Narzissen stellen andere gerne als inkompetent dar, um ihre eigene Unsicherheit zu verbergen. Sie bäumen sich vor dem anderen auf und werfen mit den krassesten Beleidigungen um sich, um sich groß, stark und überlegend zu fühlen. Aussagen wie, du bist psychisch krank, du bist ja vollkommen verrückt oder du gehörst eingesperrt, sind nicht selten. Ihre Beleidigungen übersteigen die Moralvorstellungen von normalen Menschen und oft suchen sich Narzissen die verletzlichsten Stellen des Gegenübers, um ihn richtig zu treffen. Sie verallgemeinern und dramatisieren. Worte wie immer oder nie benutzt der Narzisst besonders gerne. Nie hörst du mir zu. Immer musst du mir widersprechen. Oder auch, alles ist deine Schuld. Sind Sätze, die du von einem Narzissen oft zu hören bekommst. Sie stellen Tatsachen dramatischer dar, als sie sind und sie selbst sind natürlich immer das Opfer in der Geschichte. Du wirst dabei hingestellt, als wärst du ein von Grund auf verdorbener Mensch, der immer alles falsch macht. Du bist falsch. Wobei wir auch schon beim nächsten Punkt sind. Dein narzisstischer Partner wird dich oft darstellen, als wäre mit dir etwas nicht in Ordnung. Entweder du bist nicht schön, schlau, dünn genug oder du stellst dich mal wieder an. Immer wenn ihm etwas nicht in den Kram passt, zögert er nicht, dich persönlich anzugreifen und dich klein zu machen. Macht er dich runter und du wehrst dich? Hält er dir vor, keinen Spaß zu verstehen und prüde oder humorlos zu sein? Egal warum ihr streitet, immer ist es deine Schuld und du bist falsch. Das ist zumindest seine feste Überzeugung. Ich bin immer super und unschuldig. Sich selbst sieht der Narzisst natürlich als perfekt an. Er ist nie der Grund für den Streit und wenn du ihn nicht dazu getrieben hättest, wäre es schließlich gar nicht so weit gekommen. Merkst du was? Schon wieder alles deine Schuld. Außerdem gibt er gerne an und erzählt, wie toll er doch ist. Er hat mehrere ausgeschmückte Storys parat. Darüber, wie beruflich erfolgreich und beliebt er doch ist. Wie viel Geld er verdient und wie viele Freunde er doch hat. Außerdem lässt er keine Gelegenheit aus, dir zu zeigen, dass er besser und beliebter ist als du. Sein Lieblingswort ist zudem das, ich, ich will, ich weiß das, ich bin. Alles dreht sich immer um ihn und seine Wünsche. Du verdienst nichts Besseres. Der absolute Lieblingsschachzug des Narzissten ist die Aussage, dass du nie jemand Besseren finden wirst als ihn. Du wirst dich nie wieder so unsterblich verlieben und du hast so jemand Guten wie mich, der dich so sehr liebt, gar nicht verdient. Meinst du denn, du findest etwas vergleichbar Gutes? Seine Antwort darauf ist klar. Er denkt, dass er das Beste ist, was dir je hätte passieren können. Hat er doch die Angst? Du könntest die Stärke besitzen und ihn verlassen und fängt er an zu drohen. Ich bringe mich um. Wenn du mir das antust und du bist dann schuld daran. Willst du das? Oder? Dich mache ich fertig. Du hast niemanden, zu dem du gehen kannst. Ich bin alles, was du hast. Narzissten üben eine Gewalt aus, die man von außen oft nicht sehen kann. Die blauen Flecken auf der Seele und die klaffenden Wunden des Herzens sind unsichtbar für die meisten Außenstehenden. Nur ihre Partner wissen, wie viel Kontrolle und Macht solche Menschen mit den Dingen anrichten, die sie aussprechen. Narzissten sind gefährlich und wir sollten uns vor ihnen und dem Schaden, den sie anrichten können, in Acht nehmen. Liebe Frauen, lasst es nicht so weit mit einem Narzissten kommen, wie ich. Ich habe meine Seele verschenkt. Ich tat es in vollem Bewusstsein und mit ganzer Hingabe. Ich gab mein Herz einem Mann, dem ich alles geben wollte, was er auch immer begehren sollte. Ich tat es aus Überzeugung. Denn meine Gabe, das habe ich mittlerweile erkannt, ist es zu lieben. Seine war es nicht. Zu spät sah ich, dass mein Traumprinz gar keiner war. Heute denke ich, dass er gar nicht lieben kann. Doch ich sah das damals nicht. Ich war zu sehr damit beschäftigt, in ihm den perfekten Mann für meine Zukunft zu sehen. Hast du schon einmal so sehr geliebt, dass du dir hundertprozentig sicher warst, dass er der eine ist, dass er dieser Kerl ist, der dich eines Tages in einem himmlischen weißen Kleid über die Schwelle tragen wird, mit dem du Kinder bekommen und ein glückliches Leben, bis das der Tod euch scheidet, führen würdest. Ich war mir da ganz sicher. Heute frage ich mich manchmal, ob er sich schon die ganze Zeit so zeigte, wie er wirklich war und ich es durch meine Verliebtheit nur nicht sehen konnte. Ich sah in ihm nur Mr. Perfect. Hatte mich die bekannte rosarote Brille so blind gemacht, vor Liebe, dass ich die Wahrheit gar nicht sehen konnte, obwohl sie die ganze Zeit vor mir lag? Oder hatte er sich am Anfang einfach Mühe gegeben, sein wahres Ich zu verbergen und mir eine zensierte Version vorgespielt? Eine Version, die ich suchte. Einen Gentleman, der mich auf Händen trug und so zuvorkommend war, wie man es selten bei einem Mann findet. Ein starker Kerl, der mich beschützte und doch auch so sanft und verführerisch sein konnte. Er war es. Der eine unter Tausenden. Da war ich mir so sicher. Anfangs fühlte ich mich wie auf Wolke sieben. Ich schwebte förmlich durch mein Leben und malte mir eine wunderbare Zukunft mit ihm aus. Auch, als sich kleine Widersprüche in seinem Verhalten zeigten, war ich von meinem positiven Denken über ihm nicht abzubringen. Nun erkenne ich, rückblickend, wie er sich nach und nach änderte. In kleinen Häppchen servierte er mir einen Fehltritt nach dem anderen. So, dass es mir erst gar nicht auffiel. Merkte ich, dass da irgendetwas falsch lief, schob ich es anfangs weg und entschuldigte ihn. Schließlich wollte ich keinen Streit und ihn lieben, wie er war. Als es jedoch zu viel wurde und ich ihn auf die Ungerechtigkeiten, die er mir entgegenbrachte ansprach, schaffte er es, die Dinge immer so hinzustellen, dass ich mich schuldig fühlte. Betreten zog ich mich zurück und glaubte schließlich immer weniger an mich und meine Wahrnehmung. Ich unterdrückte meine Gefühle und mein Leid. Ich nahm mich selbst nicht mehr wahr. Ich wurde kleiner und kleiner und hatte irgendwann das Gefühl, verschwunden zu sein. Mit einer Menge Kraft und Reflexion, Hilfe von Freunden, die mich nicht fallen ließen und mir zeigten, dass ich nicht verkehrt, sondern genau richtig war, so wie ich war, fasste ich irgendwann den Mut und die Stärke, das alles klar zu erkennen und dem ein Ende zu setzen. Es hat mich so viel Kraft gekostet, mich wieder in mein Leben zurückzukämpfen, aber es hätte mich noch viel mehr gekostet, bei ihm zu bleiben. Ich danke heute von Herzen allen, die mich so sehr unterstützt haben und mir halfen, den Glauben an mich zurückzugewinnen. Ich erkannte spät, aber ich sah es dann umso klarer. Manchmal dauert es einige Zeit, aber es ist nie zu spät, etwas zu ändern. Auf keinen Fall sollte irgendjemand an einer Beziehung festhalten, nur weil er Angst hat. Denn Angst ist nicht der Klebstoff, der eine Verbindung zwischen zwei Menschen zusammenhalten sollte. Liebe und Annahme sind es. Nur so wird ein Narzisst es bereuen, dich verlassen zu haben. Nachdem du dich regelmäßig mit einem Narzissten getroffen hast und nach dem ersten Schock, den du durchmachen musstest, als er dich wieder fallen ließ, wolltest du diesen Bastard nur noch dazu bringen, all das durchzumachen, was du durchgemacht hast. Du willst ihn niederdrücken, sein Herz zerquetschen und ihn all den Schmerz fühlen lassen, den du wegen ihm empfunden hast. Und wer könnte dir dies übel nehmen? Immerhin hat dieser Mann dich geistig getötet, deinen Glauben an die Liebe zerstört und dich ein Leben lang damit gezeichnet. Warum sollte er dann etwas anderes verdienen, als du ihm dasselbe antust? Warum sollte er dein Mitgefühl verdienen, wenn es ihm nie etwas ausmachte, wie du dich gefühlt hast? Warum sollte er deine Freundlichkeit verdienen, wenn er dir gegenüber rücksichtslos war? Warum sollte er von deiner gnadenlosen Rache verschont bleiben, wenn er nie daran gedacht hätte, welche Konsequenzen sein Handeln für dich haben würde? Du bist davon überzeugt, dass du dich nur besser fühlen kannst, wenn er selbst spürt, wie du dich durch ihn gefühlt hast. Ihn so leiden zu sehen, wie du es getan hast und ihn auf die Knie gehen zu sehen und um Vergebung zu bitten, das ist alles, was du möchtest. Also suchst du weiter nach Wegen, um deine süße Rache zu erlangen. Du suchst nach Möglichkeiten, einen Narzissen zu zerstören und ihn für jede einzelne Träne bezahlen zu lassen, die du für ihn geweint hast. Was wäre die beste Option, so zu tun, als ob du noch an seine Lügen glaubst und ihm dann den Rest zu geben? Das Blatt wenden und ihn so zu behandeln, wie er dich die ganze Zeit behandelt hat? Oder wäre es effektiver, wenn du ihm überall schlecht reden würdest, wenn du all seine schmutzigen Geheimnisse preisgeben und ihm sein Leben zur Hölle machen würdest? Wie kannst du es verhindern, dass dieses Arschloch dein Herz bricht und dich dann verlässt und so tut, als ob alles deine Schuld wäre? Wie kannst du ihm dazu bringen, dass er bereut, dich verlassen zu haben? Nun, ich hasse es, derjenige zu sein, der deine Wunschvorstellung und wieder zunichte macht. Aber ich muss dir sagen, dass du niemals seine Wege ändern wirst. Du wirst niemals seine Augen öffnen und ihm mit all seinen Missetaten konfrontieren können. Darum solltest du diesen Gedanken schnell wieder loslassen. So oft du es auch versuchst, du wirst den Narzissen niemals in seinem eigenen Spiel besiegen. Und weißt du warum? Weil du nicht das manipulative, egoistische Stück Scheiße bist, das er ist. Versuche also bitte nicht, zu jemandem zu werden, der du eigentlich gar nicht sein möchtest. Denn das würde bedeuten, dass er gewonnen hat und es geschafft hat, dich auf die dunkle Seite zu ziehen. Die Wahrheit ist, dass der einzige Weg, einen Narzissen zu verletzen, darin besteht, sich von ihm zu entfernen. Aber ich meine damit, dass du ihn wirklich für immer im Stich lassen sollst. Es geht darum, ihm keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken und ihm das Gefühl zu geben, irrelevant zu sein. Es soll ihm zeigen, dass er nicht den geringsten Einfluss auf deine Persönlichkeit oder deine Zukunft hatte und er soll das Gefühl bekommen, dass er keine Rolle mehr für dich spielt. Es soll ihn hängen lassen und ihm zeigen, dass er dich nicht gebrochen hat. So sehr er es auch versucht hat, dass er es trotz all seiner Bemühungen nicht geschafft hat, dich vollständig zu zerstören. Ich weiß, dass dies jetzt wie ein Klischee klingen mag, aber vertraue mir. Der beste Weg, einen Narzissen zu verletzen, ist, ohne ihn wirklich glücklich zu sein. Dies ist das Einzige, was ihm zeigen wird, dass du ihn nicht brauchst und dass du es auch ohne ihn schaffen kannst, glücklich zu sein. Genau das wird sein Ego zerstören und ihn infolgedessen geistig töten, indem wissen, dass er keine Spur hinterlassen hat. Zu wissen, dass er für dich nicht wichtig ist, wie er eigentlich angenommen hatte, wird ihm zeigen, dass er austauschbar ist und dass sich die Erde nicht um ihn dreht, dass seine Manipulationen nicht fruchtbar waren und dass seine Toxizität besiegt wurde. Es wird ihm zeigen, dass deine Güte sein Böses besiegt hat und dass dein Licht seine Dunkelheit besiegt hat. Vor allem, es wird ihm zeigen, dass du dich selbst trotz aller Widrigkeiten immer noch mehr liebst, mehr als du ihn jemals geliebt hast. Und das ist ein Schlag in die Kehle, den kein Narzisst ertragen kann. Sei also bitte die bessere Person und gib dir wirklich alle Mühe, von vorne zu beginnen und nie wieder umzukehren. Vergiss nicht, was er dir angetan hat, sondern vergiss, dich sinnlos an ihm zu rächen. Tu es nicht, weil er es verdient. Tu es, weil du es verdient hast. Nach allem, was du wegen ihm durchgemacht hast, das bist du dir selbst schuldig. Nachwort. Ich schließe dieses Buch mit einem vielsagenden Zitat zum Thema Narzissmus ab. Was für den Selbstsüchtigen gilt, gilt auch für den narzisstischen Menschen, dessen allgegenwärtiges Interesse ist es weniger, sich Dinge anzueignen, als vielmehr sich selbst zu bewundern. Oberflächlich betrachtet scheinen diese Menschen in sich selbst verliebt zu sein. In Wirklichkeit aber können sie sich nicht leiden. Und mit ihrem Narzissmus wie mit der Selbstsucht kompensieren sie einen grundlegenden Mangel an Selbstliebe. Freud hat betont, dass der Narzisst seine Liebe vom anderen zurückzieht und auf die eigene Person richtet. Der erste Teil dieser Behauptung ist richtig. Der zweite ist ein Trugschluss. Er liebt weder die anderen noch sich selbst. Erich Fromm. Die Antwort der Liebe. Ich denke, die 194 Euro-Härterung stammlecte.슬gptions ist 900 Euro-Härterung.